...von sein. Yunus, Dankeschön für den Prime im Zweiten aus dem Pizza-Taxi-Fahrzeug. Und Atari, hallo. Keko Stutz stimmt nicht. Und Yuri, Dankeschön für 16 Dollar fast. Für Tinkepäckchen. Zeit für den Bikini-Wechsel. Ich muss mich aber noch rasieren. Ich hab behaarte Brust. Das sieht nicht so gut aus dann mit Bikini. Mich wundert, dass die auf Twitch noch nicht entdeckt haben, weil diese Pool-Streams sind da erlaubt. Wegen dem Kontext, weil die in dem Pool sitzen und dann ein Bikini tragen. Warum machen die denn nicht Musik? Warum spielen die denn nicht Musik ab und machen so Disco-Lichter und ficken dann trocken? Und sagen einfach, ich tanze mit meiner Partnerin, während die sich da gegenseitig einen abrubbeln. Das kommt, wartet auf meine Worte, Alter, das kommt auch noch. Diese Disco-Fick-Streams, wartet ab. In Klamotten tanzen die dann und reiben ihre dreckigen Schwänze aneinander und so. Soll jetzt nicht sexistisch sein und können die auch überall machen. Jeder kann machen, was er möchte. Jaja, so Puff-Show spielt scheiße. Merkt euch meine Worte, das kommt noch irgendwann. Und da bin ich der Erste, der da rein streikt. Weil die tun ja so mit den Bikinis, als würden die gerade voll am Baden sein. Ach, egal. Ich hab da eh viel zu wenig Ahnung von, Alter. Lass mal die Leute nix. Ich beobachte das ja mal bei Twitter. Da wird ja schon viel darüber diskutiert, warum das erlaubt ist und bla bla bla. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie du Mühler kennengelernt hast. Erstmal, oh Gott, was ist bei dir falsch? Heute und so trennlich. Können wir vielleicht noch mal. Na, so meinte ich. Ich meinte das jetzt nicht in dem negativen Dings, ne. Ich meinte das jetzt nicht negativ. Ich meinte nur diese Zuschaustellung von gewissen Sachen auf einer Plattform, wo auch Minderjährige abhängen. Dann sollen die das doch wenigstens als Not Safe for Work oder so kennzeichnen. Weil das ist schon eindeutig, wenn da jemand sitzt mit einem Tanga-Bikini-Dings und dann Namen aufschreibt und nach jedem Sub sich umdreht und auf einer Tafel irgendwas schreibt. Und man dann einfach den Arsch sieht. In meinen Augen ist das Soft-Porn. Das hat man damals nach Nullo im Fernsehen gesehen. Oder Peanut, wie siehst du das? Was, es gibt diese Channels-Frag für einen Freund? Macht das nicht, macht das die Haare nicht, Jun. Wizard dankeschön für den Prime-Elfen. Und Hummel dankeschön für den Wizard im Zorn. Tröse ist ein Monat. Sport 1 damals, ja, ja. In meinen Augen ist das nichts anderes. Das gleiche gilt wie für Casino-Streams und Pokémon-Booster-Packs aufmachen. Genau so. Glücksspiel. Hallo? Warum nicht gehen? Was ist los? Was ist los? Aber, aber, das große Aber ist, jeder soll machen, was er möchte. Wenn es einem Spaß macht, solche Booster-Dinge aufzumachen, soll er tun. Wenn es einem Spaß macht, in einem Pool rumzuwälzen und, äh, ja, soll er auch tun, sollen sie alle machen, was sie wollen. Im Endeffekt entscheidet, äh, im Endeffekt entscheidet, äh, der Arbeitgeber. Matthias glaubt es so weit nicht. Gibt es ein Video, wo du, wo du das erste Mal auf Mila getroffen hast, gibt es bestimmt. Ich glaube, das war auf Alternet. Irgendwo, Growstreet-Kanal, Growstreet auf YouTube heißt der Kanal. Von Alpha Centauri, der die, ähm, der die, ähm, der die VODs immer hochlädt. Mr. Disgusting, vielen Dank für die Pfiff-Gift-It-Sups. Okay, let's go. Dankeschön, Bruder. Und FSA-Schwein, weiß nicht, was das bedeutet. Dankeschön für die Wieser-Benzwürfen. Hukuluhu. Stadtpark, ja, das war im Stadtpark. Natürlich bekommen wir ja die Bonzen in den Zapf. Heute ruhig, immer ruhig. Ihr ist immer langweilig. Ich wette mich auch gerne im Pool, hat nur leider keiner zugeguckt. Ein 30-jähriger, aber harter, barter, dicker Typ kommt voll nicht so gut an. Ach, Bruder, sollen wir das wirklich verinnerlichen, so? Es gibt auch, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es für sowas auch gewisse Menschen gibt, die sowas sehr schön finden. Warum sollte es auch nicht schön sein? Wie, hör auf, warum? Jeder Mensch ist schön. Es gibt auch Leute, die stehen auf Pipi und A. Ich hoffe, dass wir sowas nur nicht bei Twitch sehen. Niemals in meinem ganzen Leben, bitte. Okay. Ich würd's mir angucken. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, was genau du meinst, Timmer, aber... Wer ist denn das? Ach, das ist die Oma. Oh, Raffenmeer. Und Planierraupe. Ruhe jetzt, hier geht's nur um GTA-RP. Ich will mit so'n Scheiß nichts zu tun haben. Oh, McThorter, bist du am Fegen? Macht's Spaß? Halt, wie drück. Der Sound ist aber ziemlich laut. Omi, bist du am Fegen? Hallo. Bist du am Fegen? Ja, ich mach' das Laub weg hier. Ist ganz dreckig. Das Laub ist dreckig? Ja, nee, der ist nicht sicher. Und hier, die Straße ist dreckig. Ist das ein vollautomatischer Besen? Nee. Der ist sehr laut. Ach so. Nee. Okay. Jetzt, ja. Gut, und dir, Omi? Jo, 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 jo. Da ist ein Rasenmeer. Den hab' ich schon gesehen. Hast du den hergebracht? Nee. Okay. Ich hab' gar keinen Führerschein für so'n Ding. Ich muss mal kurz in den Pool. Äh. Ich brauch' Geld. Ähm, okay. Macht das so ein Glücksbrunnen, oder was? Ja, ja, genau. Ah. Komm, wir setzen's rein, Omi. Oh, nee. Dann werd' ich nass. Ich muss ein bisschen, ich stink' nämlich ein bisschen. Oh. Oh. Oh, geil. Na, nicht, dass du jetzt stink' die Füße kriegst. Nee. Warte mal, das ist ja gar kein... Jetzt ist es ein World Pool. Ui. Aber das ist doch hier kein Pool. Das ist doch... Ach. Ist doch das Gleiche. Ach. Ich würd' sagen, Brunnen am Boden plätschern. Kannst du mir nen Zap geben? Also ein paar Geld? Ich hab' keins dabei. Schade. Ich hab' Kekse. Ich hätt'... Oh, dir scheint's ja gut zu gehen heute. Ja, nein, den ich hier aufschreiben dürfte. Also essen kann im Pool. Ah. Aber doch nur, wenn ich dir einen schenke. Hast du Kekse, Omi? Ja, klar, will sein. Aber lass ihn nicht fallen. Okay. Misch' gerne im Pool ein paar Kekse essen. Das ist so weit weg. Warte, steh' auf. Oh, guck mir eigentlich auf den Popo, der ist nass. Nee, nee. Danke. Bitte. Okay, ich geh' noch mal heben. Sie hätten zu Ende schreit sein. Weißt du, es gibt Menschen, die verdienen so Geld? Wie? Am Strand, die zum Beispiel von Baywatch. Die verdienen Geld, wenn die im Wasser gehen. Ja, das sind Rettungsschwimmer. Ja. Rettungsschwimmer. Ja, ja. Ich hab' Rettungsringe. Ja, das stimmt. Da kannst du zumindest nicht untergehen. Warte, ich tue, haschisch in den Teich zu sagen. Ui. Saug den Jansch und feg den Jansch weg. Nee. Ach, bin ganz nass. Ach, bin ein schmutziges kleines Mädchen, bin nass. Ui. Feg du mal weiter. Ja, ja, ja. Mit deinem 1000-Bass-Wesen. Ich muss nicht. Ich muss erst vor die Hände gefährlich schneiden. Soll ich dir helfen beim Schneiden der Busch? Oder schaffst du das schon? Au. Ach ja. Das ist schon gar nicht so einfach. Hol dir doch den Rasierer von Jennifer vom Taxi. Das ist ja so ein automatischer. Der ist nicht gut. Ja. Das muss mit der Hand geschnippelt werden. Okay. Oh, hab ich gut gemacht, ne? Wie, du bist schon fertig? Ja, ich musste dann nur die letzte Ecke. Du hast nur zwei Blätter abgeschnitten. Ich muss nur die letzte Ecke machen. Jetzt ist es so ein runder, so ein Halbkreis. Halb oder? Warst du Halbkreis oder Fettkreis? Ja, Halbkreis. Ach so. Oh. Hast du gut geschlafen im Pool aus? Ja. Warst du schon im Pool? Nee. Dazu hab ich noch nicht die passende Klamotte. Hm. Warte mal, du willst ein Bikini anziehen? Nee. Irgendwas anderes, was ein bisschen mehr Haut bedeckt. Eine Burka? So ähnlich. Eine Schwimmburka? Ja. Das gibt es. Ja, sowas vielleicht. Lass mal den Rasen ausschicken. Ja. Hast du einen Schlüssel? Kannst du den? Nee. Hey, steht auf dem Bagger. Ja, eine Plani-Raupe. Für was denn? Keine Ahnung. Das muss lackiert werden. Oh. Kein Schlüssel. Das Ding muss lackiert werden. Der kann nicht so bleiben. Der sieht im Sonnenuntergang auch ein bisschen rot aus. Ja. Oder ist der rot? Ich versuch nicht, warum ich das die ganze Zeit versuche anzumachen. Ich hab doch keinen Schlüssel. Irgendwie ist das so ein Tick von mir. Hm. Man könnte es ja mal versuchen. Hä? Ja. Vielleicht hab ich ja jetzt einen. Vielleicht jetzt. Oder jetzt. Nee, immer noch nicht. Aber vielleicht jetzt. Oh, pass pass auf, das darfst du nicht. Mit Haschistroff, wenn der hier runterfällt, dann kommt der Matschepampe raus. Der ist dann Kumpatschepatsch oder was? Ja. Der ist doch im Teich. Ja, aber wenn du mal Hasen mähst, meine ich, dann darf der hier nicht mit drauf. Nee. Aber ich merke, ja, doch wohl. Das sieht echt schöner aus hier, ne? Ja. Aber du hast den ganzen Hof fertig gemacht. Ja, ich hab von dem Poolhaus jetzt hier runtergefegt. Dann ein bisschen die Terrasse. Und hier vorne bis zum Baum. Da folgt sich der Herrn Juri aus dem Elbenwald. Ich glaube, der Herr Juri war Legolas, ne? Der hat auch so spitze Ohren. Ich hab den Herrn noch nie gesehen. Nicht? Nee. Ich stell dir den mal vor. Oh. Hast du Pinsel schon gesehen? Nee. Nee. Ich hab noch gar nicht auf mein Handy geguckt heute. Ich klinge mal durch. Oh. Ja? Wer ist deine Familie? Ja, mir einer. Was? Hallo? Ja? Warum bist du nicht zu Hause? Ich bin schon weg. Du hast gar nicht zu Hause geschlafen? Nee. Ja, super tolle Freunde. Willst du mal zu mir kommen? Willst du mal zu mir kommen? Kann nicht. Warum? Ich beobachte ein Spektakel. Was beobachtest du denn? Was kann ich jetzt nicht genau erklären? Ja, wo bist du denn? Ich komm mit Oma Turtle. Gegenüber vom... Ich fliegegefangen mit dem Zunger. Nee. Was? Wo bist du? Ich bin im Cage. Ich komm da hin. Ja. Ja, wie ja? Wenn du mich nicht da haben willst, dann sag's doch. Bis gleich, meine Liebe des Lebens. Du Arsch. Warte. Komm, wir gehen mit zu Pinsel. Wo ist der denn? Ein Pink Cage. Ich lass hafschisch im Teich ein bisschen. Ja, Hauptsache, der hoppelt nicht weg. Nee. Oh, dein Moppet steht da wieder. Wieso wieder? Das lag auf dem Boden, ich hab's genau gesehen. Oh, es hat mir gefallen. Was ist denn mit dem Auto? Wieso? Seit wann hab ich denn zwei Charks da oben drauf? Die waren da schon letztes Mal drauf. Bist du sicher? Joach. Als du dir den komischen Spoiler da angehört hast. Nee. Das war rot. Warum ist das schwarz? An der Seite. Hä? Was meinst du? Ich glaub, der Tuna hat mehr dran gebaut, als er sollte. Nein, das war rot an der Seite. Ja, das wolltest du ja nicht kaufen. Ja, aber der hat's trotzdem dran gemacht. Ui. Ja, bloß nicht erwähnt, ne? Nee. Aber die Dinger da auf dem Dach hast du schon gehabt. Ja, aber da war doch nur einer. Ah, du hast fast lauert. Da war da nur einer dran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nur einer dran war. Komisch. Hatschi, ich will's kommen. Papa, komm nachher wieder. Mach Pool-Porty ein bisschen. Und bring Kohle nach Hause. Wie soll der Frosch dein Geld verdienen, Mensch? Weiß ich nicht. Es gibt immer. Es gibt immer Wege. Aber doch nicht als Frosch. Na klar. Du kannst doch eine Frosch-Dituierte sein. Verkaufst du deinen Frosch-Schenkel. Ja, ja. Bist du denn hier noch auf der Insel? Ja. Ui. Aber der Herr Nuri, als gestern Pinsel angerufen hatte, hat Herr Nuri danach angerufen. Der meinte, geht's schon besser. Na, vielleicht kommt sie ja die Tane wieder zurück. Ja, ich hoffe auch. Ich hab nämlich nix zum Kuscheln. Ja, ja, ich hab ne Map-Mapro. Du hast doch Haschisch. Aber mit dem kann man nicht kuscheln. Dann nimm dir Willi. Nee. Du bist so fehlerisch. Aber der Willi hat Haut wie Croissant, weil er alt ist. Na hör mal, was hab ich denn dann? Ja, du hast. Noch schlimmer als Croissant. Ach, jetzt heul nicht, Oma Dörtl. Das ist aber nicht nett. Ja, und? Du bist halt alt. Ja, aber mein Hund ist doch nicht schlimmer wie Cosom. Doch. Dein Nacken schlabbert. Oh, ist ein Helo. Deiner auch. Stimmt nicht. Doch. Doch, ein bisschen. Ja. 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 Da waren die Verbrecher. Oh, sieht aus wie ein Autohändler. Ja. Die haben Pinsel verhauen. Oh, die waren das? Ja. Nur weil der eine Frau zugeparkt hat. Ui. Sag ich doch, Mann. Ich glaub, der hat einfach... Ich glaub, das, was der gezeigt hat, hat er auch getunt auszusehen. Das ist so cool, oder? Hallo, Moni. Hallo. Ich komm mir in der Spektakel an. Hast du schon die Polizei gerufen? Nö. Ist das aber nicht einer, oder? Oh, da ist die Polizei. Nein. Ja? Onkel Dieter? Ja? Du musst dir ja mal was angucken. Was denn? Ich find grad... Vor dem Pin... Vor dem Pin... Ja. ...zutun. Das ist aber echt, ähm... Ich kann's nicht beschreiben. Also, ich bin grad in Palido Bay. Wo muss ich denn hinkommen? Vor dem Pin Cage. Das ist ganz komisch. Das sieht aus wie ein Kamm. Das ist komisch? Ja. Kannst du das irgendwie beschreiben? Ja, ich fahr mal gleich runter, ja? Okay, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ich hab nur Onkel Dieter gerufen. Ja. Er weiß, was zu tun ist. Ich guck... Ich guck schon... Ich guck schon eine halbe Stunde so. Ich frage mich, ob Trinity in der Nähe ist. Oder Morpheus. Das sieht auf jeden Fall spannend aus. Achso, was hab ich vergessen? Oder das ist... Hey, warum haust du da oben hier auf mich? Weil das ist ein geiler Asch ist. Nochmal. Nochmal? Das ist bestimmt... Nein! Nein! Hör auf damit! Das ist bestimmt ein Disseplicum, der versucht, sich zu entwickeln. Aber der hat vergessen, wie. Das war mein Fluchtreflex! Brassi Revel entwickelt sich so. So. Zentornemon. Das verstehe ich nicht. Du bist doch alt! Ja, du bist schon... Hey! Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Warum? Wo ist ein Hasi? Ui. Ja, was... Was macht man mit sowas? Mit so einem... Übermodifizierten Low Wilder. Das ist ja gleich die Schatz angreift. Oh, meinst du, was hat das denn? Was hat das denn? Mein Auge auf einmal so flutscht. Wie? Dein Auge ist rausgeflutscht? Was hat... Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab geflickt. Und das zum Thema... Es gibt keine Flicks in GTA. Äh... Wollen wir was machen? Mutprobe. Nein, hör auf! Bist du verspült? Arm! An den Scherz. Ich geb dir 50 Dollar, wenn du's tust. Okay, erst das Geld. Wollen wir was machen? Denn es ist Ansichtssache. Ich kann einfach durchlaufen. Ich bin ein Magier. Ach, das ist Ansichtssache? Ja. Komisch. Ja, jetzt wo du saß, sieht ganz gut aus. Ja. Wart drauf, das Ding. Und da hat ein Helikopter von mir mehr gefallen. Wo? Wo? Das stimmt nicht. Das war bestimmt nur... Ansichtssache. ...ein Facken egal noch. Komm, Pinse, geh hin. Hier ist dein Geld. Ja, du kriegst dein Geld. Ähm... Oh. 50 Dollar. Ja. Boah, du hast Glück. Du kriegst... Hat er grad noch so dabei. Ja. Oh, danke. 52 hab ich bei. Hui. Okay. Und? Scheint nicht aggiziv zu sein. Ich glaube, das Auto regt sich nur auf, weil es nicht aufs Erbefeld darf. Oh. Oh. Aber jetzt hab ich Dieter gerufen, der wollte kommen. Bekomme ich bestimmte Ärger. Der vergisst das. Meinst du? Ja. Hat das Auto dich nicht gebissen? Nö. Pinse, warst du die letzten zwei Tage mit meinem Auto unterwegs? Mhm. Gar nicht nicht? Nein. Ich glaube, der Tuner hat mein Auto einfach getunt. Der hat einfach Sachen dran gebaut, die ich haben wollte, aber nicht bezahlen konnte. Guck mal, das an der Seite, weißt du? Und oben die Hiding-Flosse. War das schon so? Nee. Ich glaube, der kam zu uns nach Hause und hat die Sachen einfach dran gebaut. Oh, das nenne ich mal Service. Ja, das nenne ich mal Service. Was machen wir jetzt damit? Mit was? Komm mal. Mit dem Desamblikon. Was? Maroni, was hast du denn für ne Frisur? Was hat mit dir passiert? Exi, das ist ne Perücke. Warum siehst denn du so normal aus? Du verlierst langsam deinen Zauber. Ach, Bullshit. Du bist langweilig. Wow. Willst du Zeit für was Neues? Wow. Vielleicht sehe ich dich noch in gewissen Kreisen verkehren. Und dann ist sowieso Game Over mit dir. Oh. Okay, ich fuhre sie mir gleich zurück. Ich will mir auch ein paar neue Klamotten kaufen. Ja, wollte ich auch und zum Frisur. Ich habe das jetzt schon seit einem Monat oder so. Ja, eben, gerade warst du da mit, weil hier Planschen ist schon wieder halb zauber. Ja. Oh. Siehst du den Desamblikon auch? Okay, dann nicht. Wer ist das? Bestimmt jemand, der hier wohnt. Boring. Ach, übrigens, Entschuldigung, dass ich angerufen habe, ne? Ich saß auf meinem Handy. Ich habe Gangsterfilme geguckt. Ja, ich habe nicht gesehen, dass das Handy mal angegangen ist. Ich habe übrigens Gangsterfilme geguckt. Six Blocks und so. Auf Netflix. Du musst Testsperre reinmachen. Ja. Ich wollte einen Code reinmachen, aber ich habe den schon wieder vergessen. Ist das nun ekelig? Ein Code? Nein, das ist nicht ekelig. Code. Nicht Code. Du hast dir nie aufs Display geschissen, damit keiner mehr in dein Handy kommt. Und dass er dran geht. Muss ich mal ausprobieren. Ach komm, die Hasenkacker, die da kommen. Ja. Nee, das flutscht. Bäh. Ich esse jeden Abend getrocknete Pflaumen. Ja. Ist das eine Drosin? Nee. Ich habe Mochi und Panna-Tee. Oh. Ich war nämlich... Ich war vorgestern Morgen, da wollte ich Brötchen holen. Da wollte ich gucken, wie die Welt auch sieht. Und da wollte ich Brötchen holen. Und habe versucht, auch was aus dem Auto zu klauen. Bin ich zum japanischen Restaurant gefahren. Und als ich versucht habe, was zu klauen, kam der Besitzer. Und dann musste ich was kaufen. Habe ich Mochi und Panna-Tee gekauft. Damit er mich nicht schimpft. Panna-Tee? Ja, Panna-Tee willst du probieren? Ja. Ja, dann kauf dir einen. Oh, schön. Okay, gegen was? Was hast du? Das? Ach, die ist doch alt, bestimmt. Ja. Hast du kein Tinkepäckchen? Doch. Okay. Ein Tinkepäckchen gegen ein Panna-Tee. Ja. Okay. Will mir eine Kettensäge? Warum hast du so eine Kettensäge? Warst du im Wald? Warst du im Wald? Nein, die haben ich geschenkt bekommen. Okay. Okay. Komm, wir gehen zum Kleider nach der, nach der, nach der, im Dev-Shop. Ja. Mal gucken, ob ich da noch Badekleidung finde. Irgendwann. Optimus Rage MP kommt schon klar. Ja. Irgendwann ist es oben drauf. Oh, das ist ein Kollege. Ich weiß, wer das ist. Penny. Penny? Von South Park? Ähm, Penny. Penny? Ja. Von The Big Bang? Ach du, du meinst du Jennifer? Ja. Warte mal. Warte mal. Warum fahren wir denn direkt dorthin? Ist das spieselreise. Wo fahren wir hin? Ach so, weil ich den nicht kenne? Sag mir das doch. Finsel? Was? Ja, was? Hau vor, zu lesen und red mit mir. Aber das Buch ist so spannend. Ach so. Jetzt mal lauter vorlesen, ihr habt nichts gehört. Ja, mach mal, Finsel. Feige. Liebst du uns nicht mehr? Fragt der. Wo wen denn? Ich weiß nicht. Was liest du denn da? Ein Romanze? Ja. Ja. Kickt schon wieder. Das ist selber schuld. Du bist mein Padawan. Ja. Ich lerne gut, oder? Du kommst ja schon wieder und meckerst. Was für eine Prediction, Junge. Meint ihr, Didi kommt? Wer denn? Didi. Didi. Wer ist denn Didi? Ein Didi Fischmann. Ach so, keine Ahnung. Der ist ein Paleto, hat er gesagt. Hast du für mich in der Kasse auch noch was zum Umschenen? Oh. 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 Ich zieh heute mein Ziel vor. Ohi, was ist das denn? Das ist ja hübsch. Geh mir um die Sport, die ist schick. Ja, aber du musst aufpassen, dass du damit nicht hinfällst. Ich fall schon nicht hin mit meinen Flip-Flops. Davon kannst du aber rausgehen. Ich stelle dir ein Hemdchen an. Ich mach mir heute auch mal hübsch. Okay. Bin voll super froh. Warum? Sag ich dir nicht. Okay. Ist nämlich mein Geheimnis. Und, siehst du schick aus? Ja. Ja? Ja. Habt ihr meinen Fußnager gesehen? Nein. Gehen wir heute arbeiten noch? Oh ja, unbedingt. Ich brauch Geld. Apropos Geld, ich muss durchschauen und nur sein Geld geben. Und dann? Oh, ich hab bisschen aufgeschrieben. Geht mal wieder nicht dran. Der blöde Penner. Ja. 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 Hast du eine neue Jacke, Omi? Ja. Ui, Memo, guck mal. Ein bisschen modern. Und neue Schuhe? Und was mit deinem Hut? Ein Hut? Ja, da müssen wir zum Friseur. Ach, der hat den? Ja, kannst du... Was zum Teufel ist das? Ein bisschen zu frisieren. Ich glaube, der mit Knappi ist kaputt. Der hat Löcher. Nee, das ist die Perücke, die ist hart. Die ist hart. Ui. Und, bist du fertig? Ja, man hat mir sehr gerne wieder weggeflogen. Außerhalb gerutscht. Ja, na. Das ist super. So. Tinkbeicheln. Okay, komm. Oh Mist. Seh nicht hip aus. Hallo. Okay. Guten Abend. Ich bin hübsch. Ja, Ewa. Ja, Ewa. Warum hast du den Turm wann an? Ja, ich muss mir meine Haare noch mal anlassen, mein Friseur. Ach so. Ich glaube, der Dieter steht da vorne, oder? Wohin ist Julian. Jan. Onkel Dieter. Siehst du den Optimus, der abgefällt? Ich versuch grad die Septicon-Sprache zu sprechen, aber irgendwie... Das Auto ist sauer, weil es nicht aufs Herdbefeld kann. Oh, das ist mein Freund. Oh, das ist keine gute Idee. Was macht der Träger da? Oh mein Gott! Aufrecken! Was macht der da? Das sieht nicht gesunde aus. Hey Jungs! Oh. Habt ihr Lust? Ich fahr mein Auto weg. Darauf hab ich gar keinen Bock. Traktorfahrer, kommt die da mal weg! Wir haben eine Panzer geholt! Aber der Trägerfahrer war eben noch nicht da. Ich glaub, wenn der das geschafft hat, ist er auch nicht. Ich komm mit. Wir schauen mal! Willst du echt versuchen? Ja. Okay. Aber wir müssen beobachten. Ja, ich will das sehen. Omi, versteck dich hinterm Auto! Los! Ihr schafft das! Ich zähl auf euch! Hahaha! Dieter, bist du ein Sheriff? Nein! Ist das Polizei? Nein, Police! Oh, nicht in die Hände klatschen mit Knarre. Wieso, passt hier doch gar nichts. Na ja, schießt du die in den Vorsicht. Ach, Quatsch! Oh, oh, oh mein Gott! Hab doch gesagt! Oh, ich pack die weg! Versicherung! Alles gut! Code 4! Versicherung! Ach, Ronny? Ja! Pum hat schon von uns Knie! Hallo! Es ist unbedingt besser, aber jetzt komm ich nicht mehr ran! Jetzt ist ne Treppe im Weg! Okay! Lass mich mal fahren! Ippleppi aber happy, würde ich sagen, der Rusty! Soll ich gegenspringen? Räten sie vom Panzer zurück! Ronny, geh weg vom Panzer! Und siehst du erschossen! Geh weg vom Panzer! Hallo! Alter, das ist da unbedingt besser, ne? Nicht wirklich, aber versuch was wert! Ich höre das so, ich so! Was sagst du? Mich hier, der Dude und dich! Auch! Wir gucken grad Desepticon vom Pink Age! Ein was? Ein Desepticon! Ah, verwandert er sich grade? Das Auto von der Mana da! Ich schau mal auf der anderen Seite, ob ich rankomm! Ah, nein! Das ist sicher! Ist das ein Tornado! Das musst du dir angucken! Ist das ein Tornado? Der fährt jetzt heute nicht die Treppe hochfahren! Komm her! Ja, äh, Ding! Das ist kein Jogelader! Das sagt er nicht! Hast du die Nummer von diesem Juri-Typen da? Ja! Aber ich weiß nicht, ob ich die abgeben darf! Ach so! Ja, wenn du das dann machen... Warum? Ja, weil ich bräuchte... Ich müsste mal was klären mit dem! Was denn? Ja, geht um... Können Sie sich da vorne mal auf die Band setzen? Ich sag dem Bescheid, dann gebe ich dem deine Nummer! Ja, oder so! Ich danke dir! Oh, warte! Wo bist du überhaupt? Ja, aber dann sind sie ja wirklich das Orakel! Okay, bis gleich! Jo, bis gleich! Was? Wer ist die deine Karte? Das Oma Turtle! Das Oma Turtle! Das Oma Turtle! Also die Mörder, wenn sie sich da auf die Bank setzen, dann habe ich wirklich das Orakel im Gesicht! Ich habe doch gesagt, Morpheus ist nicht hier! Ja! Lass mich mal Panzer fahren! Nein! Ohne Panzer! Nee! 50 Dollar! Du rennst dagegen! Das ist sehr eng da drüben! Ja! Ja, nee! Dann lassen wir es! Jo! Gut, du weißt Bescheid! Alles klar! Danke! Ja! Hast du ein Foto gemacht von dem Einsatz? Das war ein Einsatz? Oh Mann! So wäre das nichts mit dem Geld! Hä? Das muss dem Tracker eingetragen werden! Das ist doch kein Einsatz! Ähm... Das ist unten! Das ist da vorne! Was? Äh... Ja! Ich meine, ja! Ja, ja, ja! Kannst du mir die Zukunft voraussagen, Orakels? Ja, wirklich! Willst Fetschke irgendwann mal wieder im Angebot kommen? Oder nicht? Wann was ins Angebot geht? Komm, Fetschke, mal wieder im Angebot! Was ist das? Was zum Trinken? Geste Woche! Das ist aber Chemie! Boah! Also, das ist ja nicht unbedingt schlecht! Das ist bestimmt Konsequierungsmittel drinne! Seht ihr den Decepticon? Das besucht ihr uns gleich am Krankenhaus am Alten! Mach den mal weg! Bischer? Mach mal weg! Ja! Ui! Ach so! Ich riskiere mal! Das sieht nicht so gesund aus! Ich würde umgekehrt mein Leben riskieren, wenn ich mich um den Decepticon kümmere! Ich könnte Bumblebee anrufen! Habt ihr einen Direktor? Ich habe vieles! Gib mal! Bitte! Wir sollten, glaube ich, nicht auf der Straße stehen! Ja! Nein! Ja! Ist das Ding? Ist das hier von der Mickey Maus? Wird man die Leute sagen? Wer? Die Dame da mit dem Turban, ist die von der Mickey Maus? Das ist das Orakel von Matrix! Putt, putt, putt! Sag mal, bist du von der Mickey Maus? Nee! So! Du bist unheimlich witzig! Ich lach morgen nochmal darüber! Danke! Danke! Hey, Onkel! Versuch mal Megatron zu diesem streicheln immer ein bisschen! Nein! Guckst du die Omi? Äh, ich... Du Arsch! Oh Gott! Das kommen die Treppe hoch! Äh... Fuck! Geht doch! Fuck! Nee! So wirklich! Das ist die Omi, Spinner! Was? Nein, die Schauspieler! Ja! Ach so! Ja! Also! Ja! Ja! Der Herr von Dali! Äh, was ist das los? Lass die Omi einruhe, du Arsch! Ach so! Sorry! Ich wollte nicht gemeinsam! Hat für einen Schlüssel für diesen Wirbel! Sonst melde ich dich beim Einwohnermeldamt! Alter! Nicht schon wieder immer die Probleme mit den Papieren und so! Nee, wir haben das nicht unser Auto! Ich bin amerikanische Steuerflüchtling! Das habe ich noch kein Mercedes außer euch jetzt! Ja, das Ding ist, also ich finde das Auto steht hier ganz nett eigentlich nur, aber... Okay! Ich finde Megatron transformiert sich gerade, also seit... Ja, aber der hat vergessen wie! Ja! Ähm... Wir müssen zum Friseur nachher noch! Du meinst wegen dem Job, ne? Mit den Herrn Juri? Jaja, zwei, also das und noch was anderes. Also ich werde auch was von dem. Ich kann mal den versuchen! Aber ich... Äh, sind die Gangsters? Äh, wir sind tatsächlich echte Gangster! Oh! Ich bin der Ara von Obochaka! Hallo Herr Juri! Was für ein komischer Zufall! Oh! Wir sind Goodlife-Bowlers! Ja! Ich hab den Rasenmeerhahn gesehen! Hallo kurz! Ja, ich... Ich wollte mich mit dir treffen wegen den Schlüsseln! Wir sind vom Pinkaj! Vom Pink... Pinkaj! Oh mein Gott! Hoi! Ja, bist du ja tot? Äh... Kommst du her? Ähm... Ja, wir kommen vorbei! Bist du mit Herrn Slava? Ist ja... Nein, nein, nein! Der ist noch, äh... Möchtest du, der ist offen? Nein! Bleib einfach hier stehen jetzt, Ronny! Okay! Alles klar, bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Okay! Dann... Ich sag mal den... Dieter Bescheid, dass das... ...gezähnt wurde! Ich hab das... Ich hab das Auto gezähmt! Aber dann fällt alles raus! Tut's nicht! Ja, das sieht halt aus wie ein Smart jetzt! Und wir... Die Reifen gehen nach innen! Das... Das Auto wurde gezähmt! Alles ist in Ordnung! Alles in Ordnung? Ja! Wunderbar! Freut mich! Das haben die zwei Kriminellen hier gemacht! Ja, sehr schön! Wollte nur Bescheid sagen! Nicht, dass du nur einen Funktionen kriegst! Nee! Sag nicht Goodlife-Bowlers! Dann übergreifen uns doch den Heli selber vor! Achso! Nee! Okay! Ja, danke! Weiß Bescheid! Tschau! Hey, ähm... Peanut! Herr Nuri kommt her! Oh! Wenn wir das nächste Mal einen Heli klauen, sollen wir dich abholen? Was für ein Heli? Ja, so ein Buzzard! Wir haben uns einen Buzzard geklaut! Wieso? Wir haben die Swatla rausgeschossen und einen Buzzard geklaut! Ich rufe die Polizei! Ja, das ist schon verjährt! Sind das eure Freunde da? Ich habe keine Ahnung! Das ist ein hässlicher GTA auf jeden Fall! Und nicht, dass wir auf uns schießen! Das ist dann bestimmt schaulich! Ah, das ist ein Spanner! Ja! Ähm... Herr Nuri kommt her! Bitte, bitte! Können wir jemanden Polizeiklamotten kaufen? Äh... Welcher? Keine Ahnung! Ich habe irgendwas! Ja, welche? Keine Ahnung! Was ist das? Was ist das? Welche? Vom Arzt! Ein Städtiskop oder so! Hast du aber keine Polizeiklamotten? Ja, ich habe nur eine Bundeswehrmütze! Bundeswehrmütze? Ja! Ich habe eine Bundeswehrmütze! Die ist für ein Barett! Zeig mal! Setz mal auf! Habe ich eine dabei! Achso! Versteckt! Wie lange braucht der Juri her? Der ist auf dem Weg! Ich glaube, der ist auch in der Stadt! Achso! Ja gut! Weil... So lange haben Levi nichts nicht zu helfen! Ich müsste leider mal kurz in der Bude auf ein paar Sachen regeln! Willst du nicht noch kurz warten? Ja! Ich bleib jetzt kurz hier noch stehen! Warum hast du jetzt kurz hier noch stehen? Habe Oma? Bimchen! Ha? Kennt man sich? Nee! Okay! Lass die Oma in Ruhe! Ich frag doch mal nicht! Ich seh schon wieder deinen heißen Blick auf wie sie! Ich kenn dich doch! Wer liegt an meinem Fashion-Anzug heute? Da seh ich glatt 30 Jahre jünger aus! Grüße! Warte mal! Was meinst du? Wollt im Kopf herum gucken! Auto zu! Ich spring mal gegen! Ich bin Mörtel! Ja! Und du? Ich bin Levi! Ah ja! Levi wie die Jeans? Oh Gott! So wie Levi Ackermann! Oh come on! Oh come on! Oder wie der Levi Körperchen Demenz! Da und da hat man Bekanter gelitten! Ja! Hm! Nicht schön, ne? Nö! Er wurde ziemlich aggressiv! Und er hatte immer alle Leute im Fliegerheim verprügeln! Dann ist er wie nippelt! Er hat wen verpugelt! Nippel! Er ist so ein alter Bekackter! Guck mal! Ich möchte was schenken! Ja! Ganz komisch! Hier! Cool, oder? Geht wie ne 1! Passt zu meinem Outfit! Echt gut! Ja! Oh! Oh! Ich bin gleich da! Wir sind uns sozusagen unterwegs! Okay! Aber du bist in der Stadt, ne? Ja, ja! Ich bin in der Stadt! Okay! Bis gleich! Bis gleich! Wie sind die? Wurde er geschossen? Ja! Schnell in Deckung! Hab nix gesehen! Hallo! Wie findet ihr das Kennzeichen von dem Auto? Das hab ich dir! Man steht da drauf! Eigentlich muss das doch Ruleplay heißen! Grollenspieler! Wie stehst du auf Grollenspieler? Sind das Freunde von dir? Das sind Freunde von mir, ja! Hallo! Das ist einmal der Jakomo! Hallo! Und das ist die... Das ist der Arya Stark von den Game of Thrones daneben! Ja, aber Hammer! Ja, ja, ja! Ist das 2-Pass? Man kann so und so sagen! Ja, ja, auch, auch, auch! Oh, das Auto passt zu meiner Jacke! Wollen Sie eine Runde damit fahren, die Dame? Nee, danke! Das Auto passt zu deinem Arschloch! Ja, guck mal! Oh Gott! Ja, guck mal! Ja, guck mal! Er hat den Kompliment gemacht! Er sagt, du hast einen wunderschönen Part in den Arsch! Ja, 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 ja! Das ist frisch gebleached! Naja, aber das Arschloch-Bleaching ist, äh... Hallo! Halte die Klappe, du! Warum? Was redet ihr da? Ähm, warum sind sie da in der Hocke? Ja, guck mal! Da wurde grad geschossen! Die Ballen! Ach so! Ja, dann passen wir lieber auf! Für eure Sicherheit hier! Genau! Ja, ja, ja! Wir sind der Panzer! Aber der hat genau so angeschön! Komm mal! Ein volles Pinsel wird verkloppt! Ich bin erschossen! Warum? Weil der geklaut hat wieder! Von weh! Richtig so! Verdammt! Oh, es geht ja auf die Knie! Ei, ei, ei! Das tut weh! Oh, Jui, kommt jetzt her! Ja! Ist egal! Geht gar nix an! Warum? Schmutz bleibt Schmutz! Ähm! Was reden sie so denn? Noch einen, wo... Juuu! Luca, warum beleidigen deine Freundin, nicht mich zu sagen! Wer ist denn Luca? Mein älter Schuhfreund! Der hat ne Pupkejacke an und sitzt zuhause auf dem Sofa! Ja! Ja! Der überlegt sich noch, wie er in die 3XL reinwachsen kann! Ja! Oh! Soll ich dir mal ein paar Kekse von mir mitgeben? Und schick die Jacke doch einfach dem Mann mit dem Hut! Ja! Und schick am besten den Kimulu zurück! Das passt von der Statur! Ja! Ja! Möchtest du dir die Content Creator Jacke von PUBG gerne schenken? Nee! Ich hab mir grad ein neues Hemd gekauft! Sieht gut aus! Sieht gut aus! Danke! Welche Farbe hat das? Blau! Ja! Blau! Ja! Blau! Aber hast du nen kleinen Rot schon drin? Ich wollte grad sagen! Gar nicht! Du hast so n bisschen Rot mit ner 24! Aber die 24 ist wahrscheinlich nur, weil du das Schild ein bisschen oben rausgucken hast! Aber die Frage ist doch, ist es schwarz-blau oder weiß-gold? Schwarz-Rot-Gold! Nein! Kennst du das nicht? Das Kleine! Kommt n Herr Nuri! Ha? Herr Nuri! Achso! Der Ruski! Ja, der aus dem Elbenwald! Ah! Ja, 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 ja! Ja, ähm! Vertreiben sie mit dem Herrn! Das geht nicht, wir wollen jetzt ein paar Hellfeiler kriegen schauen! Aber wir kriegen noch zwei! Auch ein oi 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 oi! Das stimmt, da ist nur einer, ne? Ihr müsst immer lieber nach der Traktobeschichte fragen! Ey, Onkel, wer ist denn das denn im Auto? Wir haben auch für'n Auto! Äh, Raupe! Kennst du nicht... Was ist mit dem Auto? Das ist... Ja, das Stammchen kommen mir gerade vor! Das Jakumo, das ist ein alter Freund von mir. Und daneben sitzt Arya Stark, das aus The Game of Thrones, das ist eine berühmte Schaustellerin! Die Sexszene von Arya Stark war nice. Was? Arya, hast du, ähm... Die mit dem Centaurus? Mhm. Mit dem, mit dem Nachtkönig. Oh, da kommt Herr Nuri, glaub ich. Oh Gott. Ihr... Ui... Ui... Was? Was? Ähm... Was sind aber hübsche Autos? Ich glaub Herr Nuri hat Securities. Oh Gott. Seit wann das denn? Oh, guck mal. Da ist Willi. Schon wusstest. Da ist ein Witze-News-Auto. Nein, das ist der Willi. Ja. Die Witze-News sind auch dabei. Ich wusste gar nicht, dass der 27... Hallo, wir haben die Securities. Privet, bitte. Hallo. Oh, schön. Das ist aber ganz schön viel Securities. Schön zu kennenzulernen. Hallo. 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 Hallo Roni. Alter, wild... frische Fahrzeuge. Herr Nuri. Das ist mein Kumpel. Herr Nuri. Ich grüße Sie. Der Schauspieler. Ja, grüße, grüße. Schauspieler ist immer gut. Ja, wie gesagt, Stacknamen, Operationen und so weiter, ne? Ah, okay. Ich fühl mich richtig sicher. Ich fühl mich richtig sicher. So, Mädels, wir sind wieder weiter, ne? Mach dich gut. Ja. Vorsicht von den Kfz. Mach dich fort, deine Cringe, Junge. Mach dich fort, deine Cringe. Opa, Willi, siehst tough aus. Park, Sam. Sieht voll tough aus. Alter, du siehst aus, als wärst du Marineoffizier im zweiten Weltkrieg gewesen. Du siehst ja gut aus heute, Willi. Oh, Mama, Mötte, wie läuft das? Alles klar. Gut, gut. Was will der denn? Was ist denn los? Oh, der soll zum Teil. Oh, der soll zum Teil. Ich lebe auch noch. Danke. Ein Rasenmäher, ne? Ist hier was umsonst? Ja, ich weiß nicht genau, welcher Schlüssel jetzt von den vier passt. Hey, wir kriegen zwei. Ich hab noch mehr. Hier haben wir auch noch einen. Ich glaub, zwei. Welcher vier macht? Ja, anderen Rasenmäher müssen wir noch besorgeln. Oh, schreibe ich dir nicht so. Danke. Ich würd jetzt so coole Sprüche machen. Mit einem Auge zwinkert deine ganzen Securities tot. Was macht denn das Weeziness hier? Ich will echt keinen nicht in einem Beitrag. Das ist eine Live-Berichterstattung. Die Security muss aufpassen auf Megaspron. Da steht da, dass der... Also ich hab... Ich hab gar keinen Bock auf die Zeit angehören. Ich sag jetzt, so wie es ist. Alles gut. Deiner Beitrag? Ja. Ist dein Security bewaffnet? Ja. Ach du Scheiße. Sagen wir mal gucken, ob die reagieren? Mich wundert, dass du noch nicht geguckt hast, ob die Kofferäume auf sind. Hab ich gestern schon versucht. Die sind schon. Das würd ich eventuell... Würd ich eventuell unterlassen. Ich wette mit... Ich werde jetzt was testen. Oh mein Gott. Ui. Ei, ei. Oh mein Gott. Boah, der hat den fast getötet einfach. Das wär schön, dass ich gewesen hätte, der den überfahren. Ui, ei, ei. Ui, wir sind hier echt ungünstig, ne? Ja, Nuri, wir sind hier echt ungünstig, ne? Tauscht mal Nummer wegen dem Ding. Ja, genau, komm, gib mir mal gerade eine Nummer. Ach, ich geb dir meine. Ach, so, ja, von mir aus. Ähm, ähm... Und tschau später. Boah, wo hast du? Oh, 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 oh. 555. 129. Ja? 4276. Wir sollten abhauen. Hast du irgendwie so einen coolen... Soll ich dir mit Yuri entsprechen, oder hast du irgendwie so einen coolen Namen, wie ich dich einsprechen soll? Ja, ich schlaf heute das erste Mal oben. Ja, super. Nee, ich kann mir alles merken. Ich hab für jeden solch coolen... Hast du den Schlüssel? Ja. Kannst du mir einen nachmachen? Weil dann kann ich vielleicht die Tage direkt mal da rumgrusen. Ja, mach ich jetzt. Okay, danke. Dann... Telefonieren wir nachher nochmal. Schnell weg jetzt, aber scher ein. Schnell weg jetzt, aber scher ein. Ja, ja, ja. Von der Straße runter. Komm, wir hauen ab! Ähm, Yuri... Der Yuri entweder andere Seidenstraße oder auf Bürgersteigen. Ja, wir fahren jetzt gleich direkt. Die Straße ist scheiße. So, wir hören uns auf jeden Fall so Sachen, wir sind eine Zeit, dann melde dich bei mir. Wir hören uns auf jeden Fall. Ja, ich melde dich bei dir. Alles klar. Hau rein, ruhig. Ja, priviert unser. Tschüss dein Yuri. Für Oma Mörtel. Schon so kein Luxus, Levi. Wir hauen ab. Wir müssen Schlüssel machen. Ich wünsch euch was. Wir machen uns mal lieber. Wir müssen mal kurz die Biene ärgern. Wir hören uns. Bis später. Ja. Der 86er. Das steht natürlich nur für unseren Bauchumfang. Wir werden einberufen, Ari. Alter, mach dich. Scherz. War eh nix so scheiße. Boah, wie viel Security hat denn Herr Yuri. Und Wiesel News. Au dabei. Guck mal, der merkt nicht, dass sie fahren. Ja. Der ist eingeschlafen. Hat wohl Spaß bei seinem Job. Also wenn ich an deinem Stelle würde, beim Herrn Yuri nix mehr klauen bin, soll. Hm. Hallo. Oh. Guck mal. Wir müssen kurz. Wir müssen kurz nach Hause fahren. Ich muss gucken, welche Schlüssel vom Rasenmäher ist. Ich muss nachmachen. Oh. Fahren wir dann nachts im Frisor an? Ja, können wir vor. Oh. Oh. Ich lass mich jetzt durch. Hallo? Nö. Nö. Warum? Darum. Warum? Darum. Warum? Darum. Wie. Wie teuer? Wie teuer? Teuer. Teuer? Fünfhundert. Okay. Ja, du dann. Ja, Arschlecken. Wer? Tja, du wolltest hin. Tja, du wolltest hin. Tja, Tja. Ähm. Wie teuer? Bescheid der? Ah ah. Tja, ich hab ja ganz mulmiges Gefühl. Tja, ich warte nicht. Tja, Tja. Tja, Tja. Tja, Tja. Tja, Tja. Okay. Bye. Oh, ich habe einen Lohn vom Taxi. Ja? 25.000. Musst du zahlen? Äh, ja. Warum? Ein Unfall. Bist du verunfallt? Ja, aber ich wurde gejagt. Von wem? Keine Ahnung. Da ist hinten. Danke, dass wir in vier Friseuren vorbeigefahren sind. Stimmt. Ja, Oma Turtle hat doch nichts gesagt. Wir haben schon wieder vergessen. Ja, alles gut. Wir haben mit Zeit. Ich mag das Tor hier nicht. Warum? Weil das zerkraftet Auto. Was denn? Guck mal, da oben ist mein Rasenmäher. Nee, das ist eine Baggerraupe. Ja. Meine Baggerraupe. Ich guck mal nach, Hashi. Ja. Okay. Hau rein, Loser. Okay, wir müssen Schlüssel nachmachen. Ich weiß, das ist ein großer Fehler, aber du kriegst von dem auch schon Schlüssel. Oh, oh. Danke. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ähm, erstens? Du musst mir auf unsere allerbeste Freundschaft versprechen, dass du keinen Unsinn baust. Okay. Wenigstens nicht so großen Unsinn. Alles klar. Ja? Ja. 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 Kann man irgendwo? Gibt es ihnen einen Schlüsseldienstpinsel? Von dem? Oh. Hast du den, Hashi-Shelz? Ja. Tu den doch unter deinen Turmball. Nee, den will ich ja gleich absetzen. Hier, guck mal. Komm den mal wieder, den Kleinen. Warum gibst du mir den Zeichen mit dem Ausfall? Ja. Ach gut. Du hast den aus dem Teich genommen und du nimmst den jetzt so mit. Ui. Das ist aber viel Verantwortung. Dann tu den wieder im Teich holen. Geh mal her, Oma. Kann ich nicht mitfahren? Nee, den soll ich nicht mitfahren. Okay. Ja, war frech. Ui. Oma, 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 Oma. Ja. Geh mal her. Pass auf, das wird ein Dreier. Hör auf. Nein. Nein. Ich hab den aber auch. Hätt er den Hashi geschmissen, hätte ich gewerbert. Die Oma hat ihn. Gehen. Du bist nur ein schlechter Freund. Wow. Wollt's dem Hashi schwell tun? Buschisch. Komm, gibts nur einen Schlüsseldienst irgendwo pilzen. Gibts nur einen Schlüsseldienst? Ja. Wo denn? Beim Kies. Beim Kies in Kinestown? Ja. Ja. Ah. Hui. Komm, Mami, wir müssen Schlüssel machen. It's all right. Hm? Why do you have to be mad? Der schöne Rasen. Das kann Willi erstmal neu machen. Wir wollten doch ein Auto für dich kaufen, Pinsel, ne? Pinsel? Welches? Ach ja. Ich weiß, ein Auto für dich. Was war eins? Ein Chibowek. Was ist das? Was ist das? Das ist ein super Sportwagen. Oh oh. Den kannst du gut tunen. Mit Kampffolder. Was ist denn? Gibt's denn nicht so eine Schüssel, wo du so ein Windel draufmachen kannst, was zu dem Roni passt? Was ist denn ganz durch ein Pin oder sowas? Ich verpasst schon wieder die Sachen. Will du verzeiht mir eigentlich. Ich fühl mich so verrückt. Mit so wilden Sachen. Ich lese sofort gleich vor. Was? Was, Ober? Mama, was ist los? Nein. Hast du schon wieder Kräck geraucht? Nee, du? Nein. Fürs Auto gibt's doch Vinyls. Du kannst doch kein Scheinblatt auf dem Auto tun. Ja, diese Klebefolie meine ich. Ja, Vinyl. Ja. Ja. Hab ich doch gesagt. Naja, ob's da vielleicht Milch gibt, die so richtig gut zu dem Roni passen. Okay. Ja, erleg doch mal. Doch, ich kenn ein Auto aus dem Automagazin. Der hat nen, der hat nen Anime Vinyl. Welcher? 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 Das ist Comics. Ah! War ich n' Trickfiguren? Ja. Ich weiß nur nicht mehr grad, wie das Auto heißt. Oh. Das ist aber ein Zweisitzer. Wer? Das Auto. Davon wohnt Kies, ne? Ja, links. Ja, jetzt gleich. Ja. Wo kann man die Schlüssel nachmachen? Hm. Grad aus. Wie heißt denn das Auto jetzt nochmal? Wolltest du grad abbiegen? Nee. Deswegen die nächste links und nochmal links. Ui. Ui. Passier dich, Cock-Sucking-Ass. Ich hoffe, das hast du jetzt nicht laut gesagt. Da. Das trault er sich doch gar nicht. Das hat mich in Angst gehabt. Oh. Cock-Sucking-Ass. Oh. Da können wir noch einen Schlüssel machen. Oh. 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 Oh, das ist jetzt wym. Oh, oh. Oh, was ist das? Eh, ey, ey. Beifest du? warum nennst du mich so bei mich so frech ich habe einen pinsel dabei der tritt ich auf dem leben ich bin im ruhestand dann muss ich wieder schaffe schmerzen ja da gehörst du hin ach mal ich schmelze dich gleich eine klappe klappen sie immer niedergeschrecken was hat er gesagt ich habe verstanden jetzt schon gesagt dann muss ich den rasenmäher anmelden gehen aber kann ich den anmelden wenn er nicht mehr gehört wenn ich nicht die fahrzeugpapiere habe ich glaube nicht nein habe ich die fahrzeugpapiere und unterlagen ist nichts was ein loser chef ich habe heiß wie ein bisschen ich kann schlüssel nachmachen vom rasenmäher wie viel brauchst du mhm so fünf oder so mach ich dir nach und lasse die zukommen nachher ok was ist eigentlich mit twinkies ja also ich warte drauf dass der arzt das go gibt dass wir sie rüberpflegern können hat die schon noch mehr verlangt zum kuscheln also nicht dass ich wüsste aber ich kann mal nachfragen ok ok dann weiß ich bescheid bis später tschüss 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 ok dann macht uns welche nach ok ich will mir schon wieder so als hätte ich irgendwas vergessen hm Friseur genau Friseur stimmt Friseur und Auto kaufen Auto Ist dir denn der Name eingefallen vom Auto ja wo reich Ja. Oder ein... Und ein Viersitzerbrücher auch. Ja, Treppbrücher ist ein Viersitzer. Oh. Dann guck mal im Autokatalog. Oder wir fahren nach links. Autoladen. Vielleicht haben die eins günstig da. Nach Zirkelgras. Okay. Hm. Oder du kaufst ein Neubau. Ah, ist aber teuer. Pff, pff. Egal, das ist für die Kaspi-Scheiß. Gut, frag mal Willi, wo man den kauf kann und welchen Autos. Was hast du, Oma? Echt? Warum? Warum? Weil man dir meinen Fingermund... Es ist ja nicht so weit. Nein. Gebst du? Doch, ich. Was hast du? Alles gut. Soll ich zum Krankenhaus fahren? Nein. Musst du ihn binden? Nicht. Alles gut. Die Träger hat funktioniert. Hast du gehört? Ja, ja, das ist meine Schulter. Was ist mit deinen Schultern? Die hat schon wieder gequietscht. Die hat gequietscht? Ja. Kauf dir mal eine Tube wie die 40. Ja. Und Viagra hilft dir mal, habe ich gehört. Ja, bei dir vielleicht. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Was sind die Chips? Die Chips. Chips sind Fisch. Ne, Fisch und Chips. Chips sind fresh. Wittst du in... Ach, du nicht. Warte mal, warte, fangen wir zurück. Warum? Da ist mein Haus. Wo? Da links mit den Schaufenstern. Croc. Hier hast du deine gekauft. Ja. Croc Coop. Was ist denn beim Friseur los? Oh, Mann. Oder für verschiedene Rückwärts, Alter. Und? Darf man hier parken? Ja. Nein. Doch. Doch. Mach mal einfach. Hm. Ich komme sofort nach. Sonst vergesse ich das am Ende wieder. Swilchon. Dankeschön für die WeSupp im Zweiten. Und Northway. Dankeschön für den Prime im Einsen. Und Hukulu. Und Dampfbock. Dankeschön für den Prime. Supp und Herzlich Willkommen. Und Ignell. Dankeschön für den Prime im Siebten. Und auch Hukulu. Und Chynix. Eins, drei, drei, sieben. Dankeschön für fünf gifte Zaps, mein Lieber. Vielen lieben Dank, Mann. Tefrausch. Dankeschön für den Prime im Sechzehnten. Das Ghostie. Dankeschön für den Prime im Dritten. Und Schnürsenke. Ohne L. Dankeschön für den Prime im Sechsten. Und Big Boy Prey. Dankeschön für den Prime im Siebten. Und Taxi Man. Dankeschön für den Prime im Siebzehnten. Und Asaris. Dankeschön für den Prime im Sechsten. Und Gamers. Dankeschön für den Prime im Achten. Also könntest du momentan das eher schwierig mit zuschauen. Aber ich hoffe, du genießt das CD-Gamer. Bis später. Und Timmer. Dankeschön für den gifte Zappern. Maike. Ich weiß. Ich liebe den CVP. Ein, dann hätten wir. Was ist denn das hier? Achso. Dankeschön für euren Support. Für die Zappern. Tschüss. Für die Zappern. Handbremse. Handbremse. Schnell der Polizei. Danke. Und, Domi? Ja. Sieht wieder fresh aus, ne? Ja, ziehst du nicht deinen Hut an? Den grünen Hut, der passt doch gar nicht. Weiß ich nicht. Geht doch, der sieht fresh aus. Aber doch nicht zu dem Obertreihe. Na klar. Ja, dann bin ich heute ein bunter Vogel. Bist du immer. Ach, guck, guck, guck. Weiß ich, Schabrake. Oh, guck, 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 guck. Wie, guck, 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 guck. Hier gibt's keine Ruhe. Wir sind nicht bei Admiral Ribeiro. Oh. Und, und du? Ja. Und Schuhe hierhin? Ich weiß nicht. Für mich soll ich denn schon irgendwas vergessen. Hm. Lassen wir uns überlegen. Auto kaufen? Stimmt. Siehst du jetzt, wo du es sagst? Aber wo, wen können wir fragen, wo man, in welchem Auto man das bestellen kann? Warte, warte. Auto kaufen? Ja. Pinky abholen? Pinky abholen? Ja. Na ja, warum? Der hat gar nicht angerufen. Oh, der hat auch geteilt. Der hat auch gesagt, wenn der Arzt ein Go gibt, darf die von der Insel kommen. Oh. Der hat ja auch keinen Telefon. Ja. Kiff mich. Was war das denn? HSW-O-Ausstoß. Mein Bruder. Musst du ein bisschen kichern? Ein bisschen. Was machst du? Wer? Du. Was soll ich machen? Ich würde gerne mit einem beschissenen Schalen mal loswerden, mein Bruder. Meine Güte. Warum? Der nervst mich. Aber du hast heiß, wie man hört es. Nö, nö. Du hast heiß, wie man so viel gelutscht hat. Das hast du gerade gesagt. Was? Hat der gerade gesagt? Ja, habe ich gesagt. Was? Eis. Vanille und Schrazidella. Ja. Okay. Komm, wo fahren wir hin? Ein Auto, dachte ich. Ja, aber welches Auto? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht weiß der Herr, dass der vorne. Ja. Ongeloo. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sie sehen sehr reich aus. Haben Sie Ahnung von Autos? Nein. Kommt drauf an. Nicht wirklich. Also ich nicht. Bye. Okay, dann danke schön. Gerne. Oh, Graugummis. Die kannst du doch eh nicht mehr kaulen. Ja, für der, ich dachte ich. Und für den Ronny. Ja, dann zieh mal ein paar. Aber ja, schon. Hab einen Paddy eingeworfen. Ja, dann geperl den Bum-Bum. Oh, warte. Was hat denn der schon wieder gemacht? Danke. Oh, weiß nicht. Bitte. Boah, was ist? Der ist aber auch hyperaktiv, ne? Der hat bestimmt schon wieder ein Glas Cola getrunken heute. Ja, oder das heißt, steigt ihm zu Kopf. So viel Zucker. Ich bin echt ein gemachter Mann. Warum? Ich komme aus Arizona, bin voll das Lime-Dye. Ich fahre einen schönen SUV. Hab coole Freunde. Hab ein cooles Haus zur Miete. Hab meinen Twinkie. Ja, meinen Twinkie. War schon noch mal im Urlaub. Hab einen Job. Hab sogar noch einen Job. Was? Mich, hallo. Ich sag doch, ich habe coole Freunde. Aber welchen Freund, den muss ich mal eigentlich schon nennen. Und einen allerbesten Freund. Und 70.000 Spielschulden. Könnte ich besser los. Oh, ja, da war ja was. So, zu welchem Autohaus? Oder so wie nach Zirka? Ja. Ja. Ich dachte, gebraucht. Wagen hin, da ist die beste Idee. Okay. Der hat Ahnung. Guck mal, ich weiß sogar, wo das ist. Oh, oh, shop rauf. Oh, oh. Wir verpetzen euch. Ey, das ist nicht gut. Ihr dürft das nicht aufbrechen. Oh, dass ich nur eins zahlen will, oder? Ich hab das genau gesehen. Die Vorteile, ne? Jukula mag ich vor. Der wollte nur was eins zahlen, deshalb auch drei Brechstangen in der Hand haben. Oh, ich. Plus die Brechstangen von seinem Kumpel. Was ist mit der Pinsel? Oh, ich muss irgendeinen Tee kochen für mein Hals. Dann geh doch lieber nach Hause. Mach das nicht. Ich bin nicht auf den Sack. Geh du, Mensch, auf den Sack. Okay. Du Hunde Knochen. Dein Patronus ist ein Schwanz. Was ist ein Patronus? Das ist ein Zauber, ein Schutzzauber. Ich vermiss Twinkie. Kennt ihr diese komischen Karten mit dem Schaf drauf? Ohne dich ist alles doof. Biene doof, Wasser doof. Ohne Twinkie ist alles doof. Oh. Obwohl, eigentlich hätte ich jetzt Zeit, mal auszuraten. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Oh. Ich liebe dieses Gefühl, wenn man runterfährt. Oh, Matschimeterlänge im Bau. Ist hier überhaupt Deiner? Nö. Ich seh keinen. Warum fällt denn der so schnell rückwärts? Hat der ein ungebautes Tuning eingebaut? Warte mal. Findest du auch, oder ist der Pinsel heute besonders komisch? Er ist sehr aufgedreht. Der ist ganz komisch. Man hat irgendwie das Gefühl, dass der nicht erwachsen wird. Der wird nicht ruhiger. Der ist irgendwie in diesem matten Munde hängen geblieben. Der sollte einfach weniger Eis lutschen. Der sollte allgemein weniger lutschen. Ja. Das gehört Ronny, dass ich mir so viel lutschen. Wenn du jetzt die Scheibe kaputt machst, ne? Gut. Dann lass mal nach Dings fahren, wo wir das auf dir gekauft haben, bei dem Auto. Also nach oben. Okay. Ja, oder? Ich weiß nicht. Wo wird es schon zu kaufen sein? Okay. Dann los. Ja, ich fahr vorsichtig. Pass auf, dass du dich rückwärts rollst. Nee, das Auto hat richtig Power. Willst du mal fahren, Omi? Nee. Doch, glaub mir, das ist schön. Oh nee. Das ist so ein großes Auto, das mache ich nur einen Unfall. Nee, da kannst du keinen Unfall mitbauen. Oh. Ich hab dich noch nie so langsam gesehen. Was? Ich bin ein Role Model. Ach ja? Ach ja? Du musst auch schlagen jetzt weiter. Oh, ich schneide mich lieber an. Déjà vu. Oh. Wohin? Oh, ist mal ein sehr schöner Sonnenuntergang heute. Richtig romantisch. Déjà vu. Oh mein Gott, Leute. Oh, ne schöne Rosenbusch. Das passiert, wenn ich schnell verpinsel. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Oh, ne. Ja, geh mal zurück, zurück, zurück. Ja. Ja. Ja, du Ember Soul. Fuck you, Rosenbusch. Fuck you. Genau. Ich fahr jetzt nicht mehr so schnell. Okay. Oh, das sieht echt schön aus, ne? Ja, sag ich doch. Wow. Jack, was sagt ihr zum Spiel? Mit dem Michelle-Filter? Wow. Kann man jetzt wieder fahren? Boah, pick. Du scheiße Pessimist, ne? Oh. Du Lutscher. Wow. Genieß doch mal das Leben. Ja. Ich genieße. Ja, tust du nicht. So ein Sonnenuntergang ist schön. Romantisch. Ja, kannst du ja mal mit der Oma zum Strand gehen, bis dein Rollator Händchen halten. Nee. Ha, nicht mal die will dich. Ich will gar kein. Wenigstens ist mein Gebiss in dem Glas zum Schlafen. Meint auch nicht. Das kann nämlich über Nacht drinnen bleiben. Ist das selbstreinigend? Oh Gott. Ist das von Bosch? Nee, das musst du putzen. Dann machst du es wieder rein. Dacht, es bleibt drin. Nee, das muss vorher natürlich geputzt werden. Das ist ja sonst voll eklig. Können die Zähne eigentlich von dem Gebiss auch gelb werden? Oh, weiß ich nicht. Bestimmt, wenn du zu viel Kaffee, wenn du zu viel Kaffee sippst. Aber ist es nicht von einfach einem Gebiss zu reinigen so? Also die Zähne so? Die dauert viel schneller, als wenn du richtige Zähne hast. Ich glaube, die können nicht gelb werden, oder? Ja, ich glaube schon. Meinst du das? Wie fühlt sich denn das an mit einem Gebiss? Merkt man den Unterschied zwischen seinen echten Zähnen? Ja, ja. Das merkst du. Echt? Du hast ja oben zum Beispiel... Ich will das mal rausgefahren. Ähm, ja. Ich glaube, warst du noch dabei. Letzte Woche beim Pini. Oh mein Gott, ich will das ganz schön. Nein. Da hat der Hund noch mein Gebiss geschluckt. Ich will nicht in die tiefen, dunklen Dungeons von Pinsel eintauchen. Der Hund, der den Otto-Toff geschmissen hat. Ach, das ist hier kein Quatsch. Erzähl in die Wahrheit. Du bist äcklich, Ronny. Also, nee, pass auf. Bei der unteren Prothese ist das gar nicht so schlimm. Aber die obere, weil das heißt, ja, auf dem Gaumen sitzen oben, weißt du? Wie, das sitzt auf dem Gaumen? Ja, Oma. Was, von Gott ist ja dein Gaumen. Ja, dein Ding da oben. Ja, dein Ding ist anders. Ein Boxer, der im Hals. Ja, was ist es zwischen deinem Oberkieferhaus da zwischen den Zähnen da oben? Ja, der Boxer. Was? Nein! Das ist doch der Gaumen. Der Gaumen ist das da oben, wo deine Zunge beim Sprechen immer gegenkommt. Und was ist der Boxsack? Der Gaumen, der Gaumen, der kann das gar nicht glauben. Und was ist der Boxsack im Hals? Was ist denn für ein Boxsack? Da hinten, da ist der Boxsack. Der Schäpfchen, Schäpfchen. Der Schäpfchen. Nein, das ist der Gaumen. Es ist der hängende Hoden. Nein, das ist nicht der Gaumen. Der Hoden. Oh, dieser, wow. Das ist schön hier. Einzel, der Boxsack ist der Gaumen. Das Schäpfchen. Der Gaumen ist das da oben, wo deine Zunge immer oben gegenliegt. So, weißt du? Ja, okay. Und auf jeden Fall sitzt da die Prothese oben drauf. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, ist komisch, ne? Ja? Hast du ja weiter? Nein, gibt es nichts weiter zu erzählen. Okay. Komisch? Komisch. Aber du hast dann perfekte Zähne. Ja, guck mal. Du sollst deinen Hals mal putzen. Mein Hals? Ja. Ich stink nach Brokkoli. Du bist jetzt nicht wirklich in die Gangsterkarrein gestiegen. Lass es sein. Was? Ei, 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 ei. Au, Herr Autoverkäufer. Wie hieß denn das Auto jetzt? Hm, Cheburik. Herr Autoverkäufer haben Sie Cheburik? Ich glaube, der hat sowas nicht. Wir werden was geschrieben. Ich schalte ein Motorrad. Der hat nicht wirklich ein Motorrad gefunden. Doch, da hinten stand doch eins. Doch. Okay. Nein, der verkauft keinen Cheburik hier. Aber dieser Sultan. Sultan RS, der hat dieses, ähm, der hat dieses Anime-Dings. Dein Schuld? Ja, aber das sind zwei Sitzungen. 154.000! Halt mal im Maul. Wie viel? 154.000 kostet. Oh, was? Nee, nicht. Will ich es kaufen? Nee, das sind zwei Sitzungen, ne? Okay. Und Elisi, der... Das hat der berüchtigte Rennfahrer Kai-Uwe Streuner gefahren. Den Sultan. Oh. Mit diesen... Warte, ich komme mal... Weiß er... Ja, ja, guck du mal. Sultan RS. Ja, ja. Kennst du Kai-Uwe Streuner? Kai-Uwe, Uwe Kai? Hm. Das war ein berüchtigter Autorennfahrer. Oho. Ja. Gib mir nicht. Hm. Der war zweifacher Champion in Lakeside Tuning-Tunier. Oho. Der hat 75 Mal hintereinander Gold geholt. Findet ihr das Auto cool? Den Sultan? Ja. Das ist... Also... Ich habe im Automagazin gelesen, da kannst du richtig viel dran, so... Tuning, ne? Der kauft... Der geht ab in die Luzzi. Hey. Kauf den jetzt. Ja, okay. Ich hatte mal einen Hamster, der hieß Luzzi. Luz... Ja, Luzzi. Luzzi! Oh, oh, wie hieß das Auto? Sultan RS. Ist es der? Ich lache, wenn das falsche Egen auf das... Nee, nee, das ist der Richtige. Ist es der? Ja. Da kannst du aber locker nur mit 200.000 Tuning-Steckenpincel, sag ich dir aber. Egal, habe ich. Das richtig dürfte. So, welche Ver-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer. Ich brauche noch einen Chevrolet, einen vier Süßer dann. Ich will den erst mal falsch machen. Ja, okay. Ich bin den der Hälfte voll süß. Was ist denn das für einer? Mit dir. Luz nochmal von Benny die Nummer. Eins, zwei, drei, sieben, ne? Oder wie heißt die? Schauf mal an. Schauf mal an die. Hallo? Hallo? Die Leitstelle des Lonely Gentlemen, wie können wir helfen? Was ist denn das für ein Auto? Tun die Autos? Ja. Okay, dann komme ich. Alles klar, es bleibt gleich. Tschüss. Ach, wir haben doch eine eigene Werkstatt. Ich kann es hier sehr... Oma? Ich habe es ins Handbuch geguckt. Michelle, ich schaffe einen. Oh, der ist voll schick. Wisch. Ui, so ein Feini. Fahren wir zu unserer Werkstatt. Okay. Weil da bekommst du eine Vergünstigung. Okay. Another one bites the dust. Ja, du bites the dust. Bist du fun? Warst du mit deinem Auto? Nee. Ja. Nö. Wir können aber ein Wettrennen machen bis nach unten. Sollen wir ein Wettrennen machen? Ihr macht dir mein Schub. Hey. Ui. Ja, du musst erst ein Zubelalter einbauen, du Trudel. Komm. Halsch fest, Umi. Ja, schneid mich mal an. Dann muss ich in meinen Spiegel gucken. Mach das nicht. Doch, ich muss... Guck mal. Ich muss seine Oberlippenhaare mal wieder entfernen. Die sind ganz schön lang geworden. Nein, färb die doch einfach. Wie, färben? Ja, du... Bei Bad Boys im neuen Film, der färbt sein Bart auch. Aber ich hab kein Bart, das sind nur ein paar Härchen. Du hast voll den Frauenbart. Das stimmt doch gar nicht. Du hast auch den Wookie. Nee, ich heiß nicht Kiescher. Oh, Kiescher. Ich hab mal so eine Frau gekannt, die hieß so... Die hätte so richtig gewarnt gehabt, wie die Frauen da in diesem Menschenzirkus, wo die ausgestellt werden. Das sah ganz schön schrecklich aus. Kiescher. Ja. Ja, ja, ja. Dude! Jetzt hab ich nur erworben. Von was? Mit dem Bide Dust. Another one Bide Dust! And another one... Another one... Another one Bide Dust! Dinn, dinn, dinn! Ja. Oh, die zieht uns ab. Fahr schnell! Boah, das ist schnell der Auto, ne? Pinsel. Ja. Schnell, ne? Ja. Ja. Aber ich dachte, der wäre sehr viel schneller als das Auto hier. Ich glaub, der gibt kein Vollgas. Ich glaub, ich muss ein bisschen tiefer legen, den SUV. Tiefer legen? Ja, dann ist der besser eine Kurvenlage. Aha. B. Ich dachte, so ist die SUV. Wie ist es denn immer höher? Weißt du, warum ich es so mag? Du fährst über den Hukulu und du merkst nichts. Du fährst einfach über den Hukulu und nichts passiert. Oh. Ich bin ein eingemachter Mann. Mhm. Mein Leben könnte nicht schöner sein. Was ist das schön? Ja, und du bist bald tot. Du hast dein Leben schon gelebt. Ja, aber ich sterb noch nicht so schnell. Meinst du? Nö, ich bin ja Quitsch, Fidel. Was bist du? Abgesinn. Ich bin Quitsch, Fidel. Der Diktator von Kuba. Was? Quitsch? Fidel? Ach so. Ich hab Fidel Castro verstanden. Nö. Riech mal mein, 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 mein. Ui, mein, ui. Meine Hüfte tun manchmal ein bisschen weh. Und ich hab manchmal schon starken Raucherhusten. Aber sonst geht sie mir doch immer ziemlich gut. Aber das tut mir gut. Warum? Ja, ich mein, ich rauch ja schon 50 Jahre. Wenn ich jetzt damit auch fürchte, dann schade ich mir mehr als alles. Er ist anmelden. Ja. Vor Pinsel. Der Typ von Du fast in der Früh ist, ne? Ja. Der heißt auch Hubs. Echt? Ja. Welcher? Der eine. Der Hubs. Der mit Glatze? Ja. Ui. Ui, ui, ui. Machst du nur mit Schild nimmst du? Hm. Wie wär's mit Lutscher? Oh, ich bin nur angeschnallt. Wie wär's mit, ähm, Dieb? Aber, äh, was ist mit Pinsel? Pinsel ist gut. Wenn ich mit S, geht er mit Z. Oder Roni P. Roni P. Ein Ding, ich muss pullern. Ja, Roni P. Pinsel ist cool. Oder Langfinger oder so. Nee, lieber Pinsel. 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 Oh, guck mal. Ich hab aus Versehen grad Pinsel gelesen. Pinsel. Ja, Mann. Die machen das so schnell, die mit dem Arm melden. Wisst ihr, was mir grad auffällt? Ach, dann. Ich hab zum ersten Mal ein Wort richtig geschrieben. Oh, da war ja was. Ich hab' dich stolz auf dich sein. Danke. Pinsel. Ja. Wie kann man dem das tun? Können mir jetzt grad nix besseres vorstellen, als mich da jetzt hinzustellen in halbe Stunde. Und mit dem Typen und seinem Poeta wieder zu quatschen, Alter. Hab ich ja richtig Bock drauf jetzt. Hab ich ja sowas von Bock drauf, mich da jetzt hinzustellen. Ich geh nur was anderes, Mann. Nee, nee, das muss fertig gemacht werden. Egal. Manchmal muss man noch einen sauren Apfel beißen. Als ich nämlich letztes Mal mein Auto da abgerollte, Pinsel, hab ich da locker nur ne Stunde gewartet. Und am Ende hat er vergessen, mir die Feilen drauf zu machen. Ja. Der hat richtig Bock zu arbeiten. Wo ist denn dein Auto, Oma? Irgendwie weg. Du brauchst noch, du brauchst einen fecken Beamer oder so. Ein Beamer? Ja, Beamer, Benz und Bentley. Beamer, Benz und Bentley. Ach so. Ich dachte so ein Beamer für Filme gucken. Nein. In Amerika nennt man BMW Beamer. Wir nehmen ein Auto, also da hab ich ja nur einen Schlüssel von Gatt und keine Fahrzeugpapiere und das ist jetzt futsch. Ach, das ist weg? Ja, ja. Ich hab noch ein Auto für dich. Ja, das ist gut. Ich feier ja sowieso immer bei euch mit. Sag, du nimmst das Auto, wenn ich dir sag. Immer noch cool. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich mach das nie wieder. Oh mein Gott. Mach das nie wieder, Oma. Du bist klein und lieb und nett. Und nicht salzig. Okay. Matze, danke schon für den Prime im 14. Und Eichen, danke für den We77 und Blackraut, danke für den Prime im 3. Merci. Ja? Ähm, okay. Komm, wo ist dein Auto? Da. Ja, da ist doch wieder der Top-Tuner. Nimmst du meinen Finger aus meinem Gesicht? Nee, ich wollte den Schnurrbart abziehen. Oh, wo siehst du denn noch schon mein Bart gesehen? Ist dein Auto-Tuner am Start? Natürlich, steht er gegenüber. Ah, hallo. Der Pinsel hat sich ein neues Auto gekauft. Ja. Ach, hat sich ein neues Auto gekauft? Ja. Ja. Okay. Möchtest du dran was machen? Ja. Nee, wir sind nur zum Sagen hier. Tschüss. Ja, das könnte ja sein. Ja, bitte. Können wir dran machen. Aber ich weiß gar nicht. Habt ihr einen Klo? Oh mein Gott, hab ich mich ja schon... Oh, Entschuldigung. Hey, du hast eine Pampers an, Oma. Gibt Vollgas. Ja, aber ich hab noch keine Wechsel dabei. Deswegen... Hier. Ich danke dir. Ah. Äh, soll ich dann deine... Es stinkt dann nur. Ronny? Hä? Will ich deine Taxirechnung und gleich mit irgendwas draufschreiben? Welche Taxirechnung? Zwei Stück hast du noch offen. Welche? Taxifahre fahren aber umsonst, Taxi. Einmal die Reparatur von Herku und Cap 04. Wie viel kostet Herku 2.500? 4.250. Ist schon geklärt. Das bezahlt der Chef. Okay, und das Cap 04? Ähm. Cap 04? Ja. Ich glaub, das muss... Eigentlich glaub, ich muss dich da besitzen. Das muss der Michael sagen. Der hat doch damit den Unfall gebaut. Was war ich da hinten hin? Äh, wir haben genau 15.000 Dollar. Ähm, das kann nicht ne Bescheid sein. Weil ich wurde verfolgt und gerammt. Okay. Eigentlich ist es ein Verfahren, dass die das bezahlen. Okay. Und die haben mich gejagt und dann hab ich nur einen Fall gebaut. Lass du das dann mit Herrn Später machen? Ja. Ich ruf schon den Chef an. Ist überhaupt da? Keine Ahnung. Da geht keiner dran. Oh, jele. Moment, 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 noch nie wieder gehen. Keiner von den vier Chefs geht dran. Oh je. Naja, da können wir uns mal in der Auto. Nimm ich das auch noch rein. Supi. Mit Stream Hype Train. Danke. Krampinsel. Wohin? In dein Auto. Ja. Der kann ja gerne fahren. Der ist ja nur Tuner. Ja, stimmt. Der hat mit dem Auto sonst nix am Mut. Absolut. Der ist die Projekt-Projekt-Mapper. Der kennt sich nur mit dem Projektling aus. Du musst mir helfen. Ja, guck zuerst du dir zuerst Folie dran halten. Sonst noch erst mal nix anderes. Okay. Ich hab nie eine Idee für Farbe. Du hast doch bestimmt Folie dafür. Jo. Der Pinsel steht auf den Dings im Suboku-Hari-Kain-Animi. Das habt ihr bestimmt Folie dafür, oder? Müssen wir mal gucken. Dann schmeiß mal den Projekt dran. Ab geht jetzt hier in den Tuning-Pommes. Sein Bagirer, hör auf. Mal gucken, was so in Syltan da ist. Wirklich? Komm her. Nani? Oh, mein Gott. Das meine ich. Das ist Suki-Suki. Das steht dir, Pinsel. Ja, da kann ich recht. Das passt zu dir. Gibt es nun das Anime? Weiß ich nicht. Bist du sicher? Arsch und Titten. Arsch, Arsch und Titten. Nein, Katze, geh weg. Nein. Wann, du möchtest es haben? Böse Bagirer. Geh runter. Wie kostet es? Ab. Moment, kann ich gleich sagen. Geh ab. Du bist böse. Du bist heiß, den Luller. Hauflammelt. Hauflammeln. Blab. Hüpp. Lass es sein. Katze. Böse Mieze, Katze. Und sagt der Projektor schon. Böse Mieze. Nein. Runter. Geht alles. Kirchstrasse. Komm. Immer mit Ruhe. Kann man denn nun eine Farbe machen? Ja, natürlich. Woh, boah. Woh. Säme hinterher, sekundär, kannst alles machen. Ja, du kannst da drunter noch so weiß oder so machen. Sieht noch cool aus. Aber das passt wirklich so, die Pinsel. Bei der Folierung wärst du bei 19.000. Boah. Ist aber teuer. Nur für die Farbe? Nur für die Farbe wärst du bei 3.000. Okay. Komm nicht hin, oder? Du kriegst aber noch, ähm. Ach, komm, die 50 Prozent. Nimm mal 50, bitte, Bruder. Ne, 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 ne. Okay. Erst wenn du draußen in der Taxis bezäuft. Ich sag, Anime gehört Karin. Das ist eine gute Stimme, so ein Körbchen, ne? Muss ich mal gucken, in der Amazon. Da hast du eigentlich recht. Das denkst du passt, ne? Ja, das passt so, was tut. Nehmen wir. Du musst aber deiner Anime-Frau noch einen Namen geben. Ja. Möchtest du noch was dazu haben? Du bist nämlich voll kawaii. Da müssen auf jeden Fall neue Felgen drauf. Ja. Neue Felgen. Was hättest du denn da gar nicht? Tiefbett? Nee, jetzt machen wir nur die Farbe zu Ende. Können wir machen. Das ist schwarz. Matschwarz. Gucken wir an. Weiß. Nee, kein Matschwarz. Anstatt schwarz. Uglow. Uglow. Uglow ist keine Farbe. Doch, die ist grün. Stimmt. Da, guck mal, in Weiß sieht gut aus. Menschen? Ja, oder so Bibiblau. Machen wir ein Bibiblau? Oder wir gucken uns einfach mal eine Farbe an auf dem Projektor. Ja. Wir haben viele Farben. Ja, dann vielleicht weiß ich, wie wir sein ja auch. Ein paar Pfeiltasten nach unten. Let's go. Ich drücke Sorge, wenn es passt. Nein. 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 Nö. Nein. Das ist so kawaii. Nein. Nö. 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 Nein. Nö. Ich habe noch eine Frage. Ja. Kann man dann noch mit so, wie heißt das? So zwei Farben in einem? Pearl? Ja. Können wir auch machen? Den siehst du aber nicht, ne? So viel. Meinst du, ich habe mein Auto gesehen, das war schwarz mit einem pinken Pearl. Ja, das geht. Das sah cool aus. Ich weiß nicht, ob das hier passt. Oh, das sieht auch cool aus. Das ist so ein weißer Pearl. Obwohl, na. Nee, irgendwie. Musst du sagen. Mach mal irgendwas. weiter, bitte, Sir. Nein, sieht halt gut aus, ne? Alter, kommt immer Töten schon. Warum ist die Olga da unten so dreckig? Ja, weil du es. Sieht so aus, als hat die einen Sprühfuß. Das ist ja mal hübsch. Okay, weiße, mach mal noch. Okay. Weiter. Nö. 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 Was für Hölle. Nein. Es kommt. Nein. Nein. Das sieht aus, wie die Karte. Nein. 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 Warte mal, was war das? Blau? Meerblau. 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 Du bist auf jeden Fall lustiger als andere Töne. Ähm. Meinst du? Ja. Okay, mach mal, mach mal noch. Noch. Nee. 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 Nö. Hä? Matt ist das immer dasselbe? Mach Matt Scheibe. Mach mal Matt. Was möchtest du Matt haben? Nein. Matt ist Kacke. Hä? Matt glänzt nicht. Matt wird immer dreckig. Kann man nur das hier? Die Farbe? Nur das? Nein, es gibt doch Metallic Farben. Nein. Nein, nicht mal. Wie lange war das so? Es ist ja, ist ja dein, weiter. Was, Junge? Weiß. Weiß sieht am besten. Oh, oh. Maschallah. Oh. Oh, ich würde es mir wahr spüren. Was hast du gerade gesagt, Alter? Was hast du gerade gesagt? Ich habe was ganz Böses verstanden. Das hat er auch gesagt. Ja. Was? Was hast du gesagt? Du musst so ein Babyblau hier finden. Hier. Ist ja gut. Passt ja nicht mit pink. Ja, klar. Sieht super toll aus. Gibt es doch noch das auch? Mach den Lachs weg, Junge. Oh, das ist vielleicht. Sag mal, red doch mal nicht so. Entschuldigung. Willst du das pink? Guckst du viele Filme. Willst du das pink haben? Das sieht natürlich auch cool aus, oder? Pink ist auch. Gibt es noch einen Gippen? Gibt es noch einen Gippen? Gibt es noch einen hellblau? Hellblau, hellblau. Das hatten wir eben. Gibt es nicht so pink wie mein Hauptteil? Nee, das war mehr blau. Muss ich gucken. Ja, oder gib mal ein B mal rüber. Nee. Ich kann dir sagen, so einen Pink, wie du anhast, gibt es nicht. Okay. Mach es pipiblau. Oder weiß. Glaub mir, das kommt richtig cool. Trust me, I'm a engineer. Alles brennt. Jetzt kannst du jemanden in der Stadt erzählen. Guck mal, das ist meine Freundin. Die wohnt aber nicht hier. Die kommt aus Tokio. Wo? Tokio. Die heißt Fukin Fark. Nee, die heißt... Und ihr Vater oben Leitung. Der ist mein Zeitprofi. Gott. Ich muss mich ja hängen. Geh mal, lass schon. Warte, ist der Projektor kaputt? Müsste ich meinen, ich werde das nur einreden. Ich verstehe bloß der Hälfte. Was willst du einreiten? Ja, geh mal in den Mima, ja, Opa. Nee. Geh mal in den Family noch. Ihr kommt doch mal nach hellblau. Ja, hellblau. Hellblau? Ja. Heißt in deinem Projektor Himmelskirchen. Meerblau. Opa will die Wuff dann. Meerblau. Ja, Opa. Ja, Bina, da hat sie angerufen. Ruhig von mir. Die müssen noch Rechnung bezahlen für ein Taxi, wir übernehmen das. Bei der Werkstatt. Seid ihr gerade bei der Werkstatt? Familie-Treffen. Wo? Ach echt? Da stehen wir doch auch. Ja. Wir sind innen drin. Ach ja, innen drin. Okay. Geht's um Ronnys Taxi? Oh, zurück, zurück. Einfach. Da ist ein Schuh. Ja, oder? Nee, das ist so hell. Ja, das geht in seinen Taxis. Er zieht ja von der Falle raus. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Eigentlich hat Ernst Peter gesagt, der zieht dem das vom Geld ab, ne? Ja, dann soll er das machen. Es muss blau sein. Machen wir das denn jetzt? Du willst ja... Ich glaube, wenn das... Ich komme einfach rein. Ja, ich komme... Ja, ich komme mal kurz rein. Okay. Pinsel. Ja? Oh. Aber du musst... Aber du kannst hier kein Matt machen, weil er auf dem Dach ist nämlich Metall. Guck mal. Das schimmert so. Das sieht kack aus. Okay. Kannst du mir helfen? Ja, wir brauchen den Blau. Das ist schon mal... Also... Blau, das ist pink, was wir hatten. Das finde ich auch cool. Oder Lila oder so. Irgendwas, was wir hatten. Ja. Moment, ich such mal Lila für euch raus. Jetzt guckt doch mal erst nach hellblau. Wir haben den Projektor hier nicht im Griff. Stell dir mal vor, die müssten das wirklich ansprechen. Ui. Ui. Ne, das ist... Doch, das sieht doch... Nein. Aber das ist ein Tick zu so ungehebend. Das ist ein... Ich habe ein egal. Das sieht cool aus. Boah. Wem ist der wagen? Vom Pinsel. Hey, Willi. Das sieht gut aus, Pinsel. Hi. Willi, verzieh dich. Wie verzieh... Ich wollte dir gerade deine Rechnung bezahlen. Da war er da. Seid ihr kein Security mehr? Einen Dusch. Doch, doch. Wir warten dir. Juri spricht da draußen. Das ist aber auch gut. Ich finde das cool. Ja, das sieht auch gut aus. Ja, das sieht auch gut aus. Dann nimm das. Boah, jetzt mal ein Trinkepäckchen reinfallen. Das hier mit so einem Farbverlauf. Echt hübsch. Hier. Oh, warte, der Hans-Peter ist da. Was ist das für ein Taxi, Peanut? Oma, was hast du? Weiß ich nicht. Blau, oder das? Das so? Das. Ja, ja, weil der Übergang hier oben siehst du. Der passt perfekt mit der Farbe da unten. Welches Taxischee vom Ronny hier? Okay. Da, wo der Unfall war. Ganz hinten, der rechter. Wer wollte was vorbereiten, einfach? Cap 04. Okay, wer war schuld, Ronny, bei dem Unfall? Du hattest verfolgt von zwei Leuten. In einem Revolta, wie das Auto heißt. Gibt's noch so Glitzerspröhler? Aber ich weiß nicht, wie die hießen. Ja, klar. Maxi, Ries, danke schön für den Weezer von Axel und Tukulu. Und Kleiner Hacken, danke für den Prime Siebten. Ronny, möchtest du es haben? Und Ray, schau dir die Dankeschön noch mal. Mach einfach, ich weiß nicht, was du meinst. Danke. Ich hab's das gemacht. Danke schön für den Prime Siebten. Nee, leider auch nicht. Danke für den Prime 80. Was hast du schon drauf gemacht? Das ist dein Rosa. Ja. Kann ich nicht das? Das Rosa. Ja, das. Perfekt. Was möchtest du noch haben, Ronny? Auf jeden Fall. Felgen. Aber das Rosa gibt's nicht in Pearl, richtig? Nein, Pearl ist nochmal eine andere Lackierung. Du kannst jetzt noch einen Pearl darüber machen. Okay, zeig mal. Hey, blau. Ronny. Ja. Wer hat dich verfolgt und warum? Ich hab's für der Frau gesagt. Sie hat mir... Ja, ich hab... Es ist mir grad... Ich hab keinen Kopf dafür. Ich tune. Siehst du nicht? Alles klar. Okay. Eins nach dem anderen. Jetzt noch einen blauen Pearl drüber. Jetzt heisst du noch ein... Moment. Jetzt kommt der zweite... Jetzt geht's richtig ab. Guck mal, der ist ein Muck. Ein blauen Pearl. War dir alles gut? Marcel? Ja. Okay, alles klar. Hoi, Wille. Wollte der? Äh, draußen steht die halbe Brigade. Welche halbe Brigade? Ja, irgendwie... Juri. Das ist Herrn Juri und sein Security. Ja, eben. Da steht Juri mit seiner ganzen Security und den Architekten. Die haben Termin mit Hans-Peter. Das sagen... Ach, da steht Juri und der Architekt. Okay. Oha. 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 Ich hab gedacht, wir werden ja in der Shop. Ich hab zwei Mal da. Ich hatte Simon schon am Telefon. Der hat mich grad einfach so anzurufen. Ja, alles gut. Ich hab das schon mit dem geklärt eigentlich. Das wäre jetzt ein blauer Pearl. Das sieht gut aus. Hängst du? Ja. Der Helm, blaues Pearl. Guck, wenn du hier von der Seite drauf schaust, das sieht richtig gut aus. Das. Das. Das kann? Ja, das hält. Gut, mach ich das drauf. Oder? Ja, 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 ja. Und Ronny, gefällt's dir so? Ja, ich glaube. Ja, sieht super aus. Und jetzt möchtest du noch Felgen. In hellblau. Nein, keine hellblauen Felgen. Ja, warum denn nicht? Weil's doof aussieht. Du warte, guck dir das doch. Oha. Oh, geil. Weich nicht, das war der Ausdruck. Was hast du gegessen? Rinderhack. Trocken. Oh. An der Sonne getrocknet. Oh. Wenn der Lack abblättert, bist du dran schuld. Warum sollen die abblättern? Weil's stinkt. Ach. Man trägt ja beim Lackieren doch eigentlich so ne Maske. Ähm, ich hab... Wir lackieren ja noch nicht. Aha, genau. Wir beamen. Wir beamen. Gotti. Scotty beam rauf. Ähm, sag mal... Ist das... Sonst kann ich bei Autos immer ein und zwei Farben ausschauen. Ja, du kannst hier Sekundär und Premiere. Was haben wir jetzt alles gemacht? Wir haben jetzt einen Pearl Effect gemacht und eine Premiere Farbe. Wir können noch Sekundär, wenn du das willst. Ja, das ist der Kofferraum dann. Der muss dann auch in rosa. Oder im Hellblatt. Ja, sag mal. Ja, guck doch am Kofferraum. Oh, Junge. Und das Dach. Und das Dach. Siehst du? Ja, aber das muss Metallic gemacht werden. Sag mal. Ich weiß nicht, was er ist. Du weißt nicht, was eine Metallic Farbe ist, Junge. Du hast doch dein ganzes Leben lang Farbe gefressen. So was. Ach, weiß ich. Also, weiß nicht. Das war Metallic gerade. Oh. Das ist auch Metallic. Das sieht gut aus. Dunkles Blau? Ne. Ja, sag, was dir gefällt. Ne, das sieht hier hinten doof aus. Was ist denn vorher? Vielleicht ist es auch ein Lila. Das ist widerlich, Sir. Das sieht hässlicher aus. Das sieht gut aus. In dem Dach, das passt, ne? Ja, und hinten, das passt auch. Sieht es okay. Und guck mal, wenn du so guckst, ich so den Pearl, den blauen. Am Kofferraum. Okay. Boah, Junge, was für eine Fangenheit. Okay. War das normal so? Nein. Ach, weil ich sie mache, weil ich mir scheißegal. Boah, du bist ein Knallkopf, ne? Warum? Ja, ist so. So ist cool. Was möchtest du noch haben, Roni? Ja, Chef. Haben Sie angerufen? Ähm. Äh. Ja, weil die von der Werkstatt hier Geld wollten für Taxis. Oh. Ja, für das Cap 04, was Roni zu Schrott gefordert hat. Ja, der hat mir erzählt, der wurde verfolgt. Also mir wurde gesagt, dass er angerufen hat, gesagt, ja, mein Taxi hat sich überschlagen, das steht oben am Dampf, viel Spaß damit, tschüss, und ist gegangen. Dann zieh es ihm vom Gehalt ab. Naja, ich habe euch extra schon die Rechnung runterrechnen lassen, auf ein bisschen weniger, weil das ein bisschen teuer war. Aber was soll ich machen, wenn er so scheiße mit dem Auto umgeht? Wir gehen gleich sowieso, wir gehen gleich sowieso arbeiten, dann wird er Geld verdienen. Dann lass ich dir ein paar Fahrten machen, damit er abbezahlen kann. Boah. Weil ich denke an die Firma. Ja, das ist geil. Okay, Herr Peter. So. Oh, geil. Ich fange mal von oben an. Tschüss. Tschüss. Auf jeden Fall Krumfelgen. Krumfelgen hätten wir. Cool. Das sind Krumfelge? Ja. Ja, das sehe ich. Moment, Moment. Das ist ja auch cool. Aber das schwach, ne? Da können wir noch umlackern. Ja, okay. Dann würde ich doch wilde Oma sagt, blau nehmen. Dann such dir coole Felgen aus und mach's blau. Ja, blau? Ja. Okay. Dann brauch ich auch ne neue Hose. Weil ich hab immer alles auf grün. Oh, ich hab vergessen zu gucken. Mann, Scherz, weiter. Oh, Scherz, weiter. Oh, Scherz, weiter. Was hältst du davon? Nee, davor. Was damit? Ja, ist okay, ne? Klingt jetzt überraschend. Ja. Weiter. Ja, kannst du einfach sagen? Okay, ich sag. Hm. Tschich. Ballert, Bruder, ballert. Was ist damit, das? Nee. Die? Nee. Nee, nee. Nee, nee. Ja, die, dann vor die, dann. Die? Ja, die wolltest du doch, oder nicht? Die sind aber jetzt, die kann man jetzt auch nicht lackieren, weil die sind kaputt. Achso, dann nicht. Ja, dann dieselben. Wir suchen welche, die wir auch anpacken. Lackieren. Ja. Die hier lackieren. Was waren die? Aber die sind nach oben. Die kann man anmalen. Jo. Müsste gehen. Ja, ich. Ja, ich. Ja, von mir ist es nicht. Het ist nicht. Ja. Er sagt, er sagt einfach, von mir ist es, was man im Kind sagt, wenn es stimmt. Das ist schon wieder ein Tag heute, ne? Gut, die können wir doch nicht. Gut, okay. Wow. Du musst immer andere Straße suchen. Ich meine, ich bin echt besammelt. Nein, ich darf nicht. Nein, die ist leider bloß in Kaponen, so wie sie jetzt drauf sind. Die können wir nicht lackieren. Und die anderen. Die können noch mehr fragen, wenn du das angucken. Gib mal kurz nach vorne was gucken. Ja. Hör mich mit. Ah, schufe Dings. Die müsste man lackieren können. Hallo? Pinsel, lass uns bitte zu einer anderen Werkstatt, bitte. Bitte. Sag einfach, weißt du was, ich hab keinen Bock mehr. Und dann fahr mir morgen das hin. Scheiß auf die 5% Rabatt. Bitte. Bitte. Junge. Der braucht 20 Minuten im Fällensatz. Und dann eine Projektion. Ich warte im Auto. Ich arbeite nicht. Nee, das geht nicht, Junge. Ich weiß, beim Hadi eine Werkstatt, lass da hingehen. Okay. Okay. Ich ruf Obertürtel an, du machst das schon. Oh, bitte. Komm nur da raus aus dem Ding. Wir fahren zu einer anderen Werkstatt. Der scheint sehr beschärftig zu sein. Ich schleiche mich mal raus. Ich bin nicht da. Okay, okay, okay. Ich glaube, das war 420, oder? Wie ist die Nummer von der Werkstatt gewesen? Oh mein Gott. Von Harmony Kassens, wie kann ich helfen? Hallo? Bei welcher Werkstatt bin ich? Bei Harmony. Wo ist das? In Harmony. Wo ist denn Harmony? In Harmony. Ja, eine coole Nummer. Wo ist denn Harmony? Weißt du, wo Route 68 ist? Das ist doch im Norden, oder? Weißt du, wo Route 68 ist? Ja, ich glaube... Ach, ihr seid da gegenüber vollem Autohaus, ne? Ja, genau. Tunt ihr auch Karren? Ja. Braucht ihr auch 20 Minuten, um eine Felge zu zeigen? Um eine Felge zu zeigen? Ja, mit eurem Projektor-Dinger. Zeigen? Nee, da kann ich dir zeigen, was du willst. Aber wenn ich dir die draufschrauben soll, brauche ich eine halbe Stunde. Nein, das ist egal. Aber um die zu zeigen. Ja, dann komm rum, dann kann ich dir die zeigen. Ja, wir kommen. Die haben einfach 7.0, das ist doch so unfassbar. Fui! Die sind in Harmony, das fahren wir jetzt hin. Aha. Wo ist der Pinsel? Hallo. Der soll kommen. Ich glaube, der Tuna ist sehr beschäftigt. Ja, ich glaube, der Tuna ist sehr beschäftigt. Also, als Autotuner musst du schon so eine gewisse eigenen Flair mit reinbringen. Und wenn du merkst, dass dein Kunde sich... Pinsel! Ja? Wir fahren nach Harmony, ich habe da schon angerufen. Ey, das hat mich jetzt gebrochen, der Arme. Weil der hat Schmühl gegeben. Ja, voll. Aber... Aber... Weißt du, wo Harmony ist? Ja. Ja? Auf die Blätze? Ja, bis gleich. Da sollte man schon seinen Kunden echt beraten können. Ja? Was hat denn der jetzt gesagt, um da wegzukommen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich komme da nicht, wenn ich da drüber nachdenke, ich komme da nicht drauf klar, Omi. Dass der so komisch ist? Ja, da... Oder was? Nee, der war ja nicht komisch. Der schien nur echt abgelenkt zu sein und beschäftigt zu sein. Und ich habe nicht wirklich Bock, da eine Stunde zu stehen. Ja? Mal sehen, ob die das da oben besser können. Ja, deshalb habe ich den ja gefragt, ob wir jetzt 20 Minuten brauchen, uns eine Ferge zu zeigen. Und sagt mir, nee, ihr macht das in 30. Was ist denn der Pinsel? Der war eben nur hinter uns. Ha, ha. Nee, ich glaube, das geht ratzfatz. Aber irgendwie tut der mir jetzt auch leid. Aber von Kundenberatung haben die noch nie was verstanden. Anscheinend. Hallo, Herr Newby. Hallo, Pinard. Sag mal, wo sollen wir nachher deinen Pipeline hinbringen? Aua. Okay. Äh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will wieder umziehen, gar keinen Ruck. Na gut, funktioniert nicht mehr. Hallo? Hallo? Komm, man, Joma ist im Stehen. Krieg's auf. Oh Mann, aber das bricht mir das Herz. Was denn? Nicht? Ja. Da, Peanut. Ja, halt. Ich muss kurz rechts anhalten, mir ging's nicht so gut. Ja. Ähm, wo sollen wir nachher deine Frau hinbringen? Danke schön. Danke schön. Ja, die darf fliegen. Okay. Ich hol die ab am Flughafen. Wir können sie auch hinbringen mit der Musil, das ist kein Problem. Sag mir, wohin, wir bringen sie dir. Okay, wir sind in Harmonie an der Bergstadt. Alles klar, wir kommen dann doch hin. Mit der ganzen Security? Selbstverständlich. Okay. Oben, Harmonie, ne, bei dem Siemens Neuen Werkstatt. Ja, alles klar. Okay, danke. Bis gleich. Tschüss. Oh, Twinkie wird gefahren mit Security. Ähm, kommen die zu uns? Die kommen zur Werkstatt. Okay. Die Hose passt nicht mehr. Und das passt auch nicht mehr. Und da auch nicht mehr. Ich bin da rausgewachsen in letzter halben Stunde. Ich bin da rausgewachsen in letzter halben Stunde. Ich bin da rausgewachsen in letzter halben Stunde. Kann ich nichts für. Bei Kopfschmerzen verliere ich immer 20 Kilo. Ich geh auch kurz Lulu machen. Lass sie jetzt einfach hier stehen, Bitch. Lady, danke schön für den Prima und Sechzehnten. Und Stansy, Bruder. 60 Irrken, Tinkerpäckchen auf den Nacken, Kuss. Von Stansy, könnt ihr Tinkerpäckchen nehmen. Sind wieder für die nächsten 17 Monate, dann ist der Kühlschrank voll. Dankeschön. Stansy, ich wusste noch nie, was ich dazu sagen soll. Genau wie wenn ihr alle komplett immer ausrastet. Ich versuche halt immer, ich versuche immer cool zu sein und das zu überspielen. Aber kein Dankeschön. Ich kann nur Dank sagen. Und weitermachen mit dem, was ich tue. Okay? Kirsten dann alle. Oma, willst du mal meinen Kuck haben? Das will ich haben. Hast du die gerade gefragt, ob die deinen Kuck haben will, Junge? Ich dachte, du pullerst. Sag mal. Was denn? Jetzt lass da hochfahren. Die Twinkie kommen da auch gleich hin. Hier, Oma. Hä? Gib's hier. Hier, Oma. Das ist mein Kuck. Komm her. Oma. Oh. Das ist Hühnchen. Das ist kein Hühnchen. Ist das Hühnchen? Das Hühnchen. Mit Wein. So wie nur, sag ich nie nur. Äh, Lady 1984, ja. Dankeschön, Spindy. Fine, brine, like a diamond. Fine, brine, like a diamond. Oh, shit. Here we go again. Beautiful. Hier, 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 hier. Hide diamonds in the sky. Ai, 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 ai. Was? Oh. Oh, mein Herz, Umi. Ui, was ist los mit deinem Herz hier? Oh. Kannst du das? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay. Manchmal träume ich von einem ganzen LKW voll das Dingepäckchen. Oh ja, ist doch lecker. Ja. Und manchmal ist der Traum sehr viral. Und das alles ohne Worldpuller machen. Würdest du nur meine... Würdest du nur mich verstehen, was ich meine? Ja. Du lebst halt in deiner eigenen Welt. Ja. Tu ich tatsächlich. Wie kann man denn hier parken? Hier. Guck mal rechts hier. Ui. Super. Super. Oh, ich bin angeschnallt. Geh kurz zum Bankautomat. Na klar. Ich finde das ein bisschen schwierig, den Namen jetzt vorzulesen, weil da steht Rage Ho. Ist ein bisschen, da muss man aufpassen, ne? Ebenfalls 60 Dollar. Guten Tag. Nicht mich überfallen, okay? Na nein. Ich habe echt kein Geld. Sehe ich so aus? Weiß nicht. Man kann das anhand der Kleidung nicht festmachen, ob jemand ein Ding ging soll. Na, das stimmt. Ich habe aber auch 60 Dollar. Ich fülle auch nach für den besten Chat auf Twitch mit nem Herz. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und weißt du, was wir machen? Wir kaufen Bagheera ein Körbchen davon. Ich weiß noch nicht, wie teuer das war, weil ich mich mit Katzen-Artes-Wars nicht auskühle. Aber wir machen was. Und so eine Katzen-Camp, wenn die einen Platz hätte, wäre vielleicht auch für das Intro, den Intro-Stream, wo wir quatschen. Wäre vielleicht eine Überlegung wert, das zu machen. Wenn die sich dann einen Platz aussucht, ne? Weil die hat so keinen eigenen Platz. Die rennt rum, wo sie will. Es steht ja immer auf Mieze-Kotzen. Hochleistungsschilder vor 20. Dankeschön für die Wiesabend. Dritte Monatsstufe 2, danke. Grüße an alle und hallo Daynight. Ach, Daynight ist auch hier. Foto mit Korbshuhn. Ich hab halt keine... Da muss sowieso Schwester Kush kaufen, weil ich hab keine Ahnung von Katzen-Dinger. Ich hab für Jess mal einen gekauft. Sogar drei oder vier Stück schon. Ich hab für eine eingetastete Tonne, die will immer auf meine. So weiter mit Pommes und Dankeschön. Jaja, das müssen wir testen, ne? Wenn die sich da immer reinlegt zum Chillen, dann können wir das machen. Schau deinen Stream immer zum Einschlafen. Ich bin der neue Sandmann. Das denn, Fnickere, Alter. Durch den Knall anzünden, durch den Knall. Kaya, Dankeschön für den Prime im Neunten. Kaya, Dankeschön für den Prime im Neunten. Ich bau dir eins mit den Ding und Bums, LDT und... Oh mein Gott, uah. Why you have to do that with me? Was ist mit dir? Brauchst du was zu trinken oder zu essen? Brauchst du keine Fresse? Was quatschen mich jetzt? So, du bist der Toner, ne? Was geht's? Was geht's? Brauchst du was zu trinken oder zu essen? Sehst du aus, als hälte ich nichts bei? Ja. Ich tusche eben. Was geht ab hier, Kika? Wo ist der Kika? Jetzt geht's los hier, Junge. Mach mal hier so eine Anime-Fickkarte da raus. Mach mal schönes Waifu mit einem schönen Pillow rein. Ach du Scheiße. Junge, ich bin zu Wasser und Zorro, ab geht's. So, wollen wir erstmal mit Farbe anfangen oder erstmal mit Tuning? Vinyl, Bruder. Ey. Wir brauchen dieses Vinyl von fucking fast. Ernest, du weiß ich wie eine andere Person. Was? Nix. Wie, warum? Ich bin gut drauf. Okay, ich darf nicht, ähm, ich darf nicht happy sein. Ich muss traurig sein. Lass das erstmal mit Anbauteilen anfangen. Oh, hast du aus den Händen verloren? So. Von wem ist jetzt die kare Name? Pinsel. Wer die Karre hat, wie heißt derjenige? Ja, Pinsel. Pinsel, okay. Perfekt. Pinsel hinten Spoiler, ja? Ja. Scheiße, Digga. Scheiße, ich muss los, Digga. Was ist das? Bruder, mach doch erstmal die Dinger auf. Die sexy girl. Die sexy girl. Okay, ich mach dir die sexy girl drauf, ist okay. Nein, ich kann nicht mehr nicht stehen. Was ist mein Hemd denn? Mein Hemd? Ja. Ja. Da ist der vorne der links geplatzt, muss ich ausziehen. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Sexy girl. So, ich brauche mal. Wir waren nämlich grad bei einer anderen Werkstatt. Ja. Aber der Typ hatte, glaub ich, neben einen herlaufen. Neben sich. Okay. Da kamen mal so komisch Stimmen aus seinem Mund. Der war sehr abgelenkt. Der hat 20 Minuten gebraucht, um uns einen Satz Felgen zu zeigen. Also wollt ihr jetzt damit dann jetzt Felgen sehen erstmal? Ne, ne. Jetzt mal hier den Primärfarbe. Bruder, mach doch Farbe. Okay. Primärfarbe. Primärfarbe. Primärfarbe war, ähm, Dingens hier. Äh, äh. Könnt ihr auch dein Auto? Könnt ihr auch dein Auto? Hallo? Ich bin ein Kunde. Dann tue nicht so, als wäre es dein Auto. Okay. Okay. Könnt ihr das Auto auch waschen? Ich weiß. Ähm. Ähm. Wie bitte? Was willst du haben? Könnt ihr das verwaschen? Jamal, mach mal. Okay. Jamal, Digga. Hol mal einen Eimer. Mit Wasser. Haha. Das macht dich, Digga. Nur ein bisschen die Saiten. Dann sieht das nicht aus wie Spritzen ein Durchfall. Saiten auf Null. Saiten auf Null. Saiten auf Null. Unicron, dankeschön für... Huch. 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 Ja. So ist perfekt. Perfekt. So, äh. Was kann man Sekunden... Halt, stopp. Hey, warte, stopp. Das passt doch gar nicht. Warum? Warum passt das nicht? Mit vorne, oder? Ich hab jetzt nicht hingeguckt. Warte, Digga. 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 Was ist jetzt? Jetzt haben wir vorher auch. Ja, das ist ja... Okay. Das passt so, ja? Ja. Bin sie sag du. Ja Bruder, pass. Ja. Das klare Baby. Das wärs deine Familie, Miana. So. Dann mach ich Sekunde auch dieses Pink, so. Was? Warum? Ja, willst du es nicht? Okay, wart da. Nee, das sollte blau gemacht werden. Das war... Nein, gar nicht. Das war blau, glaub ich. War anders. So. Nee. Das war dunkel. Ja, der hat noch kein Licht. In ihrer Fahrfalle. War das das? Das blau. Wie? Ja, das heißt blau. Aha. Oh, das war es, glaub ich. Ja, ich glaub auch. Das war's, ja? Obwohl... Keine Ahnung, wie nicht. Das war's nicht. Okay, okay. Oh. Oh, das war's. Oh, das war's. Weiß nicht. Ui. Das ist zu hell, ne? Ist scheiße. Guten Hunger. Danke. Guten. Guten Hunger. Was damit? Gottes Willen. Ja, das sieht, das sieht doch gut aus. Nee, ich glaub der ist nicht da. Keine Ahnung. Pinsel, was sagst du dazu? Hey. Ja, ich... Keine Ahnung. Mama noch blaue Dingshaar rüber. Perle verkleidet. Ja, genau. Vögeland. Hör? Das hab ich vorher nicht gesehen, ob ich aus denen reingeguckt hab. Kling dir auch 5% hier? Ja, komm. Geh mal 10. Ich kling dir auf jeden Fall Prozent, alles gut. 50, danke. 10, 15. Seid ihr Gangster oder Tüner? Digga sind wir. Digga. Digga. Halbe Munte. Ich auch, das ist aber... ja. Das sieht doch gut aus. Äh... Warte, warte, wir haben noch ganz ganz verschiedene Blautöne. Wir haben auch noch so ein knalliges... Pssst. Respekt. Ich glaub das hatten wir drauf. Ja? Hatten wir das? Ich weiß nicht mehr. Zeig mal. Mach mal was noch. Aber das sieht gut aus Pinsel. Was? Ja, das. Das? Nee, allgemein die Farbe. Hinten so am Kofferun. Hm. Und das auch per Glanzblau drauf ist. Ja. Du musst vorne gucken, vorne sie ist am besten. Ja, das sieht Thresher. Ja. Komm mal. Hab wir nen Donut mitgebracht. Danny sagt, Danny. Können die Wine für Kissen einbauen? Da hinten aus dem Laden hab ich den Dorn geholt. So, dann sind wir jetzt beim... Spoiler. Nee, Felge, Felgen. Meine Hosen sind jetzt daraus gezogen. So, wir wollen Felge mit Farbe haben. Okay, Felge mit Farbe, perfekt. So, dann fangen wir einfach mal bei Sportfelgen an. Ich geh erstmal durch und ihr schreit stopp. Stopp. Du musst die Augen schon offen haben, alter. Wom hast du das? Legt der Projektor oder was? Was ist denn heute los? Ich will gar nicht so beepitzen. Das ist hoch, alter. Ich komm hier, alter. Ich glaub, ihr hattet ihren Sprung. Wir brauchen irgendwelche Felgen, die wir anpinseln können. Ich mach jetzt nur die Farbe, alter. Mach mal blau. Ja, blau. Mach ich. Aber so ein helles Blau, okay? Muss schon respektabel zusammenpassen. Bist du jetzt maler oder was da hinten? Ich glaub, perfekt. Ja, ja. Ich bin maler und lackierer. Ich bin alles. So? Und wenn ich auch Gott nenne. Ein bisschen helleres. Aber die Felgen sind doch geil, ne? Heller geht tatsächlich nicht. Heller geht tatsächlich nicht. Doch, Heller muss. Ja. Geht nicht. Ja, Moss. Hä, Felgen geht doch sicherlich noch mal drauf. Ja, ja, Mama. Nee, auf Felgen geht nicht. Also das ist das für ein hellster. Was ist das für eine Werkstatt, ey? Also das ist schon geil. Boah. Guck mal, fang wieder runter. Warte mal, welche Felgen hab ich denn da drauf? Warte mal. Nee, nee, nee. Warte, warte. Muss Stopp sagen, ne? Wenn's hier passt. Boah, ich raff nicht. So schnell kann ich nicht gucken. Der hat schon den Augen ticken. Der blinkt jede zwei Sekunden. Nee, das blau sieht scheiße aus. Was ist denn rosa? Ey, das haut aber gut aus. Warte, bist du ein Crip, oder was? Das sieht kacke aus, der blau. Alter. Ey, blau sieht kacke aus. Ich hab verstanden. Ei, 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 ei. Okay, ich ändere die Farbe. Das blau ist nicht cool. Bist du Crip, oder was? Fronche damit, Alter. Mach mal so wie meine Buchse. Nur kurz und gucken. Ja, machen wir sie doch gleich gut, oder? Was, wie deine Buchse? Ja, mach das, man. Ja, also grün-braun. Ja, grün-braun. Ja, grün-braun. Ja, grün-braun. Ja, ich muss echt aufpassen, Alter. Ich bin immer noch vieler. Ich darf nicht übertreiben. Oder grün. Wie wär der vor stark? Der ist doch gerade grün. Aber das sieht auch gut aus grün, ne? Irgendwie schon. Ja, man hat irgendwas. Dann nehmen wir das erstmal und gucken erstmal die Felgen weiter. Welcher Hexcode hat die Farbe? Sie meint 9? Oh Gott. Welcher Hexcode? Ja, Sie meint 9. Definitiv. Ja, ist gerade ein bisschen zu viel. Ich muss mich... Wir gehen mal auf. Ich halte mal die Schnauze. Ich bin auf Felgen. Wie gesagt, einfach schreien, wenn du irgendwas siehst. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Ich hebe die Augen auf. Ich sehe was. Ich dachte so, ich schreien, wenn ich was sehe. Schreit mal, wenn euch Felgen gefallen. Ja, ich muss... Schade. Ich merke das selber. Ich stelle die Schlauzeiten. Schade. Alter, bitte Lolo-Felgen. Bitte klatsch Lolo-Felgen drauf. Ach, Trigger. Super Sportler. SUV-Felgen. Ich bin immer nur Piener. 80 Zoll-Felgen. Ich war auf deinen Schrein, ne? 80 Zoller. Skateboard-Reifen, würde einem auch gut aussehen. Ey. Ey, Diego. Es gibt so Felgen, so Reifen, ne? Ronny. Ich heiß Ronny. Die stehen so ganz, ganz stark nach außen. Das sind so Dracker. Das sind so... Ja, Pinsen, du musst dir noch Felgen aussuchen. Ach, mach mal bitte. Das wird so lustig. Ja, du. Mach mal. Mach mal. Mach mal bitte. Ich will wissen, was die dazu sagen. Wir haben keinen, siehst du? Nee, das ist nicht. Das ist ja mir ja nicht. Ich muss kurz... Ich glaub, die sind illegal, oder? Nee, tatsächlich nicht. Oh mein Gott. Pinsel. Du bist der Krasseste, wenn du die fährst. Ich weiß ja. Du bist der absolut Krasseste, wenn du die fährst. Alter. Dass das überhaupt möglich ist, Alter. Das... Einfach Formel 1, Digga. Let's go. Ich bin die Klasse. Also von hinten sind die echt... Ey, Pinsel. Baudi. Ich schwör, mein Gott, bitte. Die sieht von hinten richtig cool aus. Die drei Witze haben, ja. Also nur ja. Geiler. Das ist eine Dampfweite, Junge. Pinsel. Heiß. Geht aus dem Matchbox-Auto. Sieht richtig geil aus. Nimm mal Pinsel. Bitte Pinsel. Bitte Pinsel. Bitte. Ihr habt Bruder gemacht, Ruf, aber... Hallo? Bruder. Junge, das Ding für 400, Alter. Die Kosten bekomme ich nie mehr. Ich schwörst euch mit dir, Alter. Scheiße. Dann fahr ich schwer vielleicht. Das weiss ich euch. Aber du musst eins beachten. Da hast du so viel Gummi. Da wird deine Perle niemals drüber. Kommt nie wieder. Bring dich auf. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt kommt die Leidfälle an. Jetzt gib mal die Nummer dann richtig hin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warum ist hier Buddy? Weil wir tun. Hallo, Herr Hiluri. Hallo Pinsel. Also wir sind jetzt auf dem Weg direkt nach Rom zu Harmony. Ja. Jetzt klingt es schon im Auto. Ja. Ui. Aber, ähm, sie war vielleicht etwas zu lange auf der Insel. Ja. Ja. Das wirst du nachher merken. Was heißt das? Ja. Ja. Das wirst du nachher merken. Ja. Ist die noch hübsch? Ansichtssache. Warte mal. Wie Ansichtssache. Wir sind gleich da. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich will gar nicht wissen, was die macht. Heute ist ruhig. Heute wird ruhig. Rage. Oh mein Gott, Bruder. Da kannst du mal sehen, wie sehr ich in CRP vertieft bin immer. 100 Dollar. Sollte reichen für eine ordentliche Matratze für Mumu. Also meinst du für Mietekoste? 100 Dollar. Und 160 insgesamt. Dankeschön. I show you a picture. Schwester Kuschbau, trage ich nachher dafür. Dankeschön. Magira, komm, ich bedanke dich. Ich hoffe, du hast gehört. War kein Fake-Schwer. Dankeschön. Danke. Ich wohne in der Haus. Da bin ich raus. Da muss ich los, Digga. Da bin ich raus, Alter. Was hältst du davon? Was hältst du davon, wenn er aus? Was ist ne Dampf-Alz im Auto? Was hältst du von der Schrift auf Reifen? Ich versteh kein Wort. Oh, warum schubst ihr mich durch die Gegend? Was stimmt da nicht mit euch? Ich bin ne alte Frau. Was hältst du davon? Was hältst du von der Schrift auf Reifen ist? Was hältst du von der Schrift auf Reifen ist? Ja, mach mal Schrift. Mach mal rot. Fucano. Mach ich dir. Mach dir Fucano. Nein, das heißt Fucayou. Mach mal Fucayou. Fucayou. What the fuck are you? Fucayou. Willst du die haben? Ja, die sind cool. Die hab ich auch. Ja, welche Feigen? Mach mal du. Ja, die, die jetzt sind. Pst. Die sind doch gut aus. Ich wusste gar nicht, dass es so ne Lackierung gibt. Aber, aber, fuck. Ja, keine Ahnung. Aber, oder? Ja, keine Ahnung. Sie wissen nur die Kinder. Boah, ich kann dich zuschlagen. Es sind 20. Hat Bob, danke für den Pfein. Danke, Frau Schnee. Ein Becker. Vielen Dank. Danke. Weißen. Ja, sehr gut aus. Ja, mach einfach. Okay. Willst du jetzt noch einen Spoiler haben? Ne, geh mal mal schwarze Scheiben. Schwarze Scheiben. Aber dann sagt keiner, wie cool du bist. Wird gemacht, Chef. Ne, mach mal nicht. Ja, okay. Da ist ein Darkroom hier drin. Das sind zu viele Leute. Was noch? Spoiler. Spoiler. Okay, machen wir. Ja. Dann haben wir einfach mit deren Spoiler. Oh, der ist ne Kasch. Der muss größer. Komm schon. Du willst deinen Manager sehen. Die Katze auf der Seite. Respekt der Trip, Karen. Hallo? Ja, wo bist du? Ich hab richtig Angst vor Twinkie, Alter. Du, mach ich nichts. Kann ich den Namen vor? Oh, ja. Wird immer besser. Oh mein Gott. Er sieht... Alter, was? Er ist FK, Junge. Ferngestelltes Auto einfach. Er sieht aus wie so ein Aufziehauto aus dem Happy Meal. Bitte, bitte, bitte. Komm schon, Pinsel, der ist geil. Bitte, bitte. Ich bin jetzt auf dem Tieren, Alter. Das ist lustig. Okay, warte. Es reden so viele Menschen. Gibt's den großen, der nur in schwarz? Ja, den gibt's nur in schwarz. Nee, was geht? Gibt's den bunten... Nee. Ich bin gleich wieder da. Ja, ma... Ist das... Alter, oh mein Gott. Ist das heiß richtig. Das ist so nice. Da fallen extra viele Burger drauf. Ich würde es schon nehmen, oder? Du hast drei Ablagen. Du hast einfach drei Ablagen für Burger. Kann dir mal gut Burger essen? Kann man kurz was gucken, wie das aussieht? Das sieht heftig aus. Hier ist innen drin. Nein, ich muss von innen gucken. Das sieht nice aus. Kannst dich auch nicht in das Auto stellen, oder? Nein, ich gucke doch... Ich gucke doch die Innensachen. Oh Gott. Ist das schön innen. Innen können wir auch noch umbauen, oder? Ich will das ja nur sagen. Ich weiß, wie ich fühle das. Also, ich würde das Auto selber so nehmen, ne? Sag ich, dann zeig ich so, wie es ist. Ich würde das Auto selber nehmen. Ja, schon ein bisschen. Willst du den Spoiler so haben? Ach, ich bin über die Schnee gerutscht. Mach erst mal ruf. Mach ruf. Mach ruf. Mach ruf. Mach ruf. So, dann wird das nächste. Willst du vordere und hintere Stoßstange haben, oder ist das egal? Tja, tja, tja. Komm, 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 komm. Du weißt, ich... Du machst das vom Pinsel. Oh Gott. Gehen wir vordere Stoßstange. Das sieht einfach so scheiße aus. Aber irgendwie auch so gut. Eine GT-Stoßstange. Ich glaube, dass die Reifen eh nie geil sind. Belüftete GT-Stoßstange. Rennstoßstange. Ah, schon ein Witzchen. Dankeschön für Luisa beim Dritten. Ich weiß leider nicht, wer PVT heißt. Ach du Scheiße. Ich glaube, der. Und Saomi, dankeschön für Luisa am Zweiten. Ja, ja, ja. GT-Stoßstange belüftet. C2-Loop-Stoßstange. Eine zurücklässt. Leib. 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 kann man safe auch noch so was halt das drauf machen naja ehre das auto passt richtig zu dem komm ich mit dem botten holen noch hoch jj dankeschön noch mal für 10 gibt es habt merci ich bang es so twinkie zeigen wir nur einmal noch mal zeigen ja hab ich halt so noch nie gesehen da wird pinsel auf jeden fall ein trendsetter das werden bestimmt einige nachbomben was war das davor ist das aber das ist kawaii oder das kannst du dir auch hinten drauf klatschen erdnuss ich bin abo peanut aber zeig mir das andere das riesending okay gott sei dank sehr schön also den ja genau hinten dasselbe sassen ja wird hier überhaupt mit den felgen natürlich wird es aber wie gesagt muss darauf achten das ist immer schon warum fahrt die und schnullet ihn lang schon für fünf gibt es ab oben ok die hat auf jeden fall schon keine anders ging dann springt ihr auf dem auto rum ich hab angst ich hab angst twinkie kommt mal runter von der straße schnell kommt noch mal runter da jetzt bin ja sie ist ein bisschen bild geworden oder so aber aber pinsel was geholfen hat sind diese tierbürgern da wird sie wieder normal ja machte komm komm her pinat ja ihr nehmt mal das hat geholfen eben ich habe auch noch ein hier ja ich bin noch hier ja hier da mach schön weiß nicht geht's dir gut lecker twinkie oh lecker onni twinkie onni geh mal zur twinkie bitte guck mal kümmer dich schon mal mit pinat ja dann siehst du gleich hallo pinsel twinkie komisch hallo pinat oh god hallo hallo pinat pinat hier ist das ja wir sind doch hier du bist zu hause ist das schnell machen die jetzt schon wieder ein fass auf hier hallo hallo der chiar kann ich nicht kann die mit halt dritte dl Twinkie, runter von den Autos! Böse! Twinkie! Ich passe... Twinkie! Nicht auf die Autos klettern! Ja, ich bin doch hier! Nicht auf die Autos klettern! Geh mal bitte von meinem Auto runter! Die kommt gerade aus dem Urlaub. Ich bin doch... Irgendwas stimmelt Twinkie nicht Oma! Wieso? Die macht Borg und... Warum? Twinkie! Nicht auf den Baum klettern! Twinkie! Nicht auf den Baum klettern! Oma, du musst mir helfen! Ich bin überfordert! Jo! Twinkie! Twinkie! Hallo! Bin an! Ich geh zu holen! Ja, nimm... Da ist den Keks! Finste! 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 Zebraschokorigen! Ja! Das hat nichts mehr mit... Robi, Bärchen! Keks! Kinste! Kinste! Oma! Oma! Nee, nicht mal hin! Finkie, das tut doch... Oma! Oma! Hast du einen schönen Urlaub gehabt? Bleib hier! Ich bin überfordert! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich bin sowas von überfordert. Oh mein Gott, mir ist so warm. Nee. Jungs, nicht wundern, die kommen gerade im Urlaub, das ist meine Frau. Okay. Ich war auf einer Insel, anscheinend alleine. Motorhaube. Twinkie! Nein! Hör auf! Twinkie! Binard! Ich bin doch hier! Bist du noch normal? Binard! Ja, ich rufe gleich einen Tierarzt an, ne? Hör auf zu knurren. Du hast alleine gelassen. Ich habe dich nicht allein gelassen. Nein, wir haben das geklärt. Ich habe dich nicht allein gelassen. Es tut so weh, den Hund. Was ist denn passiert? Jetzt bleib hier. Nein, du bist kein Affe. Ich bin überfordert. Twinkie. Twinkie. Ich dachte, du hast Wellness gemacht. Twinkie. Ich lasse dich einweisen. Ich bin's, Peanut. Peanut. Ja. Guck mal hier. Nein, das ruht dich nicht mehr an mich. Ich bin's, Peanut. Peanut. Der Silberrücken. In deinem Herzen. No. Ich hab Glücksspiel gemacht. Oh, 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 oh. Ich rufge, ich bin gerade so. Twinkie. Nein. Du bist eine Frau und kein Hundchen. Ah. Twinkie. Ich rufge, 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 ich rufge. Ich lasse dich einweisen. Drinky, oh, oh, oh. Was? Drinky. Drinky? Komm, komm, Drinky. Okay, nicht auf die Straße laufen. Komm, Drinky. Komm, Drinky, komm, komm. Komm, Drinky, komm, schnell, Drinky. Willst du was zu essen? Komm, Drinky. Der geht nicht. Der ist kaputt. Komm, Drinky. Der ist aber kaputt. Komm, Drinky. Ich habe hier was zu dir. Ich gucke, guck mal, ich habe lecker Mochi. Lecker Mochi. Lecker Mochi. Und ich habe ein bisschen Panda-Tee. Ja. Weißt du, woher ich bin? Warum knurrst du mich an? Drinky alleine. Warum? Warum? Nein, Trinky nicht alleine. Twinkie und Peanut. Peanut? Ja. Warum knurrst du mich an? Ich habe nichts zu tun. Oh, Twinkie. Oh, Peanut. Ich rufe gleich den Psychologe. Oh, Twinkie. Was ist mit Twinkie? Oh, Twinkie. Oh, Peanut. Du bist Twinkie. Ich, Peanut. Du, Twinkie. Ich, Peanut. Oh, Peanut. Ja, hier. Oh, Peanut. Hier, ich bin Peanut. Komm her, du verlauste Affe. Nein, nichts. Sag, willst du mit mir kämpfen? Peanut. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Willst du kämpfen, hä? Oh, oh. Oh, oh. Willst du kämpfen? Oh, Peanut. Oh, Peanut. Ich bin Peanut. Du, du, ich bin Tarsen. Du bist Jane. Nein. No. No. Du bist Twinkie und ich bin Peanut. Ich möchte den Aufstimmen. Ich bin Tarsen. Ich bin Tarsen. Ich bin Tarsen. Hm. 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 Ich bin Tarsen. Ich hole den Goldbarren vom Himmel. Hm. Hm. Neu Victoria's Secret Unterwäsche. Wir resozialisieren dich. Wir haben extra ein Center dafür gekauft. Twinkie. Twinkie. Machst du Kacka? Guck mal, ich hab noch Mori. Dass du das schaffst, ne? Jetzt brauche ich Hilfe von einem Psychologen. Jetzt brauche ich eine Hilfe von jemandem, der genauso ist. Hallo, Ethnisch. Twinkie, du musst mir helfen. Twinkie ist durchgedreht. Wow. Du musst mir helfen, schnell. Ja, wir kommen. Ich komme nicht da. Wir sind auf der Straße. Wir kommen. Die grenzt weg. Die macht Affengeräusche und Huhnchen und so. Ich komme, ich komme. Wir sind bei unserem Auto. Auto, okay. Twinkie. Jetzt bleib hier. Bleib hier. Twinkie. Ich rufe jetzt. Ich rufe den Notarzt. Ich rufe den Notarzt. Alleine. Nein, wir haben geredet. Du warst ganz viel. Alleine. Du warst krank. Alleine. Du hast gesagt, ich soll nach Hause. Und du machst Urlaub noch ein bisschen. Alleine. Nein, nicht alleine. Ich habe ganz viel getan, wenn du Mulle warst. Alleine. Nein, nicht alleine. Twinkie. Twinkie, nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Nein. Du warst nicht alleine. Willst du deinen Mucki? Twinkie. Penal, alleine. Liege. Ich bin alleine. Nein, Penal ist bei dir. Penal ist bei dir. Immer. Immer. Penal ist bei dir, Twinkie. Was ist der Teufel? Beschwerst du den Teufel? Ja, ich bin der Teufel. Was ist der Teufel? Alleine. Twinkie. Ja, du bist Twinkie, ich bin Peanut. Alleine. Nein, nicht alleine, Mann. Du warst nicht alleine. Du warst krank. Nee. Ich rufe jetzt einen kranker. Hunger. Hunger? Ich habe... Da. Lecker Cheeseburger. Mit so ein bisschen Mucki. Bisschen Mucki. Nein, bleib. Trink, alleine. Emergency Service, San Andreas. Hallo, hier ist Peanut. Alles Dünge. Hallo. Hallo. Kann man behilflich sein? Ja, ich habe ein ganz großes Problem. Meine Frau ist aus dem Urlaub gekommen und die verhält sich wie ein Schimpanse. Ich brauche einen Psychologen oder sowas. Ja, würde ich Sie bitten einmal mit Ihrer Frau runter ins Pillbox zu fahren. Ja, das kann schwer werden. Die klettert hier auf Autos raus. Ja. Probieren Sie es. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, hoin. Tschüss. Er nimmt ja seinen Job richtig ernst. Oh ja, wo soll man denn was essen? Twinkie! Twinkie! Komm, Peanut hat lecker Essen. Peanut hat Bananen. Ich habe Bananen. Ich habe Früchte. Ich habe die neueste Ausgabe der Wendy. Twinkie! Twinkie! Ich bin einfach... Ich habe eine Duftgerze. Ich bin sofort von überfordert gerade. Mann, Puma! Lauf weg, Peanut! Mann! Oh, Puma! Lauf hinter euch! Hinter dir, Puma! Oh Gott! Geh weg, Miet... Böse Mietzekotze! Aua! Kressenbreit! Mietzekotze! Hüah! Böse Mietzekotze! Oh Gott, du bist der klassische Motherfucker. Doch, man muss die beißen, die töten einen. Man muss die erschießen, man darf die erschießen. Hast du ihn erledigt? Ja. Habt ihr den auf dir weggebrochen? Wo sind die? Die wollten uns töten! Wo ist der Berglöwe? Da liegt er! Wo ist Twinkie? Ich weiß es nicht! Hier! Wer hat auf das Vieh geballert? Nein, die wollten uns töten! Töten schießen sie auf die! Was für die wollen sie töten! Und wer hat es jetzt umgeballert? Ich! Selbstverteidigung! Du weißt, dass die unter Artenschutz stehen? Mann, was ist der Quatsch unter Artenschutz? Du scheuer in die Rüge, Spitz! Ihr habt doch jetzt nicht wirklich auf das Ding geschossen. Da hatte ich letztens noch die Unterhaltung. Wenn die auf einen Zugelaufen kommen und dich versuchen zu beißen, darfst du auf die schießen. Also die beißen immer. Die sind nicht zahm. Ja, ja, alle direkt schockiert. Darfst du nicht auf den Bergklöwe schießen? Lass dich lieber fressen von dem. Oma, wo ist Twinkie? Die heulen rum, weil du das hier abgeschossen hast, die Vollidioten. Was? Die heulen darum, dass du den abgeschossen hast. Du hättest doch weglaufen müssen. Das ist ein wildes Tier, was mich töten liefst. Ach, ich hab das doch gesehen. Der ist von hinten den Berg runtergelaufen und ist voll auf euch drauf. Der hat euch getötet. Da steht unter Artenschutz ein Bergklöwe, der mich töten liefst. Ja, scheiß doch drauf. Was soll denn das? Wo ist Sheriff an? Kommt das Fieder und greift euch an. Was willst du denn machen? Ja, streicheln, hingehen und streicheln. Ja. Erdnös, hast du mein Auto gesehen? Ich hab nicht gewusst. Twinkie, die ist weg. Weiß, wo nicht gelaufen ist. Ich hab nicht gelaufen, Alter. Ich sag's euch nochmal, ne? Wenn es die Leute gibt, die sich aufregen. Das sind Berglöwen. Die greifen hier Leute an. Jetzt OC-Kacke. Vom Erbefeld und so, die da aufka rumstehen. Die kommen und sind dafür da, Leute anzugreifen. Und ich lass mich bestimmt nicht pressen von denen. Da können die rumholen, wie die wollen. Leitstelle des LSPD-Officellacro, was kann ich für Sie tun? Hallo, Sheriff, ich bin in Harmonie. Ja. Mich wollten Berglöwe angreifen. Ich hab auf den geschossen. Ja, weiß ich schon Bescheid. Die Kollegen sind unterwegs. Einfach Ruhe bewahren. Einfach Ruhe bewahren. Ja, einfach Ruhe bewahren, bis die Kollegen eintreffen. Alles gut. Ja, okay. Gut, danke. Tschüss. Ja, eben. Ich kann nicht weglaufen mit dem Charaktermon. Ich kann nicht vom Battle weglaufen. Twinkie! Wo ist sie? Charif! Moin, hatten Sie angerufen? Ja, ich hab auf einem Berglöwe, den hab ich geschossen. Der wollte mich töten. Okay, wo ist der Berglöwe? Da vorne an dem Baum. Und meine Frau ist weg. Ihre Frau ist weg. Wer ist Ihre Frau? Twinkie Smoltz. Die kam gerade aus dem Urlaub und die benimmt sich wie ein Schimpanse. Äh, ja, dass wir wissen, dass sie gerade aus dem Urlaub kam tatsächlich. Und wieso ist die weg? Ja, als der Berglöwe kam, ist die weggerannt. Ja, da kam ein Berglöwe vom Berg runter dahin und wollte auf Twinkie und Peanut losgehen und die auffressen. Okay, haben Sie den, also ist der Berglöwe wieder weggerannt oder was? Nein, der liegt da vorne, glaube ich. Fährst du mal nachher vorne. Ist das verboten? Ist das egal? Der ist doch gar nicht tot. Der ist doch gar nicht tot. Der ist doch vorne mal, wie gesagt. Fahr mal nach vorne. Der macht immer noch ein Miau. Kommen Sie mal drüber dann da. Ronny, das Auto ist zu. Was ist nun? Wo ist Twinkie? Ja, hab ich gemerkt. Weiß nicht. Ich bin einmal rumgelaufen. Habt sie nicht gesehen. Geht sie denn da dran? Doch, die hat kein Handy. Ich komme sofort zurück. Warte mal. Na, ist er hier? Twinkie. Mir. Mir. Oh. Ich bin mit meinem Kien ein bisschen auf seinen Pfoten hinten zumindest. Ja, gucken Sie, dass Sie dann im Zweifel auch so sitzen, dass Sie Lüge vom Kopf ausziehen. Das ist kein Hund. Nein, ich halte seinen Kopf runter. Was soll er denn machen? Gucken Sie ihn doch mal an! Das Ding hat mich angegriffen, ne? Denken Sie, der kann von so einem Vieh da weglaufen? Das Ding hat mich angesprungen. Okay. Na gut, das habe ich nicht mitgekommen. Dann kommen Sie immer gerade mit rüber, dann nehme ich die ganze Sache mal auf. Das arme Ding, als wäre es ne Katze. Okay. Aber viel schlimmer ist, dass mein V verschwunden ist. Ja, das klären wir dabei dann auch gleich. Wenn Sie, ja, ich schätze mal, die ist hier nur irgendwo um die Ecke und versteckt sie auf dem Baum oder so. Gut. Also, Sie standen jetzt gerade hier und da kam der Berglöwe um die Ecke und Sie haben auf ihn geschossen. Und dann hat Oma geschrien, da ist ein Berglöwe, pass auf. Ja. Ja, ich hab gesagt Puma, aber ich wusste, dass es ein Berglöwe ist, aber alles ja wurscht. Und dann war das schon unten und kam auf mich zugerannt. Ja, und dann hat er den angesprungen. Und dann hab ich drauf geschossen. Weil ich muss mein Leben schützen. Das ist so richtig, dass Sie ihr Leben schützen müssen. Ja, gut, das ist klar. Ja, soll ich in die Luft schießen, weil das Ding vorne steht, nicht mal einen Meter? Aber in der Regel hilft das tatsächlich, weil er schon durch den lauten Knall einfach wegkommt. Ja, aber ich hab noch keine Ahnung. Der ist ja noch nicht mehr weggerannt, obwohl er fünfmal auf den geschossen hat. Ich glaub nicht, dass der weggelaufen wäre, hätte er in die Luft geschossen. Ja, gut. Der ist ja nicht mal wegger... Tatsächlich könnte das was helfen, da Sie, wenn Sie den mit einem Knall, können Sie ihn eher verscheuchen, als wenn Sie geschmerzt sind. Der ist ja nicht mal weggelaufen, als ich den schon mal getroffen hab. Das ist eigentlich egal. Das Treffen macht die Tiere aggressiver. Bei so einem sind die Tiere verletzt. Der wird so gegen Klerz zu fliegen. Der hat gerade... Also wir wurden sind so weit abgedeckt, wir haben den jetzt fixiert, dass er im Boden bleibt. Aber ich mag ihn jetzt unbedingt, nicht unbedingt den Kopf loslassen. Okay, gut. Das ist doch nur ein Scheißbildtier. Das ist doch kein Haustier. Das ist allerdings auch ein Lebewesen, der hat dementsprechend auch das Recht zu leben. Achso! Ja, dann muss der Ranger aufpassen, dass die nicht herren kommen. Also wir wurden sind so weit abgedeckt. Was können Sie denn lachen sollen in der Situation? Dann muss der Ranger für den Wald auspassen, dass sie nicht hier hin kommen. Wie gesagt, Sie hätten vorhin auch mal in die Luft schließen können. Ach Gott! Nein, das hätte ich nicht mehr geschafft, dann hätte er mich getötet. Der hat ihn doch schnell begriffen gehabt, der dumme Löwe! Okay, also er war direkt vor Ihnen und... Ja, ich konnte noch ausweichen. Angegriffen, angesprungen! Also verlässt er sie nicht. Nee, ich konnte ausweichen. Okay, alles klar. Gut, haben wir erst mal... Ja, klar. Erstmal... Erstmal... Ja, klar. Alles klar. Noch ist sie betäubt. Kann mal einer von euch nochmal den Verband draufdrücken? Ich hole eben was aus dem Auto. Ja. Dann haben wir erst mal soweit aufgenommen. Das ist ein guter. Was soll ich denn da machen? Twinkie ist verschwunden, das ist viel schlimmer. Nicht, dass noch ein anderer Berglöwe da ist. Die ist ja irgendwo in die Richtung gelaufen, aber ich... haben sie hier nicht mehr gesehen. Welche Richtung? Ja. Richtung Autohändler. Ja. 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 Ja, dann werden wir gleich mal gucken. Richtung Autohändler, also Richtung Süden. Achso, ich dachte, die wäre Richtung Norden. Ah ne, warte. Ich suche weiter, okay? Ja. Ja, das ist klar. Wir schauen dann da mal gerade nach. Haben Sie nochmal eine Telefonnummer für mich, falls Sie nochmal Nachfragen haben oder irgendwer sonst? Ich? Die Naturschutzbehörde oder so? Ja. Erstmal gerade einen Ausweis und dann einmal eine Telefonnummer. Ja. Ja, halt den einfach nur kurz hoch. Danke. Ja. Malz. 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 Achso, ja. Okay. Alles klar. Hatten Sie schon mal mit der Polizei zu tun? Ach, mit zwei Els. Nur wegen Falschparken. Und einmal eine mündliche Meinung. Okay. Okay, alles klar. Gut. Dann einmal die Telefonnummer, falls wir das brauchen. Ja. 555. Ja. 33. 33. 77. 77. 105. 105. 05. Alles klar. Warum Oma? Ja. 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 Der Berg Löwe weiß jetzt genau, wer wir sind und deswegen müssen wir jetzt hier weg. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. 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 Das war echt. Ja. Komm, wir gehen Twinkie suchen. Ja. Ich war da hinten schon überall, da habe ich sie nicht gesehen. Die denken, oh mein Gott. Haben die noch in ihr Tierdokus geguckt? Ich glaube, die sind einfach nur ein bisschen dumm. Das ist ein wildes Tier. Ja, ja. Aber ich glaube, die denken das mal aus. Ja. Hättest dich einfach auffressen lassen müssen. Nee. Dann wären die happy gewesen. Ich bin froh, dass ich überhaupt nach der Waffe gegriffen habe. Ich bin froh, dass ich das hier gesehen habe. Das kann nämlich so weit verwerfen. Ja, aber hättest dich nicht gesehen, hättest mich getötet. Eieieiei. So. Das ist doch kein Hund. Wo man sagen kann, so. Ja. Aus oder um. Husch. Husch, husch. Sie ist in die Richtung gelaufen, aber die könnte jetzt halt schon überall sein. Ja, wir fahren mit Auto um. Bin ganz verschwitzt und aus dem Poster. Was? Ich sag, ich bin ganz verschwitzt und aus dem Poster. Ja, ja. Das ist mir zu viel gelaufen jetzt. Hier ist die hingelaufen. Da rennt der Polizist. Ja, du schaffst. Ich, dass sie da oben auch irgendwo auf dem Berg. Ich weiß es nicht. Boah. Boah, das nervt mich jetzt. Die Dummheit der Menschen. Egal. Das nervt mich, ne? Ja, ja, mich auch. Einfach. Twinkie. Einfach lachen. Twinkie. Hörst du was? Nee. Twinkie. Ich weiß nicht, wer das war. Ich weiß nicht, wer das war. Der hat mir grad geschrieben. Der Bergliff war alles cool. Die labern hier nur scheiße. Der wollte mich nämlich töten. Der Dreckige. Auch nur Bagira nicht. Twinkie. Ich würde dir sagen, so weit läuft die Gange, aber die hat heute Kräfte gezeigt. Wo können sie denn hingelaufen sein? Die hat bestimmt den Löwe gesehen, ist ja grad. Ja, ja, sie auch. Ich hab sie ja weglaufen sehen, aber dann nicht mehr. Ja, ja, das sind andere Spiele. Ja. 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 Wo bist du? Ich fahr mit der Oma mit dem Auto hier, aber ich find nix. Also ich bin noch hier, aber hier ist nirgendwo. Pass auf, der Berglöwe hat sich dein Gesicht gemerkt. Wenn der aufwacht, dann beißt der nur noch dich, nicht irgendein. Warum? Ja, das haben die grad gesagt. Mein Gesicht? Ja, das haben die Typen, die da gerade gesagt, die da rumstanden. Könnt ihr nicht mal weggehen? Wenn der gleich aufwacht, dann wird der auch nicht losgehen. Ach so, natürlich. Boah. Die hat kein Telefon? Nie. Oh Gott, das hört sich an wie so ne Rettungsaktion, aber wir suchen dann nach ihr, nicht nach mir. Ja. Na, aber die bedimmt sich wie ein Gorilla, die könnte überall sein jetzt. Haben wir ein Jagdgewehr? Ne, Betäubung ist so, ja. Ja, das mein ich doch. Ich muss eine vermissen Anzeige aufstellen. Und dann? Weißt du, sie denkst so, oh, wir werden vom Löwen angegriffen, ich renne mal mein Leben. Und weg für immer. Könnte vielleicht auf dem Flugfeld gelaufen sein. Ich hab' kein Auto, ich kann nicht nicht helfen. Hä? Ich hab' kein Auto, ich kann nicht helfen. Ja, man, ich komm' nicht gut abholen. Hm, okay. Ich bin auf dem Dach. Okay. Bye-bye. Ich fahr' nochmal über den Berglöwen, den siehst. Na, der merkt sich mein Gesicht dann. Hallo? Ja. Hallo? Ach! Hallo? Ich glaub' nicht, dass die hier oben ist, die ist nach unten weggelaufen. Hm. Boah, das nervt mich jetzt. Hm. Da kommt für eine nächste Schau. Hm. Warum gibt der Herr Juri da oben nicht mal... Ach, ich glaub' nicht mal, dass die nur weißt, wie mein Handy benutzt. Was? Der hat kein Handy. Und die benimmt's wie'n Affe. Noch schlimmer als Vorherfer. Warum sollte ich hier sein, eigentlich? Oh Gott. War furchtbar. Bleibt bei dem stehen, bitte. Wer von euch Helden ist auf die Idee gekommen, auf den zu schießen? Oh Gott. Alter, ist das so der Scheiß, der... Das ist ein verfickter Berglöwe, das ist kein Streicheltier. Ja, wer von euch ist auf die Idee gekommen, auf den? Ich. Der hat mich angegriffen. Und das solltest du, das gibt dir das Recht, einen... Tier- und Datenschutz, was auch ein Lebewesen... Junge, ist das dein scheiß Ernst jetzt? Ja, nächstes Mal lassen wir uns alle auffressen von so'n Vieh. Ich soll mich also töten lassen? Nein, aber nicht, das reicht. Du musst nicht auf das Tier schießen, es reicht, wenn du in die Luft schießt. Oh ja, genau. Der hat mich schon angesprungen gehabt. Was erzählt ihr mir hier grade? Ihr redet, als ob das viele scheiß Kratzer wäre, als ob das euer Haustier ist. Was ist denn mit euch? Ich will euch mal sehen, wenn ihr euch so ein scheiß Vieh angreift. Wir handeln mit Kopf und versuchen kein Tier zu töten. Achso. Gut, dass es nicht tot ist, weil es die ganze Zeit rumgemaunzt hat, aber es ist okay. Ihr habt es trotzdem versucht umzubringen. Achso, ich hab also drauf geschossen, er ist schon auf dem Boden lag. Das tut nicht. Wenn du auf was schießt, dann hast du nicht das Ziel, jemanden umzubringen, oder? Achso, das hast du. Du? Was willst du mir grad... Was? Was willst du mir grad erzählen? Hast du schon mal ne Doku gesehen, oder so? Warst du mal in der Schule? Das ist ein verfickter Berglöwe, Mann. Was ist das ein Berglöwe? Sie müssen mir das nicht erzählen. Der hat mich angegriffen. Der hat mich angesprungen. Vorhin war es die Alte, jetzt bist es du. Kommen wir noch mal in die nächste Geschichte. Das war die ganze Zeit, Peanut. Was ist denn dein scheiß Problem? Hier. Okay. Was ist das denn? Da krieg ich aber mal... Da krieg ich... Oh, nee. Lauf gleich haben wir eine Kugel im Kopf. Oder sind sowas? Da links ist ein Berg. Ich sehe auch von Bananenbaum. Vielleicht ist sie da hingelaufen. Wo würde sich ein Affe verstecken? Bananenbaum oder sowas. Irgendwas, was aussieht wie für einen Affen. Jetzt nervt mich das noch mehr. Jetzt... Jetzt... Aber wie kannst du auch... Ja, 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 ja. Aber wie kannst du auch dein Leben schützen, du Idiot? Wie kann man, du? Ich meine... Waren das die von der Werkstatt? Ja, ja. Okay. Das waren die die ganze Zeit. Auch die Alte da und so. Ich? Ja, ja. Zumindest standen die vorhin alle mit in der Werkstatt. Ui! Ich habe einen Froschalzhauste. Ich bin tierlieb. Aua. Ich bin super tierlieb. Na, ich hoffe, die denken an den Berglöwen, wenn sie sich heute Abend wieder einen Hamburger in die Fresse hauen. Denn das ist ja ein Berglöwen, dann sollte man ja auch lieb zu Kühen sein. Und zu Schweinchen. Und die nicht essen. Oh, fahr vorsichtig. Ja. Uiuiui! Uiuiui! Wo können die die sein? Fahr mal zum Wald. Boah, das nervt mich grad so, ne? Was schillst du? Ne, ich kann was nicht schillen. Das ist einfach... Das ist dumm. Das ist... Boah, das tut so weh. Das ist so dumm. Das tut weh. Es ist... Ja, wirklich. Es gibt Momente im Leben, da... Das ist so dumm. Das tut weh im Gehirn. Ja, ich weiß, wer du meinst. So dumm. Sowas dummes habe ich noch nie gehört. Das ist eines der schlimmsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe grad. Boah, das tut so weh. Boah, das tut so weh. Ich hab's... Checkt bitte vor ich euch durch. Twinkiii! Twinkiii! Ach. Komm so... Ich glaube, die ist eher im Wald. Wir brauchen... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich auch nicht. Polizei. Ja, aber der Sheriff weiß doch schon im Wald. Ja, ruf mal den Guten an. Ruf mal Havashi an. Ich muss mal kurz nachdenken. Nee, Bagira, komm. Nö, komm. Komm. Nein, nixenau. Komm. Nein. Komm. Nein, nixenau. Komm. Komm. Nein, nixenau. Blastet, Jumbo, komm. Ich weiß nicht, soll mir zu Pizzei fallen. Ja. Ja, also, ja, wenn das nicht wieder die dummen Sherrys von eben sind. Ich bin total überfordert, gerade mit der ganzen kompletten Situation. Bonn, das fährt jetzt selber auch. Du, vielleicht hattest du da drin. Oh, oh, oh. Wie ein Affe. Hi. Ah, das tut so weh. Das tut so weh, tut so weh. Ich möchte am liebsten mit schlafen. Mhm. Ja, das sind mal die überlebt, die hat auch Malaria überlebt. Nein, ich fahr zum Sheriff jetzt. Ja. Außerdem hab ich Warnschluss abgegeben. Ich hab gar nicht getroffen, ja. Ja, ach, alles gut. Du hast ganz normal gehandelt, wie jeder andere Mensch auch handeln würde. Ich weiß nicht, wie man richtig handelt. Das war so instinktiv. Das Vieh ist ja fast in die Fresse gesprungen. Du musst doch irgendwas machen. Ich fand das auch. Mit deinem süßen und knuffigen 150 Kilo ja nun keinem Berglöwen weglaufen. Okay, 160. Echt? Das funktioniert doch nicht. So, wenn du nicht weglaufen kannst, was du sonst machen. Jetzt schilder mal. Ist jetzt egal. Nicht, jetzt geht zum Pinky. Okay? Genau. Scheiß mal auf den Löwen. Das Tier hat jetzt zehn Lochen am Bein. Ey, das ist ja toll. Da wurde so miauertsatt. Nee, der Arzt hat doch irgendwas gemacht. Ach, das haben die doch gar nicht gesagt. Das hat die ganze Zeit miauert. Und das... Die haben gesagt, das war tot. Obwohl das gar nicht stimmen. Komm mal da. Ja. Das ist ja selber von... Das ist ja selber von vorhin. Das ist ja selber von... Erdnuss, lach doch mal. Bitte, bitte, lach einmal nur für mich. Danach kann ich in Frieden sterben. Du kannst gerne alles erben. Erdnuss, lach doch mal. Nee, ich kann nicht lachen. Oh. Doch, auch das schönste Gesicht. Na gut. Willst du meinen Pullermann sehen? Ja. Hey. Hey, komm, du hast ja die Hölle los. Ja, hier geht er wieder. Komm, ich geh schon mal auf die Stühle. Hallo, Herr Sheriff. Meine Frau ist verschwunden. Was? Mit wem her bist du? Mit dem Sheriff. Okay. Hallo. Hallo, Ronny. Hallo, Ronny. Ah. Ja? Ja, Riff. Woher wusste? Egal. Ronny, Sie sind überall bekannt. Ähm, nee, ich mach mal was anderes. Sure. Ach so. Ach so, okay. Kann ich mir einen Donut holen? Äh, ich kann Ihnen mal ein Bild aufhängen. Mit einem Donut? Nee, ich geh dir einen Donut. Ja, ich hab vielleicht einen Donut. Okay, wir mal zur Sache kommen. Twinkie ist weg. Meine Frau ist verschwunden. Ihre Frau ist verschwunden? Ja. Wir waren in Harmony. Und dann kam ein Berglöwe. Mhm. Der hat mich fast getötet. Mhm. Wär ich nicht ausgewichen. Und die ist weggerannt. Okay, weiß ich Bescheid. Äh, also von Harmony. Äh, womöglich Richtung Osten gelaufen. Weiter Richtung Osterway? Weiß ich nicht. Okay. Ich werd meine Einheit da hinschicken. Die sollen sich mal umschauen. Wie sieht die Dame denn aus? Was hat die an? Die ist ein bisschen dicker. Ein bisschen dicker. Und die hat ein gelbes T-Shirt an. Und eine blaue Jeanshose. Die kann man gar nicht übersehen. Okay. Gut, ich schick da mal eine Einheit hin, ne? Und Victoria ist sicherlich schlepper. Okay, versuchen Sie die mal anzurufen und dann... Ja, die... Das Problem ist, die kommt gerade aus dem Urlaub. Sie war auf einem Inselferienfahrer. Sie hat kein Telefon dabei. Sie hat kein Telefon. Und die verhält sich wie ein Affe. Okay, weiß ich Bescheid. Ich schick eine Einheit hin. Vielen Dank. Aber wirklich? Ja, aber natürlich, sofort. Aber wirklich, wirklich? Ja. Wirklich, wirklich. Okay. Ten four. Ten four. Jawohl. Okay. Ich hab die Zehn. Fahren Sie einmal den Osterway-Höhe-Harmony ab. Dort eine Frau vermisst. Pinky-Flau. Und blaue Jeans. Verhält sich wie ein Affe, Name Pinky. Name Pinky fällt sich wie ein Affe und ist etwas kräftiger, die Dame. Oh, das hat er jetzt nicht gesagt. Ich hab kräftiger gesagt. Dann kann ja nicht jeder so eine Wohnstange sein wie du, Ronny. Willst du Abendrücken machen oder was? Ja. Leitstelle des LSBD auf Salacro. Was kann ich für Sie tun? Was? Sind wir jetzt durch oder was? Hallo? Egal, komm. Okay, danke, Schau. Dann krieg ich noch mehr Kopfhörter. Ja. Ich such dir selber. Während dem Gespräch fünfmal gesagt, alles klar, okay, mach ich ja. Tschüss. Okay, ja, tschüss. Ja, alles klar. Möchtest du mich vorher zu Hause rausschmeißen? Ich hab keinen Bock mehr, ich will schlafen. Was ist mit Pinky? Ja, die will ich ja schon. Bisschen Oberloch. Komm, nur ein halbes Stündchen. Ich muss morgens früh aufstehen. Oh. Äh, höh? Oh. Ja, ach, gar nicht. Jetzt legen wir mal. Okay, der war so. Boah, ich krieg die Krise heute. Achtung, wir sterben. Da kommt ein Auto aufbaut. Wir sind cool. Ja, 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 ja. Ich seh die schon. Hattest du aber nicht geguckt? Aber warum sagt der denn auf dem Highway? Stimmt. Äh, wir haben die Dame gefunden. Wo? Am Osthighway-Höhe-State. Da sind die Kollegen bei ihr. Können sie mal hinfahren. Oh, danke schön. Gerne. Achtung, Otto. Ui. Wo, geh mal weg. Hey, Oma. Hey, Oma. Sag mal, der kann ja die Zukunft sehen. Der hat ja vorher schon gesagt, auf dem Highway. Ja, wo ist der? Wo ist der? Ja, vielleicht hat er schon vorher was dem Funk gehört. Das kann sein. Twinkie, Baba, ich komm. Und ich dachte schon, die machen gar nichts. Welche, die, wo du denkst, die machen nichts. Das sind die, die wirklich arbeiten. Und die, wo du denkst. Ja. Ja, ja. Auf dem Mostow-Richtung Höhe-State. Warum hast du Kettensäge im Handschuhfach? Das ist von der Oma, die. Die hab ich da reingelegt. Ja, die passt doch im Handschuhfach. Die hat eine feilbare Kettensäge. Das ist so eine Minisäge. Ja, doch, komm. Was ist mit dir, Roddy? Ach, heute ist nichts mehr unmöglich, Toyota, Alter. Ich wollte stinkern. Er stinkt muss auf jeden Fall. Heute Abend dann. Kannst mich baden, Oma? Nee, danke. Ich drehe euch dem Wasser ab. Nee. Du hast schon Pilates-Molz? Ich ruf grad den Freund von der Dame an. Den Ehren, ich bin schon Höhe-State. Hab schon gehört. Sie wussten schon vielleicht, okay. Darf ich ein U-Ton machen? Äh, was? Ich glaub, ich seh sie. Sehen uns? Ach so, kommen sie gerade Richtung Norden. Ja, ich seh. Ich komm. Ja, gut, das ist ja gleich da. Alles gut, perfekt. Ja, jetzt, äh... Ist da der Tierarzt auch? Ja, der ist auch hier. Ja, dem rauche mal nämlich. Ja, ich glaub, der ist auch beschäftigt mit der Dame. Äh, ja, bis gleich. Okay, danke. Der Tierarzt ist auch schon da. Oh Gott. Wenn der jetzt mit uns geworden ist, dann... Der wird eingeblieben, wenn der nicht aufhört. Gibt ihr einen ganz dicken Schmatzer, den erinnert sie sich. Die Wotten, die beißt mal für Lippe. Und? Opfer, Opfer muss man bringen. Pass auf, dass dir kein Berglöwe kommt. Ich hoffe, wir haben Unruf dabei. Ich guck erst mal, ob das Auge öffnet ist. Ich guck erst mal, ob das Auge öffnet ist. Wurde sie gewissen vom Berglöwe? Nein. Die ist sofort weggerannt. Sonst hätte ich jetzt gedacht, dass sie Tollwut jetzt hat. Nee, nee, die war schon vor dem Berglöwe. So, die kommen nämlich gerade aus Molo. Okay. Die war aufs Meinses. Hallo, mein Mann. Ich muss eine Sache fragen. Twinkie aus! Was meintet ihr mit schwuler Freund? Mit schwuler Freund? Hä? Habt ihr das nicht gesagt? Ich glaub, da hast du dich verhört. Ich meinte gerade der Freund von dem Freund. Also, sie sind doch der Freund von dem Herrn Smalls, oder nicht? Das ist mein bestes Freund. Also, jetzt nicht im Sinne von Beziehungsfreund, sondern im Sinne von guter Freund-Freund. Kommt drauf an, wie wir auch haben. Okay, ja. Deswegen, wir verdienen das nicht weiter. Was mag ich denn jetzt mit der? Weiß nicht. Also, wenn sie dabei ist, ich mit den Donuts auf dem Rutschsitz der Kollegen zu schaffen... Twinkie! Twinkie, ich bin's Peanut! Warum knurrst du? Schon wieder ein Berglöwe. Ich sag's doch. Wir müssen sie zum Lachen bringen. Ja, ich bin hier. Banane, gib deine Banane. Ich hab keine Banane. Noch hast du mir... Hör auf, in den Sitz zu beißen. Der Kletterkletter durchs Fenster. Warum ist dieser Böser auf dich? Was hast denn du gemacht? Die sagt, ich hab die allein gelassen, obwohl die krank war und nicht einreisen durfte. Von der Insel hier. Ja. Ach, der hat dich doch nicht allein gelassen, Twinkie. Was ist der? Ja, ich komm hier nicht weg. Ich wollte nur mal auf die's Twinkie gehen. Doch jetzt wieder, Baby. Ich hab die ja bei mir in der Limo gehabt. Die hat, äh... Ja, die sind gerade in einem Pulsar-Auto. Ja, du, Twinkie. Ist die festgenommen, oder was? Nein, die ist weggelaufen. Ich rufe den Steinkern. Okay, mach dann schon. Jetzt reicht's aber, Twinkie. Ich hab dich nicht allein gelassen. Kebri, das persönliches Pech. Oh, mir ist noch ein Gummibärchen. Oh mein Gott. Ich wüsste gar nicht, dass Gummibärchen bluten können. Wo kann mal einer von den Herren ein Twinkie kaufen gehen? Vielleicht brauchst du hier ein Twinkie, um sich wieder dran zu helfen. Wir brauchen hier mit Heidungsgewerden. Das sind Twinkies. Ich hab' ne Idee. Hallo? Hallo? Bin auf! Die ist sauer. Die ist eine, die ist sauer. Böse! Oh, wo ist? Bin doch da! Oh! Du musst schon eben in deinem Fenster werfen. Oh, jetzt ist der OE. Ich geb dir nochmal auf und werf dir in dein Fenster. Ich hab' ne Idee. Sie ehnert mich ein bisschen an deine Ex. Oh mein Gott, wir brauchen einen Exorzisten. Hat der ein Kreuz? Ich bin ein Fili zu Santi. Du dich aufgesprochen fühlst. Bitte? Oh, du bist so. Oh, ich dreh' durch. Ich glaube, wir müssen mit der hin. Ich glaub, die brauchen einen Snicker. Ich hab' der schon Regeln gegeben. Ja, den hast du auch gegessen mit Verpackung. Hör auf! Ja, was machen wir jetzt mit der? Guck mal, das funktioniert. Du musst mich nicht... Die hat nicht alle Schränke in der Tasche. Wir würden das begrüßen, wenn der... Das ist ne Frau. Die Dame nicht endgültigbar zum Auto sitzt. Ja, Tinky, wir sind hier. Aber wenn du die jetzt frei lässt, rennt die wieder weg. Das ist das Problem. Ich brauch ein Betäub... Kannst du die nicht betäuben? Und dann packe ich die in den Koffer raus. Ja, passt. Hast du noch was für Wasserbüffel bei? Nein, nein, Oma. Ja, was denn? Ich hab zu viele Walking Dead gesehen, um jetzt nicht auf diesen Stein zu warten. Ich hab noch einen Keks. Ich bin grad total überordnet. Das ist heute so ein Chanc-Tag. Wir haben dich ganz verliebt. Wir haben dich ganz verliebt, meine Lieber. Komm her, komm her, komm her. Wir da ja nicht schreien. Komm her, komm her. Ich wollte wirklich so... Wir da ja nicht schreien. Wir haben da schon Heu draus ausgelegt im Auto. Heu? Wir haben da gar nichts ausgelegt. Was hat die bitte ins Auto mitgebracht? Da liegt Heu. Hat die vielleicht die Sitzverkleidung... Schwinkie, leg ja kein Ei. Also, Wilna, egal was hier nach ist, du fährst mit dem Auto zu Speedy und lässt es Grundreinigen. Erdniss? Ich verbrenne die Karte. Okay, wir brauchen Neues, das muss verbrannt werden. Und wenn die Frage, warum... Warum hockt denn der hier eigentlich? Hast du keinen Angst? Einen Käfig? Ich glaube, der genießt das gerade. Oder der ist im Handluft. Du bist doch Tierar, du kennst dich doch mit so Kuhhaufen aus und so. Kannst du da... Oh, der Haufen durchfällt. Geil. Du machst da gar nichts. Du musst einfach eine Schaufel nehmen und das erst kratzen. Ich habe keine Schaufel. Du musst, dass die sich erinnert. Ja, guter Dunger. Genau. Wann ihr euch kennen? Da kannst du nach einer Garten kommen. Beim Burger. Hallo. Jetzt ist es hier ruhig. Böeien-Se. Ja? Böeien-Se. Ich geh rein. Oh. Ich geh rein. Herr Wui-Scheinmann. Vielleicht kannst du die beruhigen. Oh Gott, du machst das auf, ich höre. Böeien-Se. 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 Also eine Rähne kann sie schon noch. Ui. Die isst doch gerne was, ne? Okay, pass mal, ich habe einen für dich. Dann leg doch einen. einfach eine Reihe an Essen zu eurem Auto und dann habt ihr bei euch im Auto sitzen. Oh Gott. Warte, vielleicht kann mir die beruhigen. Hallo. Bin sie, hallo. Man sagt ja, man braucht eine schöne Hände. Ja, Ronny. Hallo. Jetzt weißt du auch, wie's mir ging, als du ins Auto gepist hast. Ah. Bin sie, pfff. Oh Gott. Jetzt weißt du auch nicht wenigstens, wie's mir ging. Ach du Scheiße. Das war das erste Mal, ne? Brauchst du was für Essen? Nein. Hallo. Warum bin ich hier alleine? Wir haben dich nicht allein gelassen. Oh mein Gott. Okay. Immer erschrecke ich mich. Du kennst doch Büchse, der hat gesagt... Ich weiß nicht, wo das Bein ab, wenn die aufsteckt. Wir müssen... Ich sag ja toll gut. Warte, ich hab ne Idee. Könnt ihr mir helfen, die in unser Auto zu packen? Ohne, dass die wegkratten? Ja, vorm Auto daneben. Okay. Könntens versuchen. Ich regele das schon. Papa Pina, rege das nicht. Lass erst den Hinterhof fahren, damit sie nicht in aller Richtung wegrennen kann. Ich bin so überfordert. Oh, alleine. Alleine. Alleine Pinse. Nein. Nein. Pinse. Ich bin absolut überfordert grad. Das ist ein Achterbank von Gefühlen. Was hat die auf der Insel gemacht, Alter? Und ich dachte, die macht Wellness. Das Problem bei Mila ist, die ist so hardcore, die zieht dann doch eine Woche durch. Und da kann ich nicht. Twinkie. 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 Ja hol mal dein Auto. Ja hol mal dein Auto. Twinkie. Ja. Stell den CanS talents auf. 70.000 Volt. Da sagt die Schwerkraft. Nein, klettern kann sie nicht. Kommst du mit Twinkie? Twinkie, komm mit. Die kann wirklich das Auto umschmeißen. Ja. Ich glaube, die schmeißen mit dem Auto. Dreimal gegenlaufen. Twinkiel, nicht mehr krallen. Komm. Wir gehen jetzt ins Auto. Ja, super. Da kriegen die vier dann aber gleich ein bisschen Hilfe an. Pinsich bruch Hilfe. Oh Gott. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Hilfe gebrucht. Ja, ich gehe mir ein bisschen. Ich habe es auch weg von der Brüche. Oh, schön. Danke, Sheriff. Danke, Doktor. Das ganze Auto ist voll geschissen. Ja, viel Spaß beim Wabermachen. Das hängt an der Decke. Es hängt an der Decke. Pass gut auf auf Sie. Wie, an der Decke? Scheiß dir auch nach oben? Sprüschiss. Das kommt ja sogar da raus. Das läuft richtig. Das würde ich mal sauber machen. Danke. Das wird man für Dreckschweine. Wir fahren erst mal ins Rehabilitationszentrum, da wo wir nämlich jetzt neuerdings wohnen, Twinkie. Okay, pass auf. Ich habe ein großes Baum. Das ist doch eine Zeug. Oh mein Gott. Pinky, Pinky. Ja. Warum klatschst du die Hände hin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben eine Überraschung. Wir haben eine Riesen-Badewanne. Bina, guten Geruch hier. Warum haust du mir auf den Bauch? Bauchnabel. Hä, sie kommen langsam wieder zu sich. Hättest du nicht sagen dürfen. Wir müssen irgendwo was zu essen. Hättest du immer so, bestell mal was zum Burger-Armbl-Pinsel. Kann nicht. Oh mein Gott. Wir müssen essen. Ohne aus dem Auto zu. Ich hab dir doch ganz viel essen gegeben. Wem? Der Twinkie. Ja, ist doch. Eine Klappe. Oh mein Gott. Ihr wisst schon, dass da alle tot sind, wenn die mir ins Lenkrad greift. Ist das für dich? Ja, warte. Gib's mal Erdnuss. Wir brauchen was zu essen. Danke. Erdnuss? Ja. Hier? Mist. Oh mein Gott. Hast du gekriegt? Ja, irgendwas. Du hast doch Hunger. Ja, wir bestellen gleich was. Die sollen da liefern. Bier, Erdnuss. Alles ist gut, Twinkie. Alles ist gut. Oh, oh. Eventuell hab ich dir jetzt ein Wodka gegeben. Gibt der Twinkie das essen? Ja. Die soll einfach... Die zieht gerade ein Wodka. Komm, gibst du den Alkohol, Bruder. Ja, das beruhigt ein bisschen. Ja, dann beruhigt sie sich. Twinkie, wir haben ein neues Zuhause. Guck mal, das noch. Das ist auch für dich. Hallo. Twinkie, mein neues Zuhause. Tschüss. Oh Gott, vielen Dank. Hey, das war eine gute Idee. Das war verdammt clever. Das war eine richtig gute Idee. Ach. Ich saß nicht. Twinkie. Jetzt haben wir besoffenen Schimpanse. Dachte ich mir. Das ist deine Frau. Tja. Das hab ich dir schon vorher zu dir gesagt. Oh ja, gut. Das stimmt. Das ist mein Gorilla-Baby. Ja. Und zeig dir ja nicht den Haschisch. Ich briss den sonst. Oh Gott, stimmt. Oh nein. Idioten. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ja, Twinkie. Bin hot. Ich bin doch hier. Nein. Lieb sein. Pinsel ist mein Zoll. Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein, nein. Nein. Pinsel, nimm die im Schwitzkasten. Pinsel, nimm die im Schwitzkasten. Twinkie, wir müssen mal auf. Ja, wir haben immer nicht so. Ab dich. Stopp. Oh, man hat die Michi los. Stopp. Ein Pinsel, du musst beherschen. Warte, ich gebe noch so ein Ding. Ich habe noch so Allgäuzeugs. Twinkie ist aus. Twinkie ist aus. Twinkie. Soll ich einen Haaren ziehen? Nein, nicht. Nein. Einer rechts, einer links. Komm. Twinkie. So, Tür auf. Twinkie rein. Twinkie anschnallt. Ich mache jetzt die Türen zu. So. So, das Auto ist jetzt zu. Wie NRW. Wir sind doch jetzt zu Hause. Ein Twinkie. Ja, wir bestellen Essen. Ein Twinkie. Ein Twinkie. Guck mal, da hinten liegen sogar Hunde in Bänder. So, oi, 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 so. Wir tun ihm Käfig. Ein Twinkie. Ja, wir bestellen gleich Twinkies. Kommt raus da. Mach das Tor zu. Ich schau. Geh weg da. Abgeschlossen. Stell das Auto vor, den Bagger. Den Bagger. Geh weg. Hast du die Schlüssel dafür? Ja, klar. Oh, wer weg. Ich denke nicht, dass die da irgendwie ausspielt, da zählt die jetzt aneinander Klatsch. Ich glaube, das ist einfach nur so Schauspielereitsbestrafung für mich. Bin mir nicht sicher. Oh, passen. Oh. Nee, alles rum. Nein. Nein. Scheiße. Nein. Scheiße. Ich dachte, er hält mehr aus. Scheiße. Scheiße. Mein Leut, ist nur ein Kacktag, Alter. Ohne Witz. Erst kriege ich Ärger, welchen Bild es hier schießt, ab mich fressen will. Jetzt habe ich eine Frau, die ein Gorilla ist, Alter. Geht mal weg, Alter. Er ist wieder zurück. Er ist da. Ja. Oh, oh, oh. Kommt raus. Ganz kurz. Kommt raus. Eine Sache fürs Protokoll. Ja. Sie ist ein Affe. Nein, ich meine, sie ist ein Affe. Und du versuchst ein Auto, was so groß ist wie ich, in den Weg zu stellen? Gleich schreckt das Affe ist rot. Okay. Ich meine, ich weiß doch auch nicht, ich bin total überfordert. Oh, hier wird die niemals rüberkommen. Halt die Schnauze, bin sie leider. Sie stimmt sie nicht. Wie ist die Nummer von diesen Börgerlingen? 2, 5, 7. 2, 5, 7. Geht keiner dran. Okay, ein bisschen habe ich noch was. Die haben auch schon zu. Ach ja. Pinky! Pinky, alles ist gut. Guck mal, da hast du ein Bällchen zum Spielen. Guck mal, da ist mein Finger. Hast du jetzt einen Ball geworfen? Nee, hier ist ein Bällchen. Guck mal. Oh, die bricht jetzt wieder aus, Alter. Oh, scheiße, hier müssen wir auch noch abschließen. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr. Trinky, komm, leckerchen. He is in the walking dead, weiß ich das. Ein Affe, der versucht hat zu klettern, hast du eigentlich das. Trinky, komm, leckerchen. Komm. Oh mein Gott. Komm her, Haffi. Oh mein Gott, die wird gleich die Tür sehen. Ich habe es beschlossen. Nein, Twinky, komm her. Ich mach die gleich fertig, ne? Ich kann gleich nicht mehr. Ich trinky. Okay. Also, warum... Hier, bitte, Muchi. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Warum ist sie sauer? Weil die sagt, wir haben dich allein gelassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Twinky, wir haben dich nicht allein gelassen. Du warst doll krank und hattest Fieber und musstest da bleiben. Oh, was ein Arsch. So meinst du das nicht? Okay. So, gleich schlägt der Lutscher. Pass auf. Ja gut, ich, ähm... Mir ist das ein bisschen zu viel. Ich gehe schlafen. Okay. Ich komme mit. Bye. Gute Nacht. Ich hätte damit... Oh mein Gott, die ist ausgebucht. Okay. Gute Nacht. Weiß jemand Wasser? Ja. Hier ist ein Pool. Boah, die lange krallen. Willst du da rein? Willst du bei Omi schlafen, Twinky? Willst du bei Omi schlafen, Twinky? Peanut? Was? Ähm... Peanut hat alleine... Nein, nein. Oh mein Gott. Oh. Oh, 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 oh. Was ist denn? Ich pinsele die Kante. Geht's aus? Auf so eine Situation bin ich nicht vorbereitet. Ich auch nicht. Ich bin einfach komplett überfordert. Ich bin so überfordert. Jetzt ist es ein Delfin. Der war sie einfach um. Ich hab doch... Oh, wie gut, bitte. Was geht? Alex! Kau! Alex, bist du noch Ärztin? Ähm, nee, bin ich nicht mehr. Ich hab ein ganz großes Problem. Ich weiß, mir nicht zu helfen. Und wieso, was ist los? Ich war noch nie in meinem Leben überfordert. Was ist passiert? Ich war vor kurzem im Urlaub mit Twinkie und Pencil auf so einer Insel. Okay. Und Twinkie musste da bleiben, weil die hatte Fieber. Die durfte nicht wiederkommen, hat der Border Patrol verboten. Okay. Und die ist heute wiedergekommen und die benimmt sich wie ein Affe. Ähm. Und die knurrt und macht Bock, Bock und schreit wie ein Röhler. Und jetzt rennt die gerade den Pinsel hinterher und will den beißen. Ähm. Und der Tierarzt, die wurde auch gerade am Highway gefunden. Da war ein Tierarzt bei, der hat gesagt, der kann nichts machen. Ähm, vielleicht mal mit einem Psychologen reden. Ja, aber ich hab kein, wie soll ich die zum Krankenhaus bringen? Ähm. Ich bin froh, dass ich die hier hingebracht habe. Ansonsten, bei Twinkie bleiben und die Psychologen fahren auch raus. Einfach sagen, wo ihr seid, die kommen auch zu euch. Ich hab schon, ich hab schon Pillbox angerufen. Der hat gesagt, ja, dann kommen sie her. Ja, dann rufst du nochmal an und sagst, du kannst da nicht hinkommen. Also, eigentlich müssen die sich kümmern. Ein Delivert. Oh, dann fänd die weg, mein Gott, der Hedi. Ich hab geschnallt die gleich ab. Nein, das solltest du nicht tun. Mein Alternativ kann sie dann erstmal nicht weglaufen, aber... Komm, da runter, sofort. Runter da. Ich geh gleich einfach pönnen, ich bin total überfordert. Runter da. Das Ding ist eher beschlossen. Er beschlossen. Kann dir da leider gerade nicht helfen. Ich versuche nur mal anzurufen, danke. Okay, mach das, gerne. Danke. Gerne. Ich hab mich... Oh. Ich hab' hier ein Papier, einen Brief, den du an Pinky geschrieben hast. Den wolltest du hier vorlesen. Nein, lässt du den mal vor. Nein, hier bitte. Ich hab' kein Glücksspiel mehr. Nein, kein Glücksspiel mehr. Nimm. Nimmst du den mal vor, ich hab' Tränen in den Augen gehabt. Nein, nimm. Ja. Du nimmst jetzt den Brief. Nein. Doch, du musst dir sagen, dass sie leid tun. Was muss ich sagen? Das ist... ... Brief. Leeres Redpapier. Pass auf, die kommt. Ja, gib her. Hier. Twinkie. Twinkie. Warum ist das jetzt ein Tony? Ach. Die sind doch weg. Twinkie. Stop. Halt sie fest. Nimm sie den Schwitzkasten hier. Nimm sie den Schwitzkasten. Nimm sie den Schwitzkasten. Nimm sie den Schwitzkasten. Nimm sie den Schwitzkasten. Gott jetzt. Twinkie, ich hab' hier nen Brief geschrieben für dich. Jetzt hab' ich dich. Weil du so dolle krank warst. Oh mein Gott. Halt die Schnauze. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auto gethunt. Auto gethunt. Schnauze. Hörsch. Und ich hab' Jobs besorgt für uns. Twinkie. Es tut mir leid. Ich hab' dich ganz so lieb. Ich hoffe, dass wir für immer verheiratet bleiben. Außer wenn du ein Gehäuble bist. Tut mir leid. Hat nix gebracht. Doch, sie ist ruhig, weil sie kein Luft mehr kriegt. Ich geh. Oh, okay, sorry. Ich glaub' ich flieg' zurück nach Arizona. Das ist mir. Ich glaub' das Stadtleben kommt mir nicht so gut. Ja. Ja. Twinkie? Ja. Ja. Nein. Das tost sie zu. Warum? Wir müssen sie impfen lassen. Nein. Twinkie. Bist du lieb? Keine Spritzen. Keine Spritzen. Nein, keine Spritzen. Keine Spritzen. Keine Spritzen. Keine Spritzen. Haben wir dich nicht. Haben wir nicht. Alleine bei. Monster. Was für ein Monster? Monster. Monster. Ja, Monster. Puma. Monster. Berglöwen. Same Berglöwen. Entchen. Monster. Affe. Monster Energy. Ente. Nats, Nats. Monster. Nats, Nats. Nats, Nats. Nats, Nats. Oh, komm, lass einfach pennen gehen. Vielleicht. Kannst du dich bitte einfach töten? Ja komm, geh mal deine Waffe schießt ein Bein. Dann kommst du als erstes dran beim Arzt. Mein Gott, Alter. Der Tag war so schön heute. Mach nen Kopfsprung. Hör auf. Was war das? Oh Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott. Oh, Nats, Nats. Oh Gott. Twinkie. Gibt kein Nats, Nats. Aber es gibt Haschisch. Willst du Haschisch sehen? Wir haben ein Haustier. Wir haben ein Haustier. Wir haben ein Haustier. Hunger. Nein. Wir haben kein Haustier. Wann scherz? Hunger. Hunger? Ich hab Essen. Da. Nimm ein Tüte Gummibärchen. Gib dir das bitte. Danke. Du kriegst von mir das. Und du das. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Ein Gepätschen. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so überfordert wie gerade. Ja, ja. Twinkie. Ja, ja. Twinkie. Twinkie. Ich hab in meinem Körper keine Kraft mehr. Wir sollten eigentlich. Wir sollten nachher. Ich bin ein Tüte. Ja. 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 Ich bin eine Köhle. Ich kriege nen Ausdauerstoff an. Katzenarzt, bist du? Hallo? Katzenarzt, ich bin der König, ich bin hier. Nazi. Nazi, ich hab die Welt gefunden. Oh, Mann. Weiß halt nicht, was ich... Oh, tschüss. Okay. Was? Wie ist denn jetzt so oben am Busch? Frag mich nicht, Mann. Die hat Kläfte, von denen ich nichts wusste. Oh, oh, komm schnell, ich bin der König. Nazi. Nazi, ich bin's Twinkie. Oh, oh, Twinkie, komm schnell. Yes. Mein Freund, Twinkie, komm. Komm. Nazi. It's only games. Twinkie. Weiß auch nicht, was ich sagen soll. Oh, oh, Twinkie. Du dachtest, du bist verrückt, ne? Ja, ich dachte. Du hast Twinkie aber noch nicht kennenlernt. Nee, das stimmt. Oh, 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 Twinkie. Lass! Ich will sie nicht einfach nicht mehr zerren. Was soll ich mit der im Haus, Jungs? Wo ist die hin? Boah, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Twinkie, komm mal, schießgucken, komm schnell, komm schnell, Überraschung, komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell, schießgucken, komm, 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 komm schnell, ich schmeiß Leckerlis auf den Boden, oh mein Gott, ich darf den nicht töten, nur zeigen, nicht geben, die wird den hundertprozentig hauen, komm schnell Twinkie, Haschisch, guck da im Teich, guck, der schwimmt da, da schwimmt er, da ist Haschisch, den kriegst er nicht, er ist viel zu schnell, das ist wohl gleich im Liede, dann, dann zuerst er die in die Butze, dann darf er bei mir schlafen, hör dir ein, die in die Inge-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-Groan-G Was hältst du vom Haschisch? Lecker. Und er hat den gar nicht gefangen. Der schwimmt immer noch da. Den wirst du auch nicht mehr zahlen. Lecker. Riecht lecker. Ich bin so befordert, ich geh's penne einfach. Oh, ist sie weg? Ja. Willst du bei mir schlafen? Komm, wir stecken die bei Opa Willi ins Haus. In die andere Tür. Die rennt schon zur richtigen. Komm. Ich bin schwitzkass. Swingy, du gehst jetzt in... Du kommst jetzt rein. Du gehst jetzt schlafen? Doch. Ausgleichschwerer. Schwitzkassel-Tag. Ich geh will nicht. Langsam reicht's. Den hier geht. Du kommst jetzt mit rein. Doch. Will aber nicht. Ich geh will nicht. Nein. Doch. Nein. Drin ist aber Nats-Nats. Nats-Nats? Ja, drin ist Nats-Nats. Nö. Nee, ist nicht Nats-Nats. Doch, drin ist Nats-Nats. Nein, Nats-Nats unlogisch drin. Warum? Drin ist Nats-Nats. Im Flimmerkasten. Du bist so ein dummer Penner, ohne Scheiß. Du kennst Nats-Nats gar nicht. Na wohl, Nats-Nats... Lass mich in Ruhe. Du bist so ein dummer Penner, du hast mich einfach alleine gelassen. Hab ich gar nicht. Doch, ob so eine Scheiße reizt. Hä? Als ob ich dumm bin. Wir haben dich gar nicht allein gelassen. Du warst kranken an Zfieber. Wir haben dich voll alleine gelassen. Haben wir nicht. Doch. Gar nicht. Ich war ganz allein. Nun stell dir mal vor, ich wäre jetzt so dumm gewesen. Wärst du glücklich? Warst du glücklich? Hallo, wer hat dich gerade gesucht? Wer ist dir in der Wallachai rumgefahren? Alleine. Wer hat dich vom Berglöwen beschützt? Warte, also war das nur gespielt? Natürlich, als ob ich so dumm wäre nach einer Woche. Du warst beim Starrest finden im Auto und hast da reingeschissen. Hab ich gemacht. Hast du so. Und ich war stolz drauf. Ich bin authentisch. Du hast dir mal einfach in Auto gekackt. Ich bin authentisch. Ich hab mal reingeschissen. Aber ich wusste auch, um ehrlich zu sein. Ich konnte es auch nicht länger zurückhalten. Also, ich stand kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ich bin ganz ehrlich. Du bist aus deiner Schuld, wenn du mich noch mal erlässt. Fiki, wir haben geredet. Ich war gleich auf der Insel. Wir haben geredet. Mit Massagen und Partys. Ich war total verloren zwischen heißen Skippern. Ja, du warst total verloren zwischen Wellness und Partys. Was hätte ich denn tun? Ja, du würdest mich doch ficken, willst du mich halt. Halt's im Maul. Jeder hat's mir abgekauft. Na gut, das mit dem Scheißen war schon krass. Ja, du hast sogar in die Decke geschwindet. Dass ich dich damit eingeliebt habe, tun wir nicht. Das ist unbedingt. Ist es am Rücken? Wo? Wo ist es? Geht's dir wieder besser? Ich hoffe, du gehörtert. Ja. Also ich bin ganz ehrlich. Ich hätte mich wohl nie getrennt, wenn das echt gewesen wäre. Ich war in meinem Leben. Das ist aber auch nur verdient, ey. Wir haben geredet. Laber jetzt, kein Scheiß. Ach komm. Wir haben geredet. Dein Wehen. Ich hau ab. Ja, okay. Mein Koffer gepackt habe, ne? Ja, okay. Oh Mann. Das ist dein Reden. Ich meine, als wir gegangen sind und du krank warst. Oh Gott. Ich habe mich beim Herrn Juri immer erkundigt. Ja, stimmt. Doch, das ist nicht wahr. Doch, das ist wohl wahr. Ach, diese Sixpacks-Männer. Das ist doch zu viel für mich. Das kann ich nicht ab. Das kann ich nicht ansehen. So ein ekelhafter Scheiß. Wie schlecht geworden. Guck mal hier. Oh, das ist Sixpacks-Männer. Oh, nee. Du hast auch kein Sixpacks-Männer. Vielleicht nicht, du hässlicher Witzler. Oh mein Gott. Du hast das gerade nicht mitbekommen, Twinkie, mit den Berglöwen, ne? Der Berglöwe, doch. Ich bin doch weggelaufen. Ja, nee. Der hat mich angegriffen. Der hat mich angesprungen. Dann habe ich auf den geschossen. Das habe ich nicht mehr mitbekommen, weil ich war in Panik-Modus. So wie ein Affe eben ist. Ja, pass auf. Dann habe ich auf den geschossen, weil ich Angst um mein Leben hatte. Dann kommen die Typen von der Werkstatt und sagen, warum schießt du auf dein arme Tier? Das ist kein Witz. Und dann haben die uns verfolgt, als wir dich gesucht haben. Ja. Und wollten uns irgendwas antun. Weil ich darf ja nicht darüber bestimmen, auf ein bärloses Tier zu schießen. Mein Tag heute ist gelaufen. Der ist absolut gelaufen. Ja, bei mir sind auch Leute stehen geblieben. Und die so, hallo, brauchen Sie Hilfe? Und ich so, oh, ah, ah. Und die sind einfach weitergefahren. Einfach weg. Anstatt irgendwie einen Arzt zu rufen. Oder so. Die sind einfach weitergefahren. Außer einer. Der letzte. Warum, warum? Ach, das hast du ja mitbekommen. Das ist ja nur gespielt. Der Tierarzt wollte dich nicht wandeln. Der hatte Angst vor dir. Ach, Mann. Aber ich wusste gar nicht, dass du solche kräftigen Sprünge machen kannst. Am Boden, über den Zaun. Ich kann das. Ich habe trainiert die letzten Tage, als ich vor diesen Sixpack-Typen weggelaufen bin. Wir sind so sexy, fass uns mal an. Und ich so, ah, bitte nicht, bitte nicht. Ich konnte es nicht haben. Das war die Hölle. So sieht die Hölle aus. Voll auf alle die heißen Typen durch. Ich kann nicht mehr, Alter. Und so, das ist, ah, mir schlecht geworden. Ich will nie wieder da hin. Wir müssen aber noch mal da arbeiten. Oh, Gott. Aber bitte, wenn die nicht da sind. Bist du jetzt normal? Kann ich nicht aufklären? Ja, komm. Nee, ich hoffe. Was ist los? Erzähl mal. Also, wie du siehst, wir wurden in einem neuen Haus zur Miete. Ja. Das hat Herr Nuri uns gemietet. Ja. Ist mir kaum in Gang. Was? Ich muss nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ist mir kaum in Gang. Ja. Ja, wir müssen aber Rasen mähen und hier und so. Ja, das könnt ihr ja machen. Ja, du auch. Ja. Ja. Gott, das ist so schlimm. Nein. Leck mir mal, ich kann es dir nicht. Pense, was ist mit deinem Auto? Ja, kann ich abholen. Ja, lass es doch noch abholen. Ja, in anderthalb Stunden oder eine Stunde. Ach, dann ist es okay. Boah, ich habe mir Läuse gefangen. Aber du bist nicht am Arsch. Ja, was kommst du denn wo? Okay, Pinky? Ja. Willst du helfen oder warum? Oh, nee, nee, ich habe Scheiße im Rücken scheinbar. Renn solange du kannst. Nein, nein. Könnt ihr nicht einfach poppen gehen oder sowas? Wie sagt man? Hallo, die hat Läuse am Arsch. Oh, nein. Natürlich machen wir das gleich. Dann spiele ich aber mal den Gorilla. Ich entlaut dich heute Abend. Wo Rasen wächst, der wird gespielt. Dann geht's zur Oma. Die hat jetzt gar nicht mitbekommen, dass ich eigentlich cool bin. Nee, die hat die Staub so voll gehabt. Was soll ich? Die hat die Fresse einfach dick gehabt, auch wegen dem Berglöwentypen, die uns danken gemacht haben. Wie, das war ein Mensch? Was? Was, ein Mensch? Wer? Der Berglöwentyp. Nein, die Typen, die diesen Berglöwe verteidigt haben, obwohl er mich töten wollte. Der Hund sei. Den fick ich noch. Oh, nein. Ich will nicht. Hast du gerade gesagt, den fick ich noch? Ja. Ich weiß nicht, was dir gerade passiert. Können wir nicht einfach schlafen gehen? Nee, ich geh nicht schlafen. Ich fahre nur ein, zwei rum. Ja, ich auch nicht. Ich bin doch gerade erst angekommen. Ja. Ich hab die Stadt noch gar nicht gesehen. Die hat sich bestimmt verändert. In der ganzen Zeit. Komm, wir fahren zum Taxi. Ja, auf geht's. Und ich muss Willi nur anrufen. Oh, warte. Ich muss unbedingt mal kurz. Oh mein Gott. Oh Gott. Du hast mir einen falschen Schüssel gegeben. Für was? Das ist nicht für den Traktor. Dann gib wieder her. Oh, nee, doch. Warte mal. Ich war kurz davor, dich zu erschießen. Ja, ich war auch schon oft davor, dich zu erschießen. Aber weißt du, das Ding ist, wir beide... Wir werden auch traurigerweise irgendwie zusammen... Wo ist das Auto eigentlich? Ich dachte, das steht oben. Ja, weiß nicht. Du hast es gefahren. Was zur Hölle ist das denn für ein Schlüssel? Keine Ahnung, gib mal wieder zurück dann. Das hier. Danke. Dann geh du Penpinsel, oder willst du nur mitkommen? Nee, ich schaff nicht. Ich muss. Ja, dann auch rein, Bro. Ich hab das halt auch bei mir gemerkt. Seitdem wir in der Stadt wohnen, wir werden immer fanziger. Wir schon. Wir reden immer cooler. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Oh. Danke, dass du den Fröschen gefressen hast. Das ist mein Freund. Hier, hier. Genau, wir haben einen Frosch mit von der Insel gebracht. Hashish heißt der. Hashish. Ja, teiter Name, Alter. Boah, nee, Twinkie, komm. Die Gussensprache kannst du dir direkt abgewöhlen. Ich mag das auch. Das nimmt langsam ein Überamt. Okay, Jungeboy, shiiiit, dann nicht. Shish. Kannst du direkt vergessen. Ja. Okay, okay. Das ist ein P, weißt du. Halt deinen Mund. Lol. Lol. Halt einfach deinen Mund. Wofür ist das? Was ist das? Das ist eine Planierraupe. Ich bin so froh, dass du wieder normal bist. Guck mal. Ja, wie soll ich jetzt einsteigen? Ja, hör doch mal zu, erst mal. Ich habe neue Felgen gekauft. Ne? Ja. Ja. Und der Tuna kam in der Nacht und hat ein paar Sachen dran gebaut. Warum auch immer. So hinten und so. Also, sieht gut aus. Ja. Only, it's only game. Oder? Why you have to be mad? Oh, wir gremien. Wirklich, shish halt. Das ist cool. Hör auf damit. Was ist das? Hör auf, shish und so zu sagen. Ach so. Ich hab so Hunger, ne? Und wir wohnen jetzt da zu Mieto und Oma Turtle und oben. Willi auch und Pinsel auch. Was ist mit unserem alten Haus? Ja, hab ich ja nicht erzählt. Ich kam eines Nachts nach Hause eines Abends und dann standen da so andere Autos. Wurde einfach besetzt. Ja, wie? Ja. So haben wir jetzt keine Nacht zu Hause mehr. Doch, wir wohnen hier. Ja, aber fest? Ja, Pina. Hallo, Willi. Hallo. Twinkie geht's wieder gut. Die hat uns nur veräppelt. Die hat uns veräppelt. Ja, weil du's verdient hast. Weil ich es verdient hab. Sag sie. Das ist halt hinter mir. Okay, dann der wird nicht wieder, ne? Ne. Äh, was geht denn? Bist du noch mal arbeiten? Ja, wir sind noch hier mit dem Herrn Juri. Warum? Ach so, ich dachte du fährst Taxi. Äh, ne, ne. Weißt du, wo man noch was zu essen bekommt? Äh, boah, da fragst du mich was? Warte, ich frag mal die Frau von Wiesel. Wiesel News. Äh, L? Weißt du, wo man um die Uhrzeit noch was zu essen bekommt? Ist noch irgendwas auf? Du müsstest das doch wissen als... Bis 0 Uhr ist Sushi offen. Weißt du, wo das ist, Pina? Ja. Ja, ich... Ja, ja. Weißt du, wo das ist? Ja, ja. Dann gib Gas. Ja, beim Zug, ne? Ja, richtig, beim Zug. Okay. Okay. Bitte. Legst du auf? Ne, du, ich bin am fahren. Nein, legst du auf. Oh, du legst jetzt auf, Willi. Nein, Pina, legst du auf. Moment, du kommst aus California. West Coast. Bitches. Du machst schon hier Röstergeräusche auf, Willi. Ja, ist doch gut, Willi. Hab doch aufgelegt. Meine Aufmerksamkeit gehört dir. Ja, richtig so. Willst du mich nicht fragen, wie es mir die letzten Tage so ging? Ja, doch. Deshalb, ich wollte dich erst mal zum Essen einladen. Ja, okay. Okay, das nehme ich an. Ja. Magst du... Krebs. Der Laden macht aber gleich zu. Du, ja wie. Jetzt beeilen wir uns doch. Ja, schneller, schneller. Ja, ja. Wir müssen gleich noch 100% zum Taxi. Warum? Jeff, halt da, was gehen da mit dem Taxi macht. Ja, wie? Wie, wie? Ja, wie? Oh, hat noch auf, hat noch auf. Magst du chinesisch? Weiß ich nicht. Und da. Ja, beeil dich. Ich hab meine Kontakte spielen lassen. Die lassen noch auf für euch. Ja, wir sind gerade zu machen. Ja, wir sind gerade angekommen. Ja, perfekt. Okay, tschüss, tschüss. Danke. Habt ihr uns vorhin angesaugt wegen dem Kack-Berglöwe? Nee, 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 nee. Ich war der Tuner-Bohler. Ich war einfach nur... Wir bedienen dir, Alter. Ich schalte das nicht mehr. Digga, woher hast du die? Bedienen sie ja. Danke. Weiß nicht mehr. Ja. Aus dem Teleshopping-Kanal. Hast du dazu so einen Slicer-Leister bekommen, sagst du? Ja. Unwapplich. Was soll ich sagen? Was haben sie denn so? Aber deine Jungs haben uns angesaugt, ne? Wie fährt angesagt? Die sind uns hinterhergefahren und haben uns bedroht. Ernsthaft? Ja. Warum? Die meinten, wir könnten ja so ein Tier töten und so. Ach, ja, die waren ein bisschen... Die sind so Tierschutz... Die stehen auch gerade hinter mir hier, Digga. Ich hab dir auch schon gesagt. Bruder, der Ding hat mich angegriffen. Ja, deswegen hab ich schon gesagt, Digga. Lass die da einfach machen. Diese kleinen Wichser, Digga. Und ich hab's nicht getötet, Mann. Ja, deswegen. Die forsten mich auch manchmal einfach so an der Werkstatt. Kommen die langen... Berglöwen werden einfach Rudeltiere bei denen. Keine Ahnung. Wachen wir mal, warum? Ich muss eine Pilze reinholen. Ja, aber soll ich mich töten lassen? Nein, nein, nein. Es hilft nicht. Deswegen, ich bin komplett auf deiner Seite. Das hab ich denen dann auch geklärt. Ja, ich hab Hunger. Was ist das? Wir kommen jetzt nur noch bei euch, Tju, Alter. Erlang uns nun den Weg. Okay, pass auf. Konnichiwa. Ich würd gern... Taku, Nigiri... Was auch... Ach, da steht auch... Nee, will ich doch nicht. Ist ekelig. Ich will Ebi, Nigiri... Giri, die Garnele, wäre das dann? Ja, wir auch. Immer, inigiri, das wäre Tofu. Jeweils einmal, oder wie? Ja, ja. Ja. Nee, zweimal für mich. Nimm das gleiche mal, was sie nimmt. Okay, ich will zweimal Los Santos, Maki. Habt ihr irgendwo eine Toilette? Oh, sei ruhig, ich will schlecht. Ja, hinterm Parko, wo die Treppe ist. Und da die Tür daneben. Ich weiß Bescheid. Ich wollte dich noch ganz so schnell stören. Bist du lau, oder tschüss? Ja, auf, tschüss. Sag mal, Los Santos, Maki, ja? Okay, pass auf. Dann will ich noch... Yui Tempura dreimal. Und Happy Sushi Suppe. Und dazu hätt ich gerne... Blau, Bär, Matscha, Eis. Wusherum das ist, dreimal. Ich verstehe keinen Punkt. Blau, Matscha, Eis dreimal. Ja, richtig. Und das alles auch nochmal für meinen Mann. Ja, bitte. Also von ihnen das... Also so gesehen, das doppelt er einmal. Quasi das doppelte, genau. Also sechs Blaubeer. Dann sind das vier... Vier Happy Sushi, vier Karuka. Das ist so unmöglich, Alter. Vier Los Santos. Das wird heute eine lange Nacht. So Imari und zwei Ebi. Ja, das ist richtig. Dann bereite ich ihnen das einmal zu. Oh, dann bring ich ihnen das gleich mit... Dankeschön. Ah, toll. Hör auf, so zu reden, Töne. Das tut mir leid. Ich glaub ihr nicht. Man merkt, du hast richtig... Du hast richtig Feuer im Pöppis. Da hast du dich mal ein paar Tage ausgeholt, ne? Und schon drehst du dich durch. Den Teufel treib ich dir damit aus, dann sag ich dir. Was machen wir denn, was ich bestelle, ey? Das bringt mich immer vor Hochtun. Ich soll zum Mond. Oh, ne Scheiß. Das macht mich richtig wütend. Ich kann der frohe sein, dass meine Verdauung nicht drunter leidet. Was denn? Nein, wolltest du irgendwas sagen, meint ich. Alles okay. Du musst nie weinen. Ja, heute ist ein Scheiß-Tag. Oh, Respekt. Nein, heute ist ein guter Tag, weil du wieder aus dem Urlaub bist. Ja, nicht wahr. Erzähl, was hast du so gemacht ohne mich? Ja, Business, Business. Ja? Ja, was ist denn so passiert? Ja, das sag ich. Der will nur dich wie ein normaler Mensch sein. Was machst du da? Ja, geht gleich. Geht gleich. Ja, 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 okay. Okay, ja, erzähl. Ja. Ich wurde einmal überfallen. Die wollten meinen Schokorie geklauen. Ja, wie? Ja, irgendwelche... Wer? Weiß ich nicht, wer die wohnen. Ja, wer jetzt? Ja, ich weiß doch nicht, wer die wohnen. Ich fick die. Ja, wie? Ich fick die, Alter. Nein. Jetzt nur. Ja, wie? Niemand überfällt meinen Speknesian. Ja, die haben... Die haben meine Schokorie geklaut. Außer einen, den haben sie mir gelassen. Diese Wichser. Ja, dann wurde unser Haus besetzt. Dann hab ich mit Herrn Juri aus dem Elbenwald telefoniert und er meinte, ja, ich guck mal noch was an da rüben. Dann hat er uns da oben das Gelände vermietet, aber mit dem Zusatz, dass wir da uns um die grünen Flächen kümmern, deshalb hat er uns so ein Rasenmäher dahingestellt. Na du, solange wir nicht zahlen, dafür ist alles gut. Nö, wir müssen uns nur um den Rasen und so kümmern. Die Oma Turtle hat doch heute gefickt und Henke geschnitten. Und gestreichelte Busch. Ja, das ist doch gut. Die braucht das auch mal. Ja. Für sie entficken, ja, ja. Was? Was? Ja, hast du doch gesagt, ich muss nur... Ach so! Nix, nix knallig, knallig. Ich hab's vorgestellt. Fegen, Twinkie, Fegen. Ach so, ja, klar, logisch. Okay, weiter. Ja, ähm, ja. Ja, sonst, ich... Ich sag, ich spitz dir gleich. Ja, das ist denn! Ich erzähl die gleiche mal. Ja, warte! Ja, warte! Du, mach nur! Ja, warte! Mir ist schwindelig! Mir ist so schwindelig! Mir ist so schwindelig! Mir ist so schwindelig! Ich lass gleich beim Essen darüber reden, okay? Dann hast du best verloren. Ja, gut. Ja gut, können wir mal essen. Ja. Ja, dann hab ich das Auto falsch machen lassen bis der Nio, bis der Neufell gemäle. Ich hab mich beim Herrn Yugi erkundigt, wie es dir geht. Ach, ich war mit Opa Willy bei den Gangstern. Bei den Gangstern? Bei den Bombs? Ja. Weil den Herrn Yugi, der hat irgendwie so Probleme gehabt. Probleme! Und wir hatten Angst, weil wir da auf dem Willen links da wohnen, dass da irgendwelche Kriminellen kommen und uns was antun. Logisch, logisch. Dann hat Opa Willy seinen Sohn angerufen. Und heute... Hörst du mir überhaupt zu? Ja, 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 ja. Dann hat Opa Willy seinen Sohn angerufen und dann haben wir mit ihm geredet. Halt's Maul! Ja, und weiter, was ist noch so gewesen oder was? Ja, muss ich überlegen, vielleicht fällt mir gleich beim ersten Mal was rein. Jut, jut, ja! Hör auf so zu reden! Ja, wie? Ja, so! Ja, wie? Du kommst nicht aus der Gosse! Du bist ein Mädchen vom Lande! Ach, komm! Ich komm aus dem Quark! Komm du aus dem Quark! Nee, die Alte soll immer aus dem Quark kommen, das ist man nicht! Ja, wo kochten die überhaupt hier? Ja, keine Ahnung! In dem Lkw hinten? Ja, ich glaube auch! Dahinter so! Tricky, wie viel Geld hast du noch? Ja, warum? Nur so, ich wollte mal die Finanzen checken. Keine Ahnung, ich hab lange nicht mehr mal nachgeschaut so! Okay! Wie viel hast du denn? Ah, ich hab noch! Ich hab noch! Ja? Wie war denn der Urlaub? Na gut? Äh, ja wie viel hast du denn noch? Sag doch! Ja, ich hab 70.000 Dollar noch! Okay! So, soll ich das einmal aufteilen an euch beiden? Ja, wäre gut! Ja, aber dann nimm du alles! Mein Mann zahl! Ich zahl! Wie immer! Immer noch irgendein Leben! Oh! Danke! Danke! Kein Thema! Das sieht ja lecker aus! Aufpassen ist warm! Warm nur? Nicht heiß? Ja, mach ich ja mit heiß! So, ich dachte, wird nur aufgetaut! Nein, nein! Das machen wir im Bett selber! Vorgestern war ich hier essen kurz! Wir stehen auf Eis! Das ist kein Problem! Sagen Sie es einfach direkt raus! Was? Verzeihen Sie meine Frau! Die kommt heute aus dem Urlaub! Oh! Ah, okay! Die war auf der Insel Kasupayao! Ja, wo ich dich einfach alleingelassen wurde! Eine Tropen! Ich hab dich nicht alleingelassen! Du hattest Fieber und durfte sich einreißen! Oh, komm! Äh, und wer sollt ihr rechnen gehen? An ihn? Ja, ich zahl! Ja, ja, an den! Das macht, äh, 1.100! 1.100? Ja! Okay, dann machen wir 1.500! Ich hab's ja! Und... Dann einmal bitte die Karte durchziehen! Ja! Dankeschön! Dankeschön! Wunsch' euch auf jeden Fall einen guten Appetit! Danke! Und einen schönen Abend noch! Haben die immer bis 0 Uhr auf? Äh, ja, von 15 bis 0! Das ist gut zu wissen! Wir kommen jetzt öfter! Alles klar! Ja, wir können noch einen schönen Abend! Danke! Danke! Komm, Twinkie! Wie ein Junto! Hör auf! Was? Böse Twinkie! Was? Hä? Hör auf, wie ein Gangster zu reden! Komm schon! Willst du nicht, ne? Bleib okay! Wollen wir erst mal essen? nicht möchten wir erst mal essen das sind nicht was gesagt da bin ich mir unsicher ich habe nichts gehört ich habe es vor mich hingeblabbeln ich habe gesagt ich muss nein du ruhigst dich jetzt ich kann auch hier rein scheißen nein du scheißt nicht in unser auto das fällt mir nicht schwer ich mach das wie im bullenauto ich höre es dir halt lieber an hör auf ich hab oh mein gott du machst das eh nicht du tust nur so du machst eh nicht du tust nur so oh mein gott ich sage Bruder Schlesefurt lass mich kurz AP machen, danke Bruder das akzeptiere ich nicht hör auf damit ja was ich habe gesagt ich muss einen guten Platz finden das habe ich vor mir hingemurmelt ja klar das hätte ich auch bestimmt vor mir hingemurmelt und hätte dann gesagt nee will ich nicht sagen was ich gesagt habe ja weil du mir wieder ein Wort im Mund umdreht ja 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 natürlich guck mal deshalb bin ich durchs Ziel gefahren ja das fandst du doch so schön hier letztens ja super schön paar Wellblech Zäune ich meine den Ausblick für mich großartig ich meine den Ausblick ja das Mann sei froh das nicht ein Typ überhaupt aufm Berg fährt Fast können wir uns jetzt ein Taxi zurückrufen prom weil es dort dann doch eben rumstehen nee das machst du sauer wenn du damit wäre nee Garben 왜 stimmt schimmst nicht sag mir erst mal wie warst du aber gut ensitive Ach, ich lass mich jetzt noch essen. Also, so vor ein paar Tagen, ne? Ja. Da war ich so am Arbeiten, hab ein bisschen Geld verdient. War ich mit dem Pinsel unterwegs. Ja, ja. War mit Pinsel unterwegs so. Ich wollte mir irgendwas kaufen, ich weiß nicht mehr. Ja, was kaufen. Ja, logisch. Hab ich so die Finanzen gescheckt und hab so gesehen auch. Ja, so Finanzen. 1.300 Dollar nur noch. 1.300 Dollar. Warte mal, du musst mir was versprechen. Was? Du musst mir was versprechen. Warten. Wir sind ja ehrlich zueinander. Ja, natürlich. Wir sind ehrlich zueinander. Voll ehrlich. Ja. Oder soll ich dich auch lügen, nein, oder? Nee, 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 das wär ja voll nervig. Und du bestrafst mich nicht dafür, dass ich ehrlich zu dir bin? Nee, nee, dafür nicht, dafür nicht. Also, wenn ich dir jetzt was sage, weil ich ehrlich bin, ähm, machst du jetzt keinen Hackmack, so, wie Chata. Weißt du, bei Hackmack komm ich im Audi S6. Das kommt jetzt drauf an, du könntest mir jetzt auch voll ehrlich sagen, dass du ne andere geküsst hast und ich bin trotzdem sauer. Nee, nee. Ja, aber so, so, du verstehst mein Gedankengang, ne? Nee, nee, das ist nicht. Na, Quatsch, würde ich niemals fremden. Ja, ja, ja. Ja, das ist mir natürlich klar, aber ich mein ja nur so der Gedankengang. Lack, hör mir zu, Lack. Halt deine Fresse. Hab ich so Finanzen gescheckt und hab gesehen, oh, 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 Peanut. Ja. 1.300 Dollar nur noch. Ach, wie soll das reichen? Tankfüllung, 900 Dollar, erst 25.000 Dollar. Ja, kannst du ja was leihen, um Pinsel, bis ich wieder da bin. Ja, ja, aber Pinsel hat sich ein neues Auto gekauft. Ja, aber der macht das. Ich hab mal so ein bisschen auf sein Konto geschiert, als ich neben ihm stand. Also der ist so voll flüssig. Der kauft ja auch nichts. Hat er aber nicht angeboten und ich wollte nicht betteln, sagen wir es mal so. Ach, Quatsch. Ja, erzähl weiter auf jeden Fall. Ja, dann hab ich natürlich hier, hab ich Chef angerufen und hab gesagt, yo, Chef, kann ich Vorschuss? So, ne? Also jetzt nicht den Chefchef, sondern den Bischofchef. Den Bischofchef, ja, 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 ja. Kekaschef, Willichef und der... Ja, alle sind Chef, ja, ja, außer wir, ist mir schon klar, ja. Ja, ja, dann hat er gesagt, ja, hm, kann ich machen, aber ich hab ne bessere Idee. Sagst du, warte. Sagst du, der kommt vorbei? Kommt vorbei und, äh... Ja? Packt die Würfel aus. Ja, wie? Ja, so. Der hat gesagt, der zahlt mir, also, der hilft mir finanziell, aber der will ein kleines Spielchen draus machen. Ja, wie, jetzt so ein Spielchen. Ja, der wollte ein Spielchen draus machen. Erklär mir das mal. Ja, der wollte Würfel mit mir. Was genau für ein Spiel? Der wollte Würfel mit mir. Ja, was, wie nennt man das? Ja, Würfel. Sag mir das mal schnell. Ne, ne, man nennt das doch irgendwie. Dafür gibt's doch nur Bezeichnung auch. Ja, guck, so. Den Würfel genommen und dann so. Ja, ja, aber, aber sag mir mal, wie man das schnell nennt. Na, siehst du, ne fünf, immer Glück. Ne, sag mir mal schnell, wie man das nennt, dieses Spiel. Ähm, Würfeln. Ja, aber auch, aber auch, wie bezeichnet man das weiter, nochmal? Oh, mir liegt's auf der Zunge, war das nicht irgendwas mit G? Mir fällt das grad echt nicht ein, was du meinst. Mit G, Gl, 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 Gl. Ah, Guck, Guck. Ne, 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 anders. Warte, Gl. Wie nennt man das nochmal? Ah, Glücksspiel. Glücksspiel. Wie? Ähm. Glücksspiel? Ja, Glücksspiel. Ja, okay, aber da hast du ja natürlich Nein gesagt, ne? Ja, hab ich. Ja, das ist gut. Der hat aber gewürfelt. Ja, aber ihr habt ja kein Glücksspiel, also du bist ja nicht drauf eingegangen. Ähm. Ah, guck, das war so. Der hat gewürfelt, dann hab ich seine Zahl gesehen, der hatte ne 4 gewürfelt. Mhm. Und dann hab ich so doll gelacht, so. Und mein Würfel ist aus der Tasche gefallen. Mhm. Und ich hab ne 3 gewürfelt. Ja, aber das zählt ja nicht, wenn du einfach nur ein Lass bist. Das kann ich ja auch machen. So, ha, 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 Leute. Ja, wir haben, natürlich haben wir gelacht und ha. Ja. So, und ja. Super, so, ha, 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 lustig. Ja, ha, 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 ha. Siehst du auch ne 5, wir haben immer Glück. Ja. Wir sind einfach Glücksspielse. Ja, ja, aber das zählt ja nicht zum Glücksspiel-Clip-Seite. Egal, auf jeden Fall hab ich dem dann 20.000 Dollar geschuldet, weil das hat doch irgendwie gezählt irgendwo. Wie? Ja. Ähm. Ja, wie? Ja, jetzt haben... Ja, warum hat das gezählt? Beruhig dich doch erstmal, das Schlimmste kommt noch. Nee, warum hat das gezählt? Du denkst, das ist schlimm, das Schlimmste kommt noch. Ich will jetzt wissen, warum das gezählt hat. Ja, weil es halt Glücksspiel war, legen wir die Karten auf den Tisch. Ach nee, das wäre ja auch schon wieder Glücksspiel. Du hast also offensichtlich Glücksspiel gemacht. Es war Glücksspiel. Kein, kein dran vorbei. Es war ein Spiel. Es war ein Glücksspiel. Es war ein Spiel, Twinkie. Es war ein Glücksspiel. Aber beruhig dich erstmal, weil das Schlimmste kommt jetzt. Okay? Aber es hat doch eine gute Seite. Aber erstmal fahr ich dich hoch, um dich dann wieder runterzufahren. Okay? Ich hab dann 20.000 Dollar Spielschulden gehabt. Und dachte mir natürlich, okay. Oder du bist am Arsch. Und was macht ein vernünftiger Erwachsener Mann in dem Moment? Und der merkt, du bist am Arsch. Der versucht, sich aus den Schulden rauszuspielen. Oder nicht? Ja, oder nicht? Also hab ich nochmal gewürfelt. Aber diesmal um 50.000 Dollar. Und ich hab eine 5 gewürfelt. Und dann hat der Bischof die Würfel genommen. Eine 5 ist ziemlich hoch, weißt du? Die Chancen zu gewinnen sind sehr hoch dann. Und der Bischof hat auch gewürfelt. Sehr großartig. Dann haben wir ja keine Schulden mehr. Und der hat auch eine 5 gewürfelt. Also quasi unentschieden. gewesen. So in der Runde. Also, muss niemand zu irgendjemandem was sagen? Ja, warte. Die Story ist noch nicht vorbei. Ich denke, du hast mich geheiratet aus purer Liebe, oder? Auf jeden Fall hab ich dann gewürfelt. Und ich hatte eine 2. Und dann hat Bischof wieder gewürfelt. Und Bischof hatte eine 4. Aber es kommen 2 gute Sachen. Jetzt kommen noch mal nur schlechte. Dann hatte ich nicht nur 20.000 oder Spielscheuern, sondern 70.000. Ich weiß das nicht los. Ich bitte hau mich nicht. ähm, ja, ich hab die, ähm, ich hab die, ähm, ich hab das Geld aber ohne Probleme aufgetrieben. Ich war sogar auf dem Erbefeld. Mhm. Ich hab sogar richtig malocht. Mhm. Ja. Ich hatte, die Muskeln in meinem Rücken haben mir zum Erfolg geholfen. Und Pinsel hat mir sogar auch mitgeholfen. Mhm. Der war mit auf dem Erbefeld. Wir hatten zwei, zwei Schaufeln bei. Mhm. Wir haben jedes Mal zwei Erbeeren rausgeholt aus dem Feld. Die perfekt aussahen. Ähm, ja. Und hab die Kohle halt aufgetrieben. Dann hab ich Spenden gesammelt für Haschisch. Für den Krusch. Beim Herrn Juri und beim Pi vom Cube und so. Ein bisschen am Würfelpark. Aber, pass auf, du bist jetzt eine Handgranate ohne Stift. Aber ich hab den Stift, den hab ich in der Hand. Und ich kann dir sagen, der Bischof möchte das Geld gar nicht. Ich hab gesagt, das sind Erb und Schulden, ich zahl das. Aber wenn du zum Bischof gehst und sagst, du hast meinen Pinsel zum Glücksspiel verleitet und den anmeckerst, dann hab ich keine Schulden. Mhm. Ja. Also der hat schon angeboten, dass er das Geld nicht möchte. Dass alles so cool ist. Mhm. Also du musst mit dem meckern. Dann hab ich keine Schulden mehr. Mhm. Und ich war arbeiten. Kannst du das für mich tun, Pudding-Täutchen? Mhm. Gehst du hin? Redest du noch mit mir? Winky? Ach, willst du spazieren? Okay. Magst du Hähnchen halten? Wie, da hab ich keinen Schlüssel mehr für das Auto? Wolltest du euch das wissen? Ja. Warum bin ich jetzt schuld, dass du den Schlüssel verlierst? Ja, stimmt. Das hatte der Mann ja von der Reparatur. Hast du bestimmt auch nicht besorgt. Hä? Hat jetzt also irgend so'n Typ, der unser Auto irgendwie logiert hat, hat jetzt auch unseren Schlüssel. Wir können das Schlüssel tauschen. Mhm. Komm, wir gehen das Schlüssel tauschen. Nee, komm. Finky. Ich hab dir gesagt, nee. Ich hab dir gesagt, machst du noch einmal Glück gespielt, dann war's das. Also verlässt du mich. Und bevor du jetzt antwortest, ne, überleg dir genau, was du sagst. Weil die nächste Antwort nimmt mich sehr ernst. Es sieht wohl so aus. Also verlässt du mich. Und du hast mein Herz gebrochen. Also verlässt du mich. Glücklich. Du hast mein Herz gebrochen. Und das meinst du ernst? Du hast mich verletzt. Ich hab dir gesagt, dein Glücksspiel. Warum? Weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Bischof ist der Teufel in Personen. Nee. Der hat mich gelockt mit Werbung. Nee. Der ist der Teufel in Personen. Ich hab dir gesagt, pass auf, Peter. Mein Speckbäckchen. Mein Speckbäckchen. Pass mal auf, ich versuche es nun. Nein, du hörst mir jetzt zu. Ja, kannst du... Lauf nicht, komm. Ich hab keinen Bock, gleich wieder hochzulaufen. Ja. Erzähl mir. Aber ich muss weglaufen. Nein. Ich hab dir gesagt, auf, Speckbäckchen. Ich hab ein Haus besonnen. Nein, 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 nein. Du lässt mich jetzt ausreden. Okay, das nimmst du mir nicht auch noch. Du kannst mir vieles nehmen, aber das nicht. Okay. Wie habt ihr gesagt? Ich hab dir gesagt, Ah, Speckbäckchen. Ah, ich hab dir gesagt. Toll, Alter. Entschuldigung. Ich hab dir gesagt, Ah, ich hab dir gesagt, Speckbäckchen, du kannst vieles machen. Das ist verdammt. Du bist so schwindelig, hör auf. Vieles kannst du machen. Aber... 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 Aber ich hab schlechte... Erfahrung... Und... Gibt's nicht... Ich weiß nicht. Okay. Kontinuance. Und... Und... Und glücklich... Das ist eine... Aber Twinkie. Ich bin auch nicht fertig. Okay. Und du hast es getan. Und ich hab... Ich hab gesagt... Okay, Speckbäckchen. Das kann einfach... Das kann mir so passieren. Darf ich reden? Oh, nein, nein, nein. Okay. Ist okay. Ich hab dir gesagt... 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 Ich hab's schon wieder gedacht. Bist du fertig? Ja? Ja. Hör mir doch mal zu. Ja. Ja. Ich versuch... Du musst... Du musst auch mal die positiven Seiten darin sehen. Okay? Glücksspiel ist scheiße, hast du recht. Aber... Jetzt wird's cringe. Aber... Ich hör auf mein... Ich hör auf mein Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl... Kann da nicht so oft falsch liegen so. Weil mein Bauchgefühl hat mir auch damals gesagt, dass du... Ja, die Richtige bist. Hörst du mir zu? Ja. Ja. Ich versuch uns nur in einem neuen Land ein schönes Leben zu erschaffen. Ermöglichen. Und ich dachte, ich nutze die Chance. Und ja, ich hab verkackt. Aber ist nicht so schlimm. Weil der Bischof ist ein Freund. Und... Ich glaub, ich muss das nicht sein, wenn du mit dem schimpfst. Meinetwegen können wir den... Ja, aber nicht so. Ja, okay, du hast recht. Hab gespielt, hab verloren, hab verkackt. Hab nicht verkackt. Weil wir müssen ja nichts geben. Dafür hab ich aber ein schönes Haus. Hör mir zu. Lass mich aus. So redest du gar nicht mit mir. Dann kannst du gleich gehen. Twicky! Ja, ist doch okay, Mann. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Du hast recht. Hallo. Du hast recht, okay? Ja. Natürlich hab ich recht. Ja. Du hast recht. Aber was willst du tun jetzt? Ähm... Mich entschuldigen, tut mir leid. Das reicht mir nicht. Ähm... Bitte nicht. Soll ich da ein Gedicht schreiben? Oh, was sagst du jetzt? Du, 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 du... Nee, ich bin noch nicht so gut da drin. Oh, ja, das war so cool. Ich versuch... Hör mir zu! Ich versuch nur meiner Prinz... Ich... Ich kann gar nicht glauben, dass ich das sag, Alter. Aber... Ich versuch nur meiner Prinzessin den Schloss zu bauen. Stehst du? Ich nutze jede... ...möglichkeit, außer illegale, kriminelle Sachen wollen. Weil wir sind gesetzestreu Bürger. Ähm... Dir das Schloss zu bieten, was, ähm, du verdient hast. So, ja... Ich schäme mich grad dafür ein bisschen, aber... Sonst sieht ja keiner und hört ja auch keiner zu. Ja, natürlich nicht. Und deswegen hab ich dir auch was zu sagen. Ähm... Ja. Jetzt überleg genau, was du jetzt sagst, bitte. Ja, ja, klar. Natürlich. Ich weiß ja genau, was ich zu dir sagen möchte. Nämlich. Es mag sein! Es mag sein! Dass du... ...ich vielleicht... ...und sprichst. Aber Tatsache ist... ...du hast dein Wort gebrochen. Und das enttäuscht mich wirklich sehr. War das denn nicht grad schon Strafe genug? Nein, nein, nein. Das Problem ist einfach... ...du trägst keine Liebe. sondern, ja... Ich möchte, dass ich... Oh, das ist ein Glück, hat er nicht angehalten. Das ist ein Glück, hat er nicht angehalten. Ja, erzähl weiter. Wir einigen uns darauf, dass du mit dem Bischof schimpfst. Ja, was? Ich soll deine Scheiße jetzt wieder ausfahren. Du bist die Intelligentere von uns beiden. Ich will nicht mit dem Bischof reden. Okay, dann klar. Ich will direkt mit seiner Mutter reden. Die direkt. Ist mir scheißegal. Und irgendwann auch mit seinem Vater. Ist mir scheißegal, ich will mit dem reden. Und ich will, dass die dafür zahlen. Speckbärchen, du hast hier gar nichts zu zahlen, sondern die haben zu zahlen. Ich hab die Schnauze voll. Wirklich. Richtige Einstellung, Twinkie. Nein, du hättest eine scheiß Fresse. Was? Warum? Dann püsse auf. Du wirst das Geld auch zahlen. Du darfst mich nicht... Nicht an diesem Bischof, sondern an mir. Du wirst das Geld auftreiben und du wirst es mir bezahlen. Ich hab das Geld. Ja, gut. Dann kannst du es mir gleich geben, denn ich ver... Ich verwalte in Zukunft unser Geld. Du verwaltest unser Geld. Ich verwalte unser Geld. Mir ist scheißegal, was du sagst. Und wenn ich was kaufen möchte? Dann bin ich da. Und was, wenn du wieder im Urlaub bist? Dann leistest du das von Pins und ich gib's ihm wieder. Ist mir scheißegal. Mir reicht. Aber ich fühl mich jetzt gerade schon meiner Menschheit berauft. Nein, nein. Halt deine Klappe. So läuft das jetzt. Du hast es so entschieden. Du hast gesagt, okay, ich will trinke... Ich will... Ich will... Ich trinke etwas rödig. Glücksspiel. Ich will Glücksspiel. Und das mit hohen Summen. Und fühl mich dabei gut. Yeah, wuuu. Wir haben Spaß. Yeah, wir haben keinen Spaß. Nein, das ist kein Spaß, pleite zu gehen. Du gibst mir dein scheiß Geld. Alles. Ich will vor allem einen Blick auf dein Konto haben. Ich will all dein Geld... Nein, du musst gar nicht lachen. Kann ich nicht 500 Dollar behalten? Ich will vor allem... Wie soll ich denn tanken gehen? ...auf dein Konto. Du kannst dir immer Geld leihen. Von irgendwem. Kannst du dir irgendwie bestimmt 500 Euro leihen. Dollar. Achso, du bist immer noch mit dem Kopf auf den Inseln, ne? Und dann... Möchtest du auch mein Handy durchsuchen? Ja, auch. Ach, also, okay. Ich will dein Handy, weil ich meins nicht mehr habe. Doch, ich habe dir vor allem eins gegeben. Hab dir hinten in den Hosentaschen gesteckt. Oh ja, ist auch besser so. Du kannst nur sehen, wie sehr ich eigentlich denke. Ich will deine Anrufsliste sehen. Ja, kann ich dir vorlesen. Ja, gut. Du kannst sofort die Nummer vom Casino blockieren. Ich habe keine Nummer. Ja, so ist es so. Ich habe Opa Willi angerufen. Pinsel, den Alex. Bürgerladen. 247, weil ich dachte, das wäre der Bürgerladen. Opa Willi. Da hat der Sheriff mich angerufen, als sie dich gefunden haben. Baby Twinkie, das bist du. Polizei, Polizei. Pillbox. Pinseln. Herrn Juri, Herrn Juri. Chefbischop. Und Herrn Juri. Also nicht das Casino. Nee. Ich habe den Bishop angerufen. Ja, wenn der Bishop dich anruft, dann gehst du nicht dran. Aber der ist in den Chef. Du gehst nicht dran. Vielleicht dich einmal mit dem telefonieren. Egal, ob ich dabei bin oder nicht. Ist mir scheißegal. Der wird dich jetzt über mich erreichen. Also darf der Bishop nicht mein Freund sein? Der darf mich anrufen. Kann fragen, ob er dich sprechen kann. Darf ich da mit dem Bishop noch reden, wenn du... Wenn er sagt, ich mache kein Glücksspiel mehr. Wenn er das verbietet. Der tut mich quasi auf der Blacklist vom Casino. Das kann ich dem leider nicht sofort glauben. Okay, du kannst ja mit seiner Mama reden. Ja, wenn ich mit der gesprochen habe, dann können wir darüber nochmal diskutieren. Oh, Bishop, was auf. So lange hat er dich über mich zu erreichen. Ja, okay. Gib mir jetzt meinen Schlüssel. Gib mir meinen Schlüssel. Das ist mein Schlüssel. Gib mir meinen Schlüssel. Das ist aber mein Schlüssel. Gib mir da einen Schlüssel. Ja, hier. Oh, ich hatte deinen Schlüssel. Weil ich hab den wohl abgeholt. Du lässt mich einsteigen. Ich hab den nämlich wohl abgeholt. Gut. Also du hast das verstanden jetzt, ja? Ja. Ich darf nicht mehr mit dem Bishop spielen. Ja. Und auch nicht telefonieren. Und auch nicht mehr mit dem telefonieren. Außer, er ruft mich an und sagt, jo, darf ich mit dem Peanut reden? Und wenn ich dann ja sage, dann darf er dich anrufen und du darfst rangehen. Okay. Hast du verstanden? Ja, Sir. Ich hab die Schnauze voll jetzt, wirklich. Und was sagst du zum Haus? Ja, ist schön. Jetzt sag mir was anderes. War der Pinsel dabei, als ich gespielt hab? Ja, der war dabei und der hat mich nicht daran gehindert. Er hat dich nicht daran gehindert. Okay, gut zu wissen. Und ich hab den, nachdem ich verloren war und auf dem Boden zerstört war, hab ich den auch gemeckert, dass der mich nicht daran gehindert hat. Aber der Pinsel ist mit mir arbeiten gegangen, auf dem Erbefeld, um mir zu helfen. Ja, trotzdem hätte er dich daran hindern sollen. Das sollte er auch wissen. Und deswegen werde ich mit ihm auch noch schimpfen. Oder, das ist der P, die lasst dich tot, glaub mir. Und zwar richtig. Ich hab die Schnauze voll, ihr scheint mich alle verarschen zu wollen. Weißt du, es ist ja schön, dass alle deine Freunde sind, weißt du, aber meine Freunde sind sie scheinbar nicht, weil sonst würden sie dich daran hindern. Kannst du Licht vom Auto machen, bitte? Nein! Aber du fährst im Dunkeln. Kann ich jetzt nicht. Du fährst aber im Dunkeln. Feegal. Mach Licht an. Ich bin wirklich traurig. Verletzt. Oh, siehst du? Ja, ja. Der hatte doch Licht an, das ist doch alles gut. Du aber nicht. Ach, guck mal. So, zum Taxi wolltest du noch, ne? Oh mein Gott. Ja, ich wollte nur erklären, dass zum Taxi-Mark nur noch deinen Vornamen eintragen muss. Wieso meinen Vornamen nur noch? Ja, nur noch Twinkie. Ja, was, wenn jemand anderes kommt, der auch Twinkie heißt? Gibt's aber keinen langen Taxifahrer, der Twinkie heißt. Ja, aber was, wenn einer kommt? Boah, dann nennt der sich Twinkie 2. Weil you are the original Twinkie. Ja, ich weiß ja nicht. So, gucken wir mal, ob jemand hier ist. Anscheinend, was sind die ganzen Autos? Das ist ja gar kein Schwein. Wie lange war ich denn weg? Kannst du bitte die Karre vorsichtiger fassen? Ach komm, leck mich am Marsch. Weißt du, das kostet auch schon wieder 10.000 Dollar. Ja, ich zahl die ja, weil ich das Geld ja jetzt verwalte. Ach so, du darfst Unfälle bauen? Und ja. Ich zahl sie ja auch, oder nicht? Ja, aber von meinem Geld. Außerdem ist das kein Unfall gewesen. Ja, doch mein Geld. Ja, sei doch ruhig. Okay, ist keine Wahl. Keiner deiner auch so guten Freunde ist hier. Das sind doch deine Freunde. Ja, warum? Weil sie dich alleine lassen. Und wer lässt dich nicht allein? Ich lass dich nicht allein. Ach, wer hat denn Wellness gemacht? Ach komm, ich war krank und du hast mich allein da gelassen. Wir haben geredet an dem Tag und du hast gesagt, Peanut, mir geht's nicht gut. Und dann kam irgendwann der Arzt und hat gesagt, jo, du darfst nicht von der Insel weg. Ja. Ja. Und du bist einfach trotzdem abgehauen. Ja. Obwohl es mir nicht gut ging. Hallo? Wer hat sich um mich gekümmert? Nicht du, sondern Schinniper. Ich muss dir die Sachen am Laufen halten. Was willst du? Schinniper hat sich um mich gekümmert. Nicht du. Mein sorgender Mann. Ich muss dir das Pferd am Laufen halten. Unser Pferd ist zu Hause in Arizona. Die Geschäfte. Ach, das ist einfach ohne dich. Du bist kein Taxi-Chef. Du bist so ein Angestellter. Quasi praktikal. Ja, ein niedriger Wicht. Du kannst ja nichts. Eins, zwei, ey. Dann such dir den Taxi-Chef. Ja, der Chef steht auf mich. Der hat mich schon angefahren. Ich könnte, wenn ich wollte. Aber will ich nicht. Das wollte ich, mein Typ. Kommt ihr den doch an mit seiner Handpresse, als ob ich den jeweils wollen würde? Bah! Bah! Ich bin... Ich hab auch noch irgendwo Würde. Ja, okay. Ja. Ja? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wo fährst du hin? Ja, weiß nicht. Zum Diskutieren fährt man nur immer rum, hab ich gehört. Okay. Im Kreis quasi. Ja. Nicht im Kreis stehen, sondern fahren. Das ist die Devise. Ja. Und du hast dir das alles anzuhören, denn du verleckst, wenn du aussteigst. Du willst ja wohl dein Leben schützen, oder? Was ist denn Scheißtag? Ja, ja, ja. Erzähl mir nichts. Wo denn da ist? Hab in ein Polizeiauto geschissen. Erzähl mir, du, erzähl du mir nichts von einem Scheißtag. JJ, bist du noch da? Warst du vielleicht auch noch bei denen? Hä? Bei denen hier? Nee. Nee, natürlich nicht. Da war ich auch nicht. Wäre ja auch ein zu viel, das Twinkie zu erzählen, ne? Ich war nicht. Oh mein Gott. Erzähl nichts. Der Wichser, wie fährt der dann? Die Stadt tut dir nicht gut. Bruder, ich bin grad mit mir nicht böse. Aber dankeschön für 20 Gifte Zapf oder unnormal. Vielen lieben Dank, Mann. Weißt du, irgendwann, dann werde ich dich einfach irgendwo, irgendwo hier abladen, hier bei dieser Gang oder so. Das ist das Pink Cage, das ist ein Hotel. Als ob die haben einen Lieferwagen vorentür. Das ist natürlich eine Gang. Okay. Und dann werde ich dich hier abladen und sagen, Zapina, hoho, hat mein Herz gebrochen, hoho, und dann musst du dafür einstehen, sonst war es so richtig. Ja. Ja. Ja, lache du nur. Ich lache nicht. Na, wartens auf, wenn es so weit weg ist. Weg. Ich bin nach Hause. Ich lache nicht. Ach, komm, komm. Ich nehme das echt ernst gerade. Ja, ist doch besser so. Ja. Ich bin nämlich wirklich wühltig wühltig. Nee, nein, du verstehst nicht. Komm mir nach Hause, bitte. Ich... Du verstehst nicht. Ja, doch, ich verstehe. Ja, wie wütend bin ich? Ja, bis hier. Ja. Ja, nee, wie wütend bin ich? Ja, bis hier. Nein, ich bin wirklich wütend. Ja, du bist wirklich wütend. Okay, jetzt sag mir, wo es nach Hause geht. Ähm, boah, nächster Dings. Weißt du, wir wohnen jetzt ziemlich ganz oben auf den Hüls. Wir haben es geschafft. Das ist mir scheiße gar. Okay. Du hast mich einfach enttäuscht. Ich will morgen mit der Mama von Bishop reden. Ich weiß nicht, ob die noch lebt, aber wir können das machen. Ist mir egal und wenn ich zum Grab von der Alten gehe. Das war an der Stelle nicht nett. Ist mir scheißegal. Jetzt können wir uns doch mal wieder beruhigen, ne? Beruhig dich. Die Karten sind auf den Tisch gelegt. Hm. Ja, ich bin so glücklich damit. Oh, ich kann mich kaum halten. Ja, dann hol doch gleich in deiner großen Wille. Ja, dann halt doch deine scheiß Fresse. Halt du doch deine Fresse. Werde mich unverschämt, Fräulein. Nee, so nicht. Gleich platzt mir die Hosen nackt. Traurig hast du mich gemacht. Ja. Ich bin immer noch enttäuscht, wie du merkst. Ja, morgen sieht die Welt schon wieder an das aus. Nee, nee. Ich muss das alles erst mal von heute verarbeiten. Ja, verarbeite das mal. Ja. Hier links. Ja, ja. Sie selbst an dem Schiff. Der Pass ist schon. Siehst du? Nur für dich. Nur für dich. Ein riesengroßer Parkplatz. Privatgelände, Twinkie. Hier kannst du parken, wie du willst. Interessiert keine Sau. Perfekt eingepackt. Hau rein, Homeboy. Der heißt Haschisch. Ciao. Ja, ja. Komm mal, jetzt mal. Du darfst nicht mit Haschisch so reden. Sag mir, wo wir wohnen. Ja, oh, natürlich im Hauptgebäude. Eins, zwei oder drei. Mitte. Ja, Mitte. Rechts und uns wurde der Pinsel. Oh Gott, wir wohnen. Das sind echt verdammt massive Wände. Ja, hoffe ich. Ja. Okay. Geh schon mal rein hier. Ja. Guckst du dich schon mal oben? Ähm. Ich muss noch Haschisch füttern. Äh. Das ist diesmal ein Schlüssel und kein Code. Ja, ja. Einen Schlüssel brauche ich allerdings. Ja, hier. Dann beweg deinen Astralkörper mal und dreh dich um. Ja, anstatt mir das direkt zu geben. Anstatt so. Ich merke schon, du notgeiles Arsch. Du kannst auch sagen, dass du mich vermisst hast. Ja, das ist, das ist, das ist, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Boah, ich muss runterkommen, Alter, das ist zu viel Input heute. Das ist, ich möchte am liebsten so losschreiten, ne, Alter, aber. Den Scheiß musst du erst mal verarbeiten, was hier abgeht. Erst mal ein bisschen Rasen wehen. Erst mal ein bisschen Rasen wehen. Um ein Uhr nachts. Ja, war doch ruhig heute, man hat doch Spaß gemacht. Ich guck mal, ob ich für den Rasenmäher noch einen Sound hole, aber die werden immer so laut. Vielleicht, vielleicht finde ich einen, der angenehm ist. Das ist manchmal echt viel. Ruhig und entspannt. Irgendwas schatten wir vor. Der Dank geht nicht nur an mich, der geht auch an Twinkie oder an Pinsel. Das ist einfach, Alter. Ja. 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 Hat aber auch irgendwie eine Message, ne. So, sie hat schon im RP recht damit. Und natürlich auch außerhalb vom RP. Das, weil wir hier quasi spielen mit dem Glücksspiel, das gibt es doch in echt. Und das ist kein Witz. Deshalb meine Freunde, Finger weg davon. Ist halt ein bisschen Dulli-RP, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Macht Spaß. Aber ich will jetzt einfach nur Rasenmähen grad. Aber. Ich will mich an den Eiern, das ist aber gut. Dann bin ich eh nicht immer derjenige, der für alles sorgt und, weißt du, kann ich mich auch mal leiten lassen im RP. Und die Leute können mal ihre Storys machen. Betrafen wir, finde ich, hier aber ein bisschen drüber. Warum? Das ist cringe, ne? Das ist cool. RP, Bruder. Gibt noch ganz anderes RP. Das wird der Prinzessin und dem Schloss und mein Highlight. Ja, ja. Ein Uhr Rasenmähen, natürlich. Du musst den Witz in der Sache erkennen. Das ist einfach kick, was ich hier grad mach. Ein Uhr nachts Rasenmähen. Boah, ich hab hier gar... Hier gibt's ja keine Nachbarn. Nee. Komplett alleine. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Stimmt. Boah. Gigi, du erinnerst mich wieder dran. Ey, ihr dürft mir das nicht übel nehmen, ne? Wenn ich vergesse vorzulesen, ehrlich. Der Support ist, äh... Aus allertiefstem Herzen. Ich bin aber so drin im RP manchmal, dass ich das einfach vercheck. Ihr dürft mir das nicht übel nehmen, bitte. Ich versuch nur, uns zu unterhalten. Warum, ihr müsst zu be mad? Das ist manchmal echt schwer, ein bisschen hinterher zu kommen. Aber ich kann ja mal kurz auf mein Handy gucken. Ähm... Ja, du Pinsel will noch... Oh mein Gott. Sag mal, bist du Jägg? Jetzt noch hast du zu mir. Ich glaub, bei dir auch nicht. Ich bin sowieso jetzt fertig. Ja, das hoffe ich auch. Ich will schlafen. Ja. Ich... Mein Gott. Ich bin sowieso. Ich bin sowieso. Ich bin sowieso. Scheiß auf den Busch. Oh mein Gott, Alter, mir geht's nicht gut. Ich muss schlafen. Hallo, Herr Inuri. Ich wollte fragen, ob alles gut gegangen ist mit deiner Frau oder Freundin. Ich bin gerade rasend am Mehen. Du bist gerade am Rasen, man? Ja, ich musste mich ein bisschen ablenken, das war heute ziemlich stressig. Ja, glaube ich dir. Ich glaube, die Insel hat sich schon ein bisschen verändert gehabt. Nee, das war nur gespielt, die wollten mir eine Lektion erteilen. Ach so, okay. Weil ich habe sie ja wieder allein gelassen. Ja, aber dafür kannst du doch nicht, sie war doch krank. Ja, habe ich auch gesagt, aber meine Argumente zählen nicht. Kennen Sie ja, Herr Inuri, die Frauen. Ja, die Frauen gerade, ne? Die haben verloren. Haben die Schlüssel gepasst? Auf die Fahrzeuge? Ja, außer einer, dem weiß ich nicht, wo der hingehört. Ja, dann werf den weg. Okay. Einfach in irgendeinen Guri-Deckel werfen. Ja. Aber warum hast du um die Uhrzeit noch Rasen? Ja, war heute sehr anstrengend. Ich wurde von einem Berglöwen angegriffen. Von Berglöwen angegriffen? Ja, oben in Harmonie. Konnte der Antacke zum Glück ausweichen und habe den dann erschossen, also auf den geschossen. Also ich hätte das ja schon eventuell gern gesehen, wie du von dem wegläufst. Ne, ich bin nicht weggelaufen, bin ausgewichen und dann habe ich geschossen. Ach so, ja, okay. Und dann kamen die Leute von der Werkstatt und meinten, warum schießt du auf ein wehrloses Tier, was unter Naturschutz steht? Ja, weil das für dich angefallen hat vielleicht? Ja, aber das haben die nicht so gut verstanden. Für die war das eine kleine Miezekatze. Ja, und dann fragst du noch, warum ich mich nicht antivende, wenn ich Probleme habe, ja? Siehst du den Fehler? Ja, ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Ein Typ meinte dann auch noch, als der Tierarzt da war, ja, geht ihr mal besser weg, weil wenn die Katze gleich aufwacht, dann geht die sofort auf euch los. So, aber auf die anderen halt nicht, so ist halt eine zahme Berglöwe. Der weiß, was er tut. Ja. Und dann das mit Twinkie, die hat auch ein ganzes Polizei-Auto vom Sheriff vollgeschissen. Ja, nicht schlimm. Das war aber geschauspielert, die hat es gemacht, damit es authentisch rüberkommt. Achso, okay. Und dann habe ich Deckard gebeichtet, dass ich 70.000 Spielschulden habe. Und du lebst noch? Ja, sie wollte mich erst verlassen, aber ich konnte so gut überreden. Aber jetzt muss ich ein ganzes Geld abgeben und sie verwaltet das. Ich bin quasi ein Pantoffelheld. Aber hast du dir schon gesagt, dass sie nochmal umziehen muss? Also, ja, das weiß ich. Achso. Hast du kein Problem damit. Nee, sie ist da gerade drinnen. Die kam zwar gerade raus und hat mich angebrüllt, weil ich rase mir um ein und nachts, aber sonst geht es uns allen gut, glaube ich. Ah ja, dann ist ja alles gut. Und wie wäre hier ein Tag mit der Security? Sehr entspannend. Das freut mich. Ich auch. Kannst du auf der Wiesel News-Seite, kannst du nachlesen, was wir gemacht haben. Wir wurden von einem Kamerateam verfolgt. Guck ich mal, wenn ich kacken gehe. Ja, stimmt, vom Wiesel News, der Franz, ich war dabei. Ja, die waren die ganzen Abend bei uns dabei gewesen. Ach, cool. Die sind sehr berühmt und sehr reich. Da komme ich auch irgendwann mal hin. Ja, hast du schon ein großes Anwesen jetzt. Ja, aber kein Geld mehr. Das hat Trink jetzt alles. Noch nicht, aber morgen. Dann wird die reich, nicht du. Ja, was hat meine Mutter immer gepflegt, zu sagen, happy wife, happy life. Das ist richtig. Jetzt weißt du, warum ich keine habe. Ach, ich würde jetzt auch lieber den Berg Löwe nehmen. Hoffentlich hat die das nicht gehört. Man könnte sagen, pass auf nicht, dass sie das gehört und nochmal rauskommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die mich abhört, dass die mir so eine App installiert hat. Aber zum Glück ist das Handy alt und Schrott. Da kann man gar keine Apps drauf installieren. Dann wünsche ich eine gute Nacht, Herr Nuri. Ja, ich auch. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Ja, tschüss, Sikowski. Ja, tschüss. Bye, have a great time. So. Tag, wo war er noch? So, Pinsel. Alpino, danke schön für den Gifte-Zappern in Patrick. JJ, danke schön für 20 Gifte-Zappern. Und dann nochmal. 30 Gifte-Zappern, Alter. Vielen lieben Dank. Ich kann meine Dankbarkeit nicht so rüberbringen, wie ich jetzt gerne möchte. Ich kann, ich würde am liebsten Mehrheit machen als Dankerang. Wiped, danke schön für den Prime im 32. K-Lab, danke schön für den Host. Ich glaube, du bist noch da. Ich glaube aber nicht. Hochleistungsschilder, danke schön für zwei Gifte-Zappern. Biohazard, danke schön für du bist am sechsten. Du kannst auch jeden Tag teilen, ne? Ich werde verrückt hier noch. Und Planet X, danke schön für den Prime im 25. Poolstream? Bomber. Guck mal, wie du die? Ich habe mich vorhin da reingesetzt in ein Teilchen und habe einen Poolstream gemacht. Ich packe kurz die Kramel rum. Ich bin traurig. Warum? Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Freundin ist oder nicht. Das ist schwierig. Frauen sind kompliziert. Ja. Frag mich mal. Ich habe mir eine Hauswaffe geangelt. Wieso? Ich dachte, da wäre ein Hausf. Ich habe meine ganzen finanziellen... Alles finanzielle muss ich jetzt an Twinkie gehen, weil ich wieder Glücksspiel gemacht habe. Oh ja, okay. Hast du... Ich verweilt alles jetzt. Äh, hast du noch mal Zeit oder... Ich muss schlafen. Ich bin fick und fertig. Also, ich wollte nur fragen, ob du... Ich bin fick und fertig. Ach so, okay. Bist du schon am Haus? Ja. Schlafen du auch um? Ich schlafe auch um. Ja, ich wollte noch ein zweites Auto gleich hochbringen. Ich wollte fragen. Nein, dann rufe ich den Case an. Ist okay. Okay. Alles klar. Peanut... Oh, Entschuldigung. Peanut schlaf gut, ne? Ja. Okay. Hab dich lieb. Ich glaube, bis morgen. Bis morgen. Tschö. Tschö. Ja, schlicht. Futter. Gute Nacht. Hachisch. So, Schluss jetzt. Aus der Maus. Nachher ist... Ach, heute ist schon neuer Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid, ihr Spaß hattet. Ciao, Hachisch. Gibt's bestimmt Zellung. Ging, 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 Ging. Oh ja, und wie? Ja, hattet der Spaß immer. Das freut mich. Das ist gut. Ich glaube nur, Schwester Kusch ist da auf mich, weil ich nicht mehr Taxi gefahren bin und sie hat wieder gewettet. Spaß bitte. Ich hab Pipi in der Hülse und Bauche des Todes. Das ist gut. Das ist gut. 18 Stunden sind nicht genug, um das von heute zu verarbeiten. Die Stimme ist dann immer so ungewohnt. Das ist sie eigentlich, der Stimmverzerrer. Also ich glaube, du ein Pinky-Bester-RP-Spieler. Also Mila ist schon... Ich glaube, wenn man das richtig ernst nehmen würde, also over the top. So wirklich ernsthaftes Hardcore-RP. Doch. Gut. Gibt aber viele gute Appähler. Jetzt hat sie 250k verloren. Ja, ich glaube, die war wohl angefressen. Weil die spielt hier gerne um die Funflaschen. Chat! Und alle, die nur wach sind, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank für den Support und für die Subs und Follow alles, man. Wir gehen sogar auf die 98.000 Follower zu. Da nur noch zwei Kerl, dann sind wir schon bei 100. Das ist echt viel. Das sind echt viele Menschen. Das ist echt, echt, echt krass viel. Dankeschön. Danke für alles. Und wir sehen uns nachher, okay? Ab 19 Uhr. Ich werde vorher twittern, war genau. Manchmal eine Viertelstunde später oder so. Was machst du bei 100? Wo? Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich groß das Riesenbild verlosen oder so. Selbst gemaltes Airbrush-Bild. Irgendwas persönliches, handgemachtes. Was cooles mit Qualität. 1, 2, 3, 4. Ah, Fischi, hallo. 24 Stunden Stream würde ich nicht durchhalten. Ich würde nicht mal 12 Stunden durchhalten. Nicht, wenn das RP so ist wie heute zum Beispiel. Also gestern, von gestern auf heute. Das ist so viel Input in mein Gehirn. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Seht, sieht. Das macht müde. Ja? Ich mache Latex-Stream. Handgemacht. Okay, Bomfer. Handschlag drauf. Gute Nacht. Bis nachher. Tschüss. Tschüss und schlaft gut. Und seid artig. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.